Der Imperator beschützt und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Diener des Imperiums. Heute sind wir mal wieder unterwegs in einem Werbestream. Wir machen Werbung für den DLC Execution Force für Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Der DLC erscheint morgen bereits am 25.07. Und mir wurde er vorab logischerweise kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich ihn euch zeigen kann. Und wir werden uns heute anschauen, was in diesem DLC auf uns zukommt. Gleich schon mal vorneweg, wir bekommen eine neue Charakterklasse. Die Assassinen vom Oficio Assassinorum machen ihre Aufwartung. Das sind im Gegensatz unseren Grey Knights dann doch eher schlanke, ranke Charaktere, die in gewisser Weise aus dem Hinterhalt, so wie auch gerade eben hinter mir mit zum Beispiel Scharfschützenwaffen, aber nicht nur mit solchen, sondern auch mit Nahkampfwaffen und anderen Gerätschaften den Feinden Probleme bereiten. Sie können sich tarnen und sind deswegen dann doch ein klitzekleines bisschen anders zu spielen als die Grey Knights. Neben diesen Charakteren, die jetzt ins Spiel kommen, haben wir auch die Situation, dass es neue Missionen gibt. Es gibt eine sogenannte Tentarus-Hive-Mission-Art, bei der wir also eine neue Missionsart erleben werden. Ich hoffe, wir werden sie heute erleben. Und es soll jetzt auch die Möglichkeit geben, Boarding-Actions mit unserem Schiff durchzuführen, also dass wir andere Schiffe entern und daraus dann wiederum Bodenkämpfe entstehen lassen. Und natürlich gibt es auch neue Waffen und so weiter und so fort. Falls euch dieser DLC interessiert, macht Ausrufezeichen Assassins in den Chat oder unten in der Videobeschreibung. Da bekommt so einen Link, das ist dieser typische Link, da überprüft quasi der Publisher, dass ich meine Arbeit gemacht habe und wie viele Leute von euch das interessiert. Also schaut gerne mal drauf, ob euch das interessiert. Bei Steam ist das Ganze erhältlich. Und jetzt würde ich aber mal sagen, wo schon die ersten Leute reingucken. Hallöchen, Defcon, Zauberer, Valtanu, Hallöchen auch an NXD, Ventress, Phoenix. Schön, dass ihr da seid. Ich gehe jetzt hier schon ins Gaming. Einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, das kann man sich auch einfach mal angucken. Nach wie vor Warhammer 40.000, Chaos Gate Demon Hunters. Auch nicht nur einer der längsten Namen in der Spielegeschichte, meiner Erfahrung nach zumindest, sondern auch einer der unterhaltsamsten Hauptmenüs, das man sich überhaupt noch vorstellen kann. Also ich weiß ja noch, wie ich damals beim ersten Mal spielen sowas von begeistert war und gesagt habe, ey ganz im Ernst, warum haben das nicht andere Spiele auch viel mehr? Diese permanente Dynamik, die zwischen den beiden jetzt hier abgeht, finde ich einfach cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hallöchen Scrolls, einen schönen guten Abend. Hallöchen auch an Shinta, an MNG, an AMF. Ich freue mich, dass ihr da seid, Leute. Folgende Information. Eigentlich soll das hier so sein, dass man sehr, sehr bald, nachdem man das Tutorial gespielt hat, schon die erste Chance bekommt, mit Execution Force seinen ersten Assassin zu bekommen. Mir wurden allerdings vom Publisher Speicherstände zur Verfügung gestellt, bei denen unterschiedliche Situationen sein können. Und ich habe mir aber eigentlich gedacht, nehmen wir den frühesten möglichen. Also nehmen wir einen, der früh im Spiel ist. Erstens, weil wir damit auch quasi den Assassin früh kennenlernen können, wie er sich letzten Endes darstellt und spielt. Und mit der Zeit werden wir ja sowieso mit den anderen Spielmechaniken hoffentlich konfrontiert, also mit den Intermissionen und mit diesen Tentorus Hive Missions. Die werden wohl hoffentlich auch von alleine auf uns zukommen. Und dann habt ihr einen wunderschönen Überblick darüber. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir laden jetzt hier diesen hier. Das ist in Tag 60. Das ist gar nicht so weit tief im Spiel drin. Wir haben zwar schon ein bisschen was gesehen, aber es ist noch nicht so übertrieben tief drin, wie die anderen beiden Speicherstände, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Da sind wir schon in Tag 200, Tag 500. Das ist mir fast schon zu viel am Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Lasst uns erst mal reinkommen ins Spiel. Hallöchen auch an den Olof, Peter. Der ist neu hier. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Campers anwesend. Knödelklaus. Candy. Ati. Schön, dass ihr da seid. Wunderbar. Großartig. Also, noch haben wir den Kollegen nicht. Die Ausgangssituation ist jetzt wohlgemerkt die, dass wir jetzt hier immer noch gerade eben jetzt hier relativ am Anfang des Spiels sind, wie wir sehen. Na, wir haben jetzt also hier 200 Requirierungspunkte. Wir haben einmal hier Prognostikarien. Wir haben 5 Grimoires und wir haben 100 Servitoren, die wir jetzt hier alle so nach und nach noch verbrauchen werden. Ich gebe auch zu, ich muss mich erst noch so ein bisschen wieder mit diesen Spielmechaniken auseinandersetzen. Ich habe es da vor ein paar Tagen schon mal reingeguckt, aber das ist wieder vor ein paar Tagen gewesen. Deswegen tun wir mal an der Stelle uns erst mal einarbeiten. Hallöchen auch an Acemoon. Wir haben ja nach wie vor jetzt hier quasi das Strategium. Im Strategium können wir dann in die Kaserne gehen und in der Kaserne können wir dann hier, wie ihr sehen könnt, unsere Ritter anfordern mit unseren Kasernenkapazitäten, die momentan auf 12 begrenzt sind und unserer Requirierung. Aber wir werden auch nachher hier einen Assassinen drin haben und den wollen wir natürlich massiv benutzen. Wir haben hier schon einen Interceptor, einen Apothekarius, einen Purgator, einen Justikar, die alle auch schon ein bisschen XP hier haben, wie wir sehen können. Und das ist jetzt hier erstmal der erste Kollege, ne? Ups, jetzt habe ich mich versehentlich rausgeklickt. Genau, der Kalmar, wie er sich hier selber vorstellt. Mit seinem Jarrick Jäger, seinem Silberbrand und seinem Lieber Dämonikum, was er am Start hat. Hallöchen jetzt. Dann haben wir noch unseren Apothekarius, den Dwarren. Der hat einen Befreier, einen Ex-Kor... Was? Ex-Kor-Kia-Tion und einen Medicus-Schädel Rang 1. Unseren Purgator Voraus mit einem Sündenschinder, ähm, Fragmentgranate und Radikalgranate. Radikalgranate. Äh, ne? Zu dem vorherigen habe ich leider keine Infos, Candy. Da habe ich leider keine. Ich habe den auch hier leider nicht dabei. Ähm, also diese Vorgänger-DLCs, die habe ich zwar noch angefragt gehabt, aber das hat zeitlich nicht mehr gereicht. Wir spielen also jetzt hier aus meiner Sicht das Grundspiel plus den Execution Force DLC, ähm, ohne die Vorgänger-Sachen, die da noch dazwischen liegen könnten. Äh, ob man die Namen ändern kann? Wenn ich mich recht entsinne, wir, konnten wir die Namen damals ändern? Ich weiß gerade eben bloß nicht mehr, wie, glaube ich, hier bei Ritter... Ne, das war nicht bei Ritter auswählen. Also ich meine, das ging irgendwie hier bei Charakter, glaube ich. Ja, genau, man konnte ja bei Charakter hier den Namen hier ändern, weitgehend. Also den Nachnamen kann man nicht ändern, aber den Vornamen konnte man ändern. Genau, also das war damals tatsächlich möglich. Na, ein paar Rasse cool. Hallüchen auch man war ein Halla-Oger. Eine Radikalkran, hatten guten Abend dann alle. Ebenso. Äh, und, ähm, dann haben wir noch unseren Justicar mit einem Deimos-Wut, einer Verdammnis-Lanze und einer heiligen Scherbe. Wir werden uns da reinwurschteln, Leute, wie das genau funktioniert. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir jetzt hier die Sache jetzt hier erstmal lernen. Dann gibt's noch beim Arsenal noch die Möglichkeit, dass wir jetzt hier, wir sehen könnten, noch mehr Ritter zu requirieren. Also wir können dann auch noch mehr Fernkampf-Requirierung machen. Das Arsenal von Titan behargt dann den großen Ansatz, blablabla. Eine Verbesserung der Fernkampf-Requirierung erhöht deine Chance auf höherwertigere Fernkampfwaffen. Genau, also dass wir bessere, ähm, Belohnung bekommen. Momentan sind wir da überall auf Rang 1. Außerdem können wir noch theoretisch die Rüstungs-Requirierung noch machen, wenn wir das wollen. Lassen wir aber gerade eben, glaube ich, erstmal alles noch so, wie es ist. Denn vielleicht will ich ja die, äh, Assassins, ähm, die wir bekommen, deutlich mehr in den Fokus heben. Ähm, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, hier unser Manufaktorium zu machen, äh, wo wir den Schiffsstatus uns anschauen können und das Schiff verbessern können, ne. Das ist ja das Coole an dem Spiel. Wir können hier wahnsinnig viel, äh, Sachen machen, also den Plasma-Reaktor verbessern, damit wir unsere Systeme betreiben können. Ähm, dafür verbrauchen wir allerdings wiederum Servitoren als Ressource. Die Augment, äh, die Augmentationskammer Libris mal, äh, das brachte uns nochmal. Genau, die Augmentationskammer, äh, du erhältst alle 10 Tage einen Servito. Genau, das produziert mir wiederum mehr Servitoren. Ähm, die kann ich aber auch, glaube ich, als Belohnung bekommen für entsprechende Missionen. Dann haben wir hier noch das Libris Maleus. Das erhöht meine Forschungsgeschwindigkeit, weil man ja auch forschen kann. Und dann haben wir noch den Warp-Antrieb, damit mein Schiff noch schneller sich bewegt, auf der besagten Weltraumkarte hier, in, im Tyretheus-Sektor an der Stelle. Und dann haben wir noch last but not least hier die, äh, Wack hier, wo wir Dinge forschen können, aber momentan noch nicht forschen wollen. Denn was wir jetzt tun wollen, Freunde, ist uns unseren allerersten Assassin holen. Und dafür lassen wir jetzt einfach mal gerade eben mal die Zeit laufen. Zeit vorspulen. Und da passiert's schon. The fight against the vile heretics takes an interesting turn. Grandmaster Kai may have grown obstinate sitting on Titan, but there are others who recognize the need for action. The Officio Assassinorum has agreed to make available an execution force tasked with exterminating this bloom. The edicts of our chapter demand we work alone, Inquisitor. We are fully capable of handling the threat. Did you not make the case days ago that this strike force is depleted? Are we not allies in this crusade against chaos? I suppose chapter doctrine permits the use of outside forces under certain exigent circumstances? Indeed. We all have a duty to elevate need above custom. Now, Commander, which temple would best serve your most immediate needs on the battlefield? So, Dele. Hallöchen auch nochmal an Summeles und an alle, die dazugekommen sind. Ich grüße euch. Ich grüße hier dieses Event, das wie gesagt, wenn ihr das Spiel spielt und mit dem neuen DLC, der morgen erscheint, solltet ihr nach der, nach dem Tutorial innerhalb der ersten Tage, ich weiß jetzt nicht genau wann, ob das jetzt ein fester Zeitpunkt ist oder nicht, aber sollte normalerweise dann dieses Event triggern, wie es jetzt hier bei mir getriggert ist und dann bekommen wir die Wahl, was für eine Art von Assassine. Wie ihr seht, es gibt jetzt hier erstmal vier an der Zahl, weil es ja verschiedene Tempel des, äh, Oficio Assassinorum gibt, mit bestimmten Spezialisierungen, welchen wir davon wählen. Und jetzt ist halt die Frage an euch, was wollen wir da wählen? Ich blende mich mal gerade eben kurz mal aus, damit ihr einen besseren Überblick habt. Hier zum Beispiel haben wir, äh, den Kallidus-Tempel, der spezialisiert auf Infiltration und Rüstungsdurchdringung. Dann haben wir den Kulexus-Tempel, der hebt die Kräfte des Warp irgendwie auf. Den Eversaw-Tempel, da kann man Lebenspunkte opfern und dafür den Feind bluten lassen. Und last but not least gibt es noch den Windikare-Tempel, der ist für Präzisionszielerfassung und große Entfernung. Gut, also ein Sniper, könnte man so sagen. Hallöchen Knorke, ich grüße dich. Willkommen, dass du da bist. Ja, ich würde mal sagen, mach mal ein Poll-Zauberer. Ich bin auch für einen Poll. Hallöchen auch an Wauwen. Grüße, Grüße, Grüße. Aber keine Sorge, ne? Also, wenn wir heute Abend alles richtig machen, werden wir mehr als einen haben. Hi, Pyrox. Wenn wir alles richtig machen, haben wir nicht nur einen. Hallöchen auch an Ted. Also nochmal, die Kalidus sind für Infiltration und Rüstungsdurchdringung bekannt. Die Kulexus heben die Kräfte des Warp auf, also sind wahrscheinlich auch sehr sepsionisch. Die Eversaw-Assassinen opfern Lebenspunkte und lassen den Feind bluten. Und last but not least, Windikare, die sind im Grunde Scharfschützen mit Präzisionserfassung auf große Entfernung. Ich überlasse es euch, welchen wir spielen. Ich habe einen, ich glaube, das war der Kalidus, angespielt. Der hatte halt tatsächlich die Fähigkeit, sich zu tarnen. Also, der wurde von den Gegnern nicht gesehen. Das fand ich schon ziemlich krass. Ob das die anderen können, wage ich zu bezweifeln, weil das ist ja schließlich eine Spezialisierung. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, dass die auch einen komplett eigenen Skillbaum haben, der sich grundsätzlich von den Grey Knights unterscheidet. Defko meint, Windikater aus 5 Kilometer Entfernung eine 1 Cent Münze treffen, war doch Pflicht für die Kerle. Ja, also von der Beschreibung her, ich habe mir die Lore auch von denen kurz mal so ein bisschen überflogen, wirkt das schon so, dass die wirklich radikal trainiert werden. Also, das sind schon richtig, richtig hartgesottene Leute, wo man einfach sagt, da verschmilzt so ein bisschen das Erbe der Ninjas mit denen eines modernen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Seals oder, äh, keine Ahnung, Delta Land Warriors, ihr versteht, was ich meine. Also, so richtig eine krasse Vermischung aus allem, was man sich halt so vorstellen kann und was auch die Fähigkeiten angeht. Sieht sehr eindeutig aus, aber da bin ich ja mal gespannt, äh, was eindeutig bedeutet. Aber der Poll ist gleich durch. Er ist gleich durch. Throne meint, Kolexus erzeugt halt ein Feld um sich herum, das keine Psi-Kräfte zulässt, aber auch keine eigenen. Die Grey Knights sind ja sehr Psi-lastig. Das wäre halt interessant, äh, Throne, ne, ob dadurch eventuell die Grey Knights ihre Psi-Fähigkeiten nicht mehr benutzen könnten. Ähm, aber egal, ob jetzt Kolexus drankommt oder nicht, mein Ziel wird sein, das natürlich heute auf die Probe zu stellen. Ganz klar. So, Vindikare, ihr habt euch für Vindikare-Tempel entschieden. Guten Abend, Magdeburger, ich grüße dich. So, unser Assassine heißt Silas Tork. They lack your Battle Brothers Resilience. While you can requisition more Assassins, the cost will be high. Each operative is undergone countless genetic and cybernetic enhancements to transform them into the ultimate killers. Okay, alles klar, gut. Also, im Grunde, ähm, bleiben wir jetzt erstmal bei einem, ne. Wir schauen uns jetzt also das Ganze jetzt hier mal an. Wir gehen jetzt hier zu unserer Kaserne. Und da ist er. Da ist der Silas Tork. So sieht der aus. Also, ihr seht, der ist auch deutlich kleiner als die Jungs hier natürlich, ne. Also, das muss man schon mal dem lassen. Der ist, der geht denen gerade mal ein bisschen bis zum Bauchnabel. Und der hat auch komplett andere Waffen, wie man jetzt hier sehen kann. Also, der hier hat zum Beispiel jetzt hier ein Exitus-Gewehr. Finde ich übrigens einen schönen Namen. Ähm, feuert mit einer Reichweite von 14, was, glaube ich, echt weit ist. Genau, also, die haben jetzt hier zum Beispiel nur Reichweiten von 10. Äh, verursachen jetzt hier vier Schaden. Und er macht halt auf Reichweite 14. Also, den kann man halt relativ weit hinten lassen und dann auf den Gegner ballern lassen. Dann hat er noch eine Exitus-Pistole. Das Ding hat also, wie gesehen, sehen könnt ihr wieder diese Standard-Reichweite. Hat dann aber auch wiederum eine entsprechende Crit-Chance. Und hat auch eine Fragment-Granate. Er hat auch Fähigkeiten. So sieht der Skill-Tree von diesem Charakter aus. Und bei den anderen Arten ist das auch so. Also, wir haben also quasi klassische neun solche Ebenen, die wir einfach so durchgehen. Und auf der ersten Ebene haben wir jetzt hier Fähigkeiten auf Rang 1. Verkrüppelnder Schuss. Feuere mit einer Reichweite von 14 auf ein Ziel und verursache vier Schaden. Präzisionszielerfassung plus 100% Crit. Das heißt also, ich habe eine 100%ige Crit-Chance. Also, das heißt, der Schuss wird garantiert kritten. Was ich sehr, sehr witzig finden würde. Und Defcon hat ihn jetzt hier direkt schon mal Kurt-Blu-Stil genannt. Okay. Äh, tadelloses Zielen. Das ist eine passive Fähigkeit. Die Distanzangriffe dieser Einheit ignorieren Schadenstrafen für Distanz und teilweise Deckung. Das ist ziemlich krass. Das heißt, er macht diese vier Schaden auf jeden Fall garantiert. Instrument der Gerechtigkeit. Auch passiv. Wenn diese Einheit einen Gegner tötet, verringern sich die Abklingzeiten aller ihrer Fähigkeiten um 1. Das heißt, ähm, so wie es aussieht, hat der verkrüppelnde Schuss eine Abklingzeit, nehme ich mal an. Und jedes Mal, wenn ich töte, reduziert sich die Abklingzeit. Das heißt also, wenn ich theoretisch jede Runde einen Gegner töte und ich hätte eine Abklingzeit von 3, wäre es nur eine Abklingzeit von 1. Das wäre krass. Oder sogar, wenn ich mehrere Kills pro Turn hinbekommen würde, dann könnte ich sogar im selben Turn sogar nochmal. So, dann geht es weiter auf Fähigkeitsrang 2. Dann haben wir den Todesschuss. Visiere einen organischen Gegner auf Reichweite an, um ihn zu zerstören. Also, Gegner ist tot. Reden wir nicht weiter drüber. Das ist auch eine aktive Fähigkeit. Passiv gibt es kritische Fernkampfchance. Die Distanzangriffe dieser Einheit erlangen plus 5% mehr Crit. Dann haben wir hier noch die Neupositionierung auf Rang 3. Wenn diese Einheit eine Bewegungsfähigkeit einsetzt, hat sie eine Chance von 25%. Einen AP zu erlangen. Da sind wir jetzt hier wieder an diesen Punkten, dass die halt gewisse Chancen haben, Aktionspunkte zurückzugewinnen. Durch einfach irgendwelche Sachen mit einer gewissen Chance. Namen Tiers, Namen Razorgore. Willkommen. Hämatose. Was? Hämatose. Wenn diese Einheit eine Ziel mit einem Crit trifft, verursacht sie Bluten. Okay, das ist passiv. Das ist wiederum sehr, sehr krass. Also, wenn du Crit ist, und wir gehen ja hier voll auf Crit, dann kannst du den Gegner auch noch bluten lassen, dass er sogar noch relativ schnell über die Klinge springt. Dann haben wir hier noch auf Rang 4 noch mehr Crit Fernkampfchance. Lernkampfchance, 5% mehr. Tödliche Reflexe. Tödlicher Reflex erlangt plus eine Verwendung. Was war nochmal tödlicher Reflex? Das ist wahrscheinlich irgendetwas, was wir können, aber was ich jetzt hier gerade eben nicht sehe. Dann haben wir hier die Spionagemaske. Das ist eine Unterstützungsfähigkeit. Wir siehe eine Einheit in einer beliebigen Reichweite an und verleihe ihr verursacht freigelegt. 100% für unendlich Züge. Betroffene Ziele erhalten 25% mehr Crit-Verwundbarkeit. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit wiederum einschlägt, dass sie mehr Crit-Schaden bekommen. Fähigkeit auf Rang 6 wäre dann, wenn diese Einheit ein Ziel mit einem Crit trifft, fügt sie diesen, ein weiteres Bluten hinzu. Also ihr seht, hier geht alles um Crit und Bluten, Crit und Bluten, Crit und Bluten. Verringert die Abklingzeit von Todesschuss um 3. Zug pro, also Entschuldigung, die Abklingzeit des Todesschusses wird krass reduziert. Also diese Fähigkeit hier. Was normalerweise 15 Züge Abklingzeit hätte. Dann sind es nur noch 12. Das ist zwar immer noch lang, aber in Kombination mit dieser anderen Fähigkeit, genau hier, jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten, reduziert sich das hier nochmal. Also man kommt dann halt dann doch dazu, dass man diese Fähigkeit häufiger einsetzen kann. Feldposten, wie meinst du das, Defcon-Feldposten vielleicht? Dann haben wir noch auf Rang 7, die kritische Fernkampfchance wird nochmal auf 5% erhöht. Das ist glaube ich schon das dritte Mal, oder? Tödliche Reflexe, tödlicher Reflex verlangt noch mehr einen weiteren Verwendungszweck oder Verwendungszug. Dann noch Spionagemaske, die Fähigkeit Spionagemaske sorgt für 25% erhöhte Crit-Verwundbarkeit. Okay, und dann noch Todesschuss, verringert die Abkühlzeit von Todesschuss nochmal um 3. So wie wenn diese Einheit ein Ziel mit einem Crit trifft, fügt sie diesem einen weiteren Bluten hinzu. Also, Crit und Bluten. Crit und Bluten, das ist das Thema, Freunde. Mit dieser Art von Assassin. Und es wurde sich gerade eben gewünscht, dass ich den jetzt hier dem Namen Kurt-Blue-Steel gebe, statt Silas. Das passt nicht rein, wir können nur Kurt machen, lieber Devcon. Die Zeichen sind auf 10 begrenzt, also es ist der Kurt. Ähm, anders geht's nicht. Und natürlich können wir hier, äh, ne Quatsch, wir können hier leider ihn nicht anders aussehen lassen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, ist halt so. Keine Ahnung. Okay, dann können wir nochmal aber sein Ausrüstungs-Set hier uns hier gerade mal angucken. Es gibt natürlich unterschiedliche Waffen, die wir zur Wahl haben, jetzt von Anfang an schon. Na, also wir haben jetzt hier dieses Exitus-Gewehr. Wir können ihn aber auch in dieses Tadel losgeben. Das hat schon mal jetzt hier, wie ihr sehen könnt, nochmal 15% mehr Crit. Beziehungsweise diese, ja doch, ja, 15% mehr Crit durch, ähm, diese Waffe. Und dann nochmal, wenn wir das hier aufbekommen, das ist noch nicht offen, glaube ich. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Dann gibt's nochmal 10% mehr Crit. Dann haben wir hier noch möglicherweise die Möglichkeit hier beim Widerruf, mehr Crit-Schaden zu verursachen. Da sind aber, ist aber diese Ebene momentan, äh, noch nicht verfügbar. Und hier hätten wir noch das Höllenfeuer. Ihr seht, na, der hat dann allerdings nochmal eine größere Reichweite. Der hat dann sogar eine 17er Reichweite. Da gibt's dann nochmal einiges mehr an Crit. Jetzt bin ich halt am überlegen, warum sollte ich diese Waffe nehmen, wenn diese hier so geil ist. Das ist jetzt hier so für mich die Frage, die im Raume steht. 5% Crit kommt noch oben drauf. Das hier ist noch nicht freigeschaltet. Äh, den Nachname kann ich nicht verändern. Ich hab jetzt mal diese Waffe jetzt hier genommen. Ich zeig's dir gerade eben, DevCon. Man kann den Nachnamen nur durchschalten. Nicht verändern. Ich kann da leider nicht frei reinschreiben, weil das ist der Name, den sie im Zweifelsfall selber eingesprochen haben in diesem Spiel durch Sprecher. Deswegen geht das nicht. Man ist mir schon bewusst, dass das nicht geht. So, ähm, also wie gesagt, jetzt hab ich hier diese Waffe ausgewählt. Es gibt zwar den Pistolen, aber natürlich auch eine schicke Auswahl. Hier haben wir zum Beispiel jetzt diese Exitus Pistole. Automatischer tödlicher Reflex. 50% pro Zug. Wenn die Einheit ein Ziel mit der Pistole zerstört, erhalte plus ein AP. Also ich generiere mit 50% Wahrscheinlichkeit durch das Töten eines Gegners ein AP. Und sie hat auch noch mehr Crit-Schaden. Aber jetzt haben wir noch eine andere Waffe hier. Das weiß ich nicht, weil Halaoga, ob das der ist. Ähm, hier Schwarzlied. Da könnten wir dann noch einen weiteren Bonus hier bekommen. Und zwar diese 100% auf Bluten. Ähm, das Ziel erleitet zwei Schaden am Ende seines Zuges. Wird pro Zug um eins verringert. Und hier kann man dann nochmal das Bluten um eins verstärken. Alternativ noch Verdienst. Das erhöht wiederum unseren Crit-Schaden. Um plus zwei und dann um theoretisch noch weitere plus eins. Mit einer 10%ig höheren Crit-Chance. Man darf nicht vergessen, bei diesem Spiel war es immer sehr, sehr wichtig, dass man die Crit-S irgendwie hinbekommt. Deswegen sollte man das definitiv nicht außer Acht lassen, um die Gegner so schnell wie möglich loszubekommen. Ähm, und dann haben wir noch Friga. Friga hat hier auf jeden Fall irgendetwas, was aus irgendeinem Grund noch nicht freigeschaltet ist. Deswegen haben wir jetzt hier diesen 0% momentan. Ähm, würde uns mehr Crit-Schaden geben und am Ende jetzt hier noch mehr Konzentration. Ich bin tatsächlich, glaube ich, dabei zu sagen, dass ich hier dieses Bluten haben will. Ich nehme jetzt hier Schwarz-Lied, genau. Wir rüsten diese Waffe aus. Und dann haben wir jetzt hier noch den Tarnanzug. Es gibt natürlich verschiedene Rüstungsarten, ne. Der hat jetzt momentan noch gar keine Rüstung. Das heißt, jeder Schaden, den er bekommt, wird direkt von seinen Lebenspunkten abgezogen. Was, äh, natürlich zu einem sehr, sehr schnellen Tod führen kann, was wir jetzt nicht unbedingt wissen, äh, haben wollen. Ähm. Ah, okay. Supergons meint, äh, Zwecksanpassung. Das ist so, weil die Assassinen immer gleich aussehen. Da gibt's keine Variation laut Lore. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist also nicht einfach, weil die Entwickler das nicht wollten, sondern es ist einfach so, da hat wahrscheinlich, äh, Games Workshop gesagt, ne, gibt's nicht. Die sind alle einheitlich. Hi, Fabro auch. Grüße dich. Ähm, also gut. Der Tarnanzug also ermöglicht uns jetzt hier Tarnung. Erhalte Tarnung für einen Zug. Getarnte Einheiten können nicht mit Distanzwaffen oder automatischen Fähigkeiten anvisiert werden. Das ist also jetzt eine eingeschränkte Tarnung. Die andere Art von Assassinen, die kann sich dauerhaft tarnen, bis sie eine Attacke durchführt. Und der kann halt für kurze Zeit einfach quasi aus der Sicht des Gegners verschwinden. Verbesserte Mobilität. Einheiten mit verbesserter Mobilität können Hindernisse überklettern, die ihre eigene Körpergröße übersteigen. Ja gut, das macht Sinn, dass er überhaupt irgendwo hinkommt. Dann haben wir hier noch den Paratus. Okay, der Paratus kann ein bisschen mehr. Der hat auch Tarnung um die verbesserte Mobilität, aber er hat noch zusätzlich Konzentration. Diese Einheit hat 15% Konzentration, wodurch ihre Chance erhöht wird, Nachteile und automatische Fähigkeiten auszulösen. Resistenz. Diese Einheit hat 15% Resistenz, wodurch ihre Chance erhöht wird, Nachteilen wiederum zu widerstehen. Und das Ganze kann man hier noch verbessern, indem man hier etwas auslöst. Weiß jemand noch, wie man diese Dinger hier macht? Das sind irgendwelche Bedingungen, die man glaube ich erfüllen muss, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hi Huti. Dann haben wir hier noch den Rechtfertigungsanzug. Der gewährt unseren Granaten mehr Munition. Und theoretisch, theoretisch, aber das ist nur sehr theoretisch, das ist momentan noch nicht freigeschaltet, dass die Granaten mehr Reichweite haben. Und last but not least hätten wir da noch wieder den Schattenband, der uns einfach mehr Lebenspunkte bringt. Jetzt ist halt die Frage, also mich lacht gerade eben der Schattenband oder der Paratus an. Jetzt finde ich, mehr Lebenspunkte ist immer nützlich. Muss man glaube ich forschen, mein Valtano, das kann gut sein, ja. Also ich bin ja ein großer Fan davon, mehr Lebenspunkte zu haben. Jetzt hat er nämlich statt 8, 11 Lebenspunkte. Das ist echt nicht wenig. Und dann kann ich hier noch unseren Kriegsrüstungs-Slot hier benutzen. Da gibt es natürlich jetzt hier wieder das Servoschädel, Ausrüstung und Granaten. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Mehr Willenskraft bekommen für psionische Fähigkeiten. Die Salbe des Schutzes bringt Resistenz. Der Ritter erlangt noch mehr Lebenspunkte. Okay, noch mehr Lebenspunkte. Wir machen den Assassinen zum Tank. Ist doch okay, oder? Das lieber Dämonikum, Rang 1. Dieser Ritter erlangt plus 2 Crit-Schaden bei seinen Nahkampfangriffen. Oh, warte mal. Das ist wiederum für ihn interessant. 15% Crit bei Distanzangriffen. Gesegnete Beinschienen. Das merken wir uns gerade eben mal. Hi, First Front. Heilige Scherbe. Dieser Ritter erlangt 20% Konzentration, wodurch seine Chance erhöht wird, automatische Fähigkeiten auszulösen. Der Ritter erlangt 10% Crit bei Nahkampfangriffen. Die Aegis-Fähigkeit dieses Ritters erlangt plus 3 Rüstung. Mehr Munition für Fernkampfwaffen. Dieser Ritter erlangt plus 2 Reichweite für seine Fernkampfwaffen. Das ist auch nicht schlecht. Dieser Ritter erlangt plus 2 Crit bei seinen Distanzangriffen. Oh, ich bin echt ein Fan davon, dass wir einfach die erhöhte Crit-Chance ihm geben. Fände ich voll gut. Dann hat er eine erhöhte Crit-Chance. Aber theoretisch hätten wir natürlich auch noch ein paar Servo-Schädel. Hier zum Beispiel Visiere einen Verbündeten an und meine Reichweite und bewirke 5 Heilungen. Er stellt sofort 5 Lebenspunkte wieder her. Oder das Ziel von Heilung wird sofort wieder hergestellt. Läutern wird eingesetzt. Also Nachteile werden aufgehoben. Sucherschädel Rang 1. Bewege dich in den 10er-Ton. Was macht das Ding? Innerhalb einer Reichweite von 20 entdecke Gegner auf, ohne gesehen zu werden. Das ist auch nice. Das finde ich eigentlich sogar ehrlich gesagt ziemlich cool. Und verursache verwundbar. Das heißt also, man könnte dann in dem Moment die Gegner angreifen und sie hätten keine Chance zu reagieren. Der Heiler-Schädel bringt Visiere einen Explosivangriff innerhalb einer Reichweite von 10 einen Bereich von 3 an und verursache zornig für einen Zug. Dieser Servo-Schädel hat 10 Lebenspunkte. Das heißt also, dieser Schädel greift die Gegner de facto an. Das betroffene Ziel greift diesen Schädel an. Ja. Beziehungsweise es ist so eine Art Town-Schädel. Es ist ein Town-Schädel. Der tauntet die Gegner. Unterbrecher-Schädel Rang 1. Visiere einen Gegner innerhalb einer Reichweite von 10 an. Verursache 2 Schaden. Rüstungsdurchdringung verursacht unterbrochen. Betroffenes Ziel kann keine automatischen Fähigkeiten einsetzen. Das heißt also auch kein Overwatch oder sowas in der Art. Reinigungsschädel. Visiere einen Gegner innerhalb einer Reichweite von 10 an. Oh, okay, okay. Hallöchen Minurus. Ich grüße dich. Der Boy soll sich keinen Bruch bei der Waffe heben. Ach, der ist gut durchtrainiert. Das sieht man. Und dann haben wir noch diverse Granaten. Ich würde einfach mal sagen, komm, wir rüsten jetzt auch mal gerade eben unsere Ritter aus. Nachdem wir jetzt ihn ja ausgerüstet haben. Wir haben jetzt hier erstmal nochmal unseren Interceptor, der ja dafür da ist, in einen Nahkampf zu gehen. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Okay, wir haben hier diesen Sturm-Bowlter. Da haben wir 12 zur Auswahl. Wir haben 12 Sturm-Bowlter. Da haben wir schon mal hier einen. Was haben wir denn hier noch? Oh, ehrlich gesagt ist das schon eine ziemlich gute Auswahl. Ich glaube, ich finde diesen Sturm-Bowlter okay mit seinen 10%-Grit. Was hat er denn hier in diesem Slot? Noch nichts. Vielleicht soll ich ihm noch eine Granate mitgeben, weil er hat dieses Lieber Dämonikum. Wo hat er dieses Lieber Dämonikum? Das ist das, was er hier schon hat bei der Ausrüstung. Ja, er hat das Lieber Dämonikum dabei. Der Ritter erlangt sofort plus 2 Crit-Schaden bei seinen Nahkampfangriffen. Das ist okay. Das lassen wir also bei ihm. Und dann... Du hast den Medicus-Schädel. Du hast hier zwei verschiedene Arten von Granaten. Und dieser Ritter erlangt 20% mehr Konzentration, wo er seine Chance erhöht wird, automatische Fähigkeiten auszulösen und Nachteile zu verursachen. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, Leute, jetzt wo unsere Truppe jetzt hier eigentlich schon einsatzfähig ist, legen wir mal los. Hallöchen Jong-Stef, schönen guten Abend. Ich grüße auch den Pixel. Das heißt, wir warten jetzt... Oh ne, warte mal, hier ist ja eine Mission, oder? Hier ist ja eine Mission. Wir reisen da mal hin, oder? Ne, da ist doch glaube ich... Ne, da tut sich erst langsam was. Wir spulen mal die Zeit vor. Wir warten jetzt, bis es hier los geht. Genau, Blütenwachstum. Jetzt geht's los. Wir haben das Blütenwachstum am Start. Unsere Prognosticarius-Core hat drei neue Ausbrüche der Blütenaktivität in diesem Sektor entdeckt, denn wir kämpfen ja gegen Nurgle. Wir haben Titan informiert und müssen nach besten Kräften auf diese neuen Einfälle reagieren. Die sind relativ leicht zugreifbar. Also wir fliegen jetzt mal da los. Go! Der Effekt ist einfach immer noch geil. Wie gesagt, wenn euch der DLC gefällt, der morgen rauskommt, macht mal Ausrufezeichen Assassins in den Chat. Da könnt ihr ihn euch mal auf Steam anschauen und euch näher informieren. Also, die Aussaat der Blüte, Gefahrenstufe niedrig. Wir sind aber auch noch am Anfang vom Spiel. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Blüte versucht, auf diesen Planeten Fuß zu fassen. Bla, bla, bla. Chaos erkannt. Wir wissen noch nicht allzu viel über die Gegner. Es gibt Ziele. Alle Träger der Saat eliminieren und es gibt eine ruhmreiche Tat. Mission nur mit drei Einheiten gewinnen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gleich machen will. Definitiv nicht. Also, wir gehen jetzt erstmal so rein in die Mission starten. Jaja, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen mit allen Leuten rein, die wir haben. Also, auf jeden Fall wollen wir natürlich unseren Assassin mitnehmen. Dann bin ich der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Apothekarius, falls wir verletzt werden. Dann bin ich der Meinung, ich möchte den Interceptor haben für Nahkampf. Und wir nehmen als letztes mit den Purgator, mit den Granaten oder den Typen mit der Hellebarde. Bin ein Fan von Granaten. Also, das ist jetzt dann mal unsere Truppe hier. Wir starten die Mission. Und ich schenke mal was zum Trinken ein. Das solltet ihr auch tun, Freunde. Bleibt hydriert. Bleibt hydriert. Eieieiei. So. Dann gucken wir mal. Hallöchen Destroyer. Schönen guten Abend. Willkommen. Ich danke. Ich danke. Ich habe trainiert your Warriors to focus their senses. Wenn sie einen precision strike in hand-to-hand combat, sie sollten So, und das Spiel ist natürlich klassisch ein Rundenstrategiespiel, wo wir Aktionspunkte haben, Bewegungsreichweiten. Und insgesamt haben wir immer so drei Aktionspunkte, mit denen wir jetzt hier vorgehen können. Hier sehen wir jetzt hier unseren Kurt, den wir ihn genannt haben, mit seinen satten Elf-Lebenspunkten. Er hat aber auch, man sieht, viel weniger Lebenspunkte als jetzt zum Beispiel ein Grey Knight. Also der hält viel weniger aus, da müssen wir echt aufpassen. Wir bewegen ihn jetzt erstmal vor. Und schon haben wir den ersten theoretischen Kontakt. Ich weiß jetzt momentan noch nicht, ob ich mit ihm noch weiter vorgehen will. Hier kann ich ihn tarnen, dann ist er für einen Zug nicht zu sehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal jetzt hier mit unserem Grey Knight hier vor, bevor ich mich mit ihm noch mal ein bisschen bewege. Hallöchen Preach. Und Minorus meint, mit Granaten macht man nie was verkehrt. Kann man so sehen, kann man so sehen. Hallöchen At-Harg. Oh, ich kann da hochgehen. Okay, wir haben jetzt dummerweise schon Kontakt mit denen. Dann, äh... Oh, das hier kann leider in die Luft gehen. Ach, hoffen wir einfach mal, dass sie nicht drauf ballern werden. Ähm... Warte mal, aber ich könnte ja... Wie viele Aktionspunkte habe ich noch? Ich habe... Genau, weil der Kampf gerade eben losgegangen ist, habe ich jetzt noch jede Menge Aktionspunkte. Ich könnte mich theoretisch teleportieren. Einfach neben den Typen da und ihn direkt angreifen. Aber die Frage ist, ob das wert ist. Ich würde sagen, gerade eben ehrlich gesagt, nein. Ne, wir gehen erstmal dahin. Und, äh, nehmen jetzt hier erstmal diese Deckungsposition ein. Ich könnte ihm jetzt einfach den Aegis-Schild geben. Oder ich mache jetzt hier ein Overwatch. Aber wir sehen, dass wir da gerade eben nicht sooo viel Möglichkeiten haben, den Typen hier unter Druck zu setzen. Hmm... Den verstehe ich nicht, Devcon. Habe ich eine Chance jetzt zu treffen? Für zwei Schaden. Ein Seabolt würde sich ja, glaube ich, nicht... Komm, ich probiere mal auf ihn zu schießen. Wir haben... Rudimentär Schaden gemacht. Das ist eine Rüstung. Äh... Ich könnte es auch glatt nochmal... Ne, es ist eher da unten dran. Es ist eher da unten dran. Wie gehe ich jetzt mit dir vor? Ey, die haben natürlich jetzt wieder eine absolut ideale Position, ne? Also ideal für sie und nicht für mich. Aber hier habe ich trotzdem die Möglichkeit, auf andere zu schießen. Wir gehen mal da unten mit ihm rein. So, verkrüppelnder Schuss. Feuere, eine Reichweite von 17, ein Ziel. Auf Ursache vier Schaden. Präzisionszielerfassung plus 120% Crit. Ignoriert teilweise Deckung. Da habe ich, glaube ich, einfach keine Chance, auf irgendwas zu wirken, ne? Also auf den da würde ich theoretisch treffen können. Interessant. Ich glaube nicht, dass ich den treffe. Wie soll ich den treffen von da unten? Die Pistole? Ja, schon gar nicht. Oder ich tarne mich. Oder wir gehen einfach weiter vor und tarnen uns da vorne. Hm, ich gehe mal vor. Hüpf, hüpf. Ne, du tarnst dich jetzt hier mal, mein Bester. Ach, er kann sogar so dermaßen in den Stealth gehen. Okay, das ist natürlich jetzt geil. Das heißt, ich komme damit jetzt sogar vielleicht in ihre Flanke. Das fände ich jetzt äußerst gut. Was ich nicht so gut finde, ist, dass ich jetzt hier nicht so wirklich nach oben komme, weil das Ding ja halt einfach so explosionsgefährlich ist, ne? Hm, gehen wir da oben. Geißelung. Vollvisiere eine, mit einer Explosion einen Bereich von zwei, äh, in einer Reichweite von 15 Ursache bluten. Das wäre hier sogar eine sinnvolle Sache. Komm, ich mach das mal. Die beiden jetzt hier zu geißeln. Jetzt haben die Blutung. Immerhin etwas. Immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Boah, ich kann ja nirgendwo wirklich sinnvoll Deckung suchen. Ähm. Ich geh mit ihm da hin. Der Gegner ist dran. Da ballern sie. Oh, oh. Autsch. Ja, der hat jetzt Overwatch-Überwachung angemacht. Aber er blutet. Das gönne ich ihm. Halten wir mal fest, dass ich sehr ungünstig stehe. Moment, jetzt kann ich die Granate soweit werfen? Ne, kann ich nicht. Kann ich die Radikal-Granate soweit werfen? Ne, kann ich auch nicht. Hm. Da ist ein Problem jetzt. Das ist sogar ein großes Problem. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir mit denen hier verfahren. Also wenn ich jetzt mit dir... Also soweit kann ich die Granate ja theoretisch werfen. Das hilft mir halt nicht weiter, ne? Das ist halt das Ding. Ne, er geht jetzt einfach da hin und frisst den Schuss. Autsch. So, das ändert nämlich jetzt hier ein bisschen was. Jetzt kann ich nämlich die Granate dahin pfeffern. Da fliegt's. Zwei Gegner weniger. Und damit auch zwei Probleme weniger. Hm. Ich hab jetzt schon eine Granate verbraucht. Ja, ja, das Problem ist direkt hier schon mal einfach die erste Mission, ne? Weil von da unten da hochsnipern ist jetzt... Ich sag jetzt mal, ähm... nicht der ideale Ausgangspunkt gewesen. Also gut, jetzt gucken wir mal. Kann ich hier auf... ...den da irgendwie wirken? Auf irgendeinen? Auf den komm ich nicht und auf den komm ich auch nicht. Die sind halt einfach alle zu gut in Deckung gerade eben. Vielleicht geht's von hier. Na, Montra, wann? Vielleicht geht's von hier. Ne, geht nicht. Ich hab keine Aktionspunkte mehr frei. Yay. Großartig. Kann ich... Ich würde am liebsten jetzt schon mal hier einen Medicus Move jetzt hier durchführen, damit der jetzt schon mal geheilt ist. Dann sind wir jetzt halt beide hier ein bisschen an der Flanke jetzt von denen hier. Was mache ich mit ihm jetzt? Er hat jetzt halt das Problem, sobald er sich halt bewegt, wird er halt hier jetzt hier schaden. Es sei denn, ich teleportiere ihn weg. Ich glaube, wegteleportieren müsste ohne Strafe gehen. Hoffe ich. Jo, das hat funktioniert. Dann sind wir schon mal jetzt hier aus dem Schneider und der Feind muss sich jetzt hier einen neuen Weg suchen, um an uns heranzukommen. Und ich nutze die Gelegenheit jetzt einfach mal ganz, ganz kurz nochmal nachzuladen. Hey, Skapa. Hi, Devil. Schönen guten Abend. Jetzt macht er das halt schon wieder. Ne, der hat meine Deckung gerade kaputt gemacht. Der Lump. Der hat meine Deckung zerschossen. Au. Dann würde ich mal sagen, ich teleportiere mich an den Lump daran und mache den alle. Im Nahkampf. Jetzt sieht die Situation nämlich ein bisschen anders aus. Also, Hammerhand, Attacke. Hier sehen wir gerade eben nochmal, wir haben eine 25%ige Crit-Chance für Verwundbarkeit. Silber hat nochmal 10%, gesamt 100%, Crit-Schaden plus 2. Da ging er down, da ging er down. So, jetzt möchte ich mal gucken, ob du jetzt hier endlich mal auch einen Schuss auf den Typen hier setzen kannst. Gerade so nicht in Reichweite. Schade. Aber von hier müsste es gehen. Hi, Insus. Der verkrüppelnde Schuss, der würde so viel Schaden machen. Der normale Schuss, so viel. Ich mache jetzt mal einen normalen Angriff. Ich könnte noch einen Unterbrecher-Schuss daraus machen. Das würde... Hm. die Crit-Chance reduzieren. Ich würde halt einfach extra Schaden machen. Ne, ich mache einen normalen Schuss. So, der hat gefressen. Wie meinst du, dass der trifft aus deinem Loch heraus? Ich war halt da hinten gerade eben außerhalb der Reichweite und ich wollte mir jetzt hier eine Deckung suchen. Deswegen bin ich so nah rangegangen. Hier sehe ich leider gerade keine Möglichkeit, auf den Typen zu wirken. Deswegen gehen wir uns mal da hin. Das könnte hinhauen mit ein bisschen Glück. Oder wir machen eine Überwachung. Hat nicht genügend Reichweite, wie wir sehen. die geheilte Todeszone ist witzig, aber ist nur gut gegen mehrere Gegner. Ne, wir machen einen normalen Schuss. Und mit dem psionischen Ansturm, der ist zu mächtig. Ne, brauchen wir auch nicht machen. Wir schießen regulär. Und der hat jetzt auch schon Bluten, der wird es eh nicht mehr allzu lange machen. wenn ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Hier kann ich ja leider keine Deckung suchen, weil das Ding halt hochgehen kann, ne? Ja, wobei, hier könnte ich schießen. Wir gehen da hin. Reicht das? Gerade so? Die Frage ist, ob ich überhaupt treffe. Sieht nicht so aus. Gesamt Fehlschlag, ne? Teilweise volle Deckung, lange Reichweite. Ungünstig. Also von hier aus treffen wir nicht. Das heißt, das können wir so sein lassen. Ich habe aber nur noch einen Aktionspunkt. Ja, aber es ist egal. Dann, dann machen wir einfach. Dann akzeptieren wir einfach, dass wir ihn diese Runde nicht kriegen. Der verblutet doch jetzt eh. Gerade ist es passiert. Da ist er umgefallen. In diesem Moment. Und hat es gehört, wie er geschrien hat. Also, Manners, dann rückt mal vor. Zack, 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 zack. Hm. Dann rücke ich mit dir da hin. Ich muss jetzt ihn halt dann doch noch irgendwie mal heilen. Ich habe leider keine Willpower mehr. Oh Gott, wie wenig Willpower haben wir denn? Das ist nicht viel. Erster Kampf, schon zwei Schaden genommen. Dann... Ich bin hier, ich bin hier, um die Gegner zu servieren. Da oben haben es die nächsten Gegner. Ich erinnere mich ein bisschen an diese Art von Map. Ich glaube, das haben wir damals schon mal gesehen gehabt. Ich bin mit dir. Und schon haben wir wieder Kontakt. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt sie nicht sofort aufdecken. Target acquired. There it is. Commander, harvest the seed from that creature's flesh. du musst den Saatträger erfolgreich mit einem Crit-Angriff der Präzisionszielerfassung treffen, um die Saat zu extrahieren. Ja, das werden wir jetzt versuchen. Yes. We will do our very best. Guten Abend, Guardian. Das Problem ist bloß, der ist so weit weg. Ich glaube, den krieg ich momentan noch nicht. Ne, den sehe ich momentan noch gar nicht. Wenn ich das jetzt hier anvisiere, würde ich eine Menge von denen in die Luft jagen. Komm, ich mach das mal. Schon mal vier Probleme weniger. Finde ich ganz gut. Jetzt sehe ich ihn da oben doch, aber es ist außer Reichweite. Die sind alle außer Reichweite gerade eben. Dann lade ich nach. Ich bin der Meinung, die sollen uns jetzt angreifen. Das wäre mir am liebsten, wenn sie jetzt versuchen würden, uns anzugreifen. Weil so komme ich hier gerade immer an gar nichts. Ja, die Reichweite ist ziemlich geil. Also da konnte ich jetzt hier gerade eben super schon mal einen Kill machen, weil die hätten das glaube ich nicht geschafft von da unten. Also, Deckung. Der Medikus geht da hin. Und dann muss ich dich halt auch noch irgendwie rankarren. Ich weiß bloß noch nicht wie. Das ist zu weit weg. Ja, es ist zu weit weg. Aber ich kann dich hier verstecken. Dann fahre ich dich da hin. Ja, dann machst du jetzt hier auch mal eine Runde Deckung und das ist was der Gegner macht. Ich will ja nicht gar nicht mehr, dass du was machst. Wir machen den Zug beenden. Jetzt könnt ihr in Reichweite sein. Schon so ein Sniper. Okay, also, es gab eine Warpwoge, weil so eine Blüte durch war und jetzt haben wir das Problem, dass der Feind Verstärkung bekommen hat. Bumregen die Traufe. Ich versuche jetzt mal hier diesen Schuss hier zu machen, diesen verkrüppelten Schuss, weil wir damit eine hundertprozentige Crit Chance haben. Geschwächt verursachen, Seuchenexplosionen deaktivieren oder Bluten verursachen. Betroffenes Ziel, weil wir jetzt eine Crit haben, haben wir die Auswahl, was wir jetzt hier verursachen wollen. Betroffenes Ziel verursacht minus zwei Schaden mit Nahkampfangriffen. Das Ziel kann Seuchenexplosionen nicht mehr einsetzen. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten wollen würde. Okay, also dem haben wir jetzt schon mal eine mitgegeben. Und nach wie vor den Träger der Saat eliminieren. Trägheitsfeld. Aber ich frage mich gerade eben, ich soll das hier doch extrahieren. Habe ich das jetzt gerade eben schon getan? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Ich kann halt nochmal auf den Schießenden und das ist halt weg. Wir lernen es jetzt auf die harte Tour. Wenn ich scheitere, dann scheitere ich jetzt halt. Okay, also das war wohl falsch. Das war wohl falsch. Demnach. Aber sie hat doch gesagt, ich soll für einen Crit sorgen. Den hatte ich doch gemacht gehabt. I don't know what she wants from me. Egal. Dann machen wir den ja mal alle. Spratz. Dann wäre es eigentlich der... Ach, ein präziser Nahkampfangriff. Ach Gott, ja. Es muss ein Nahkampfangriff. Ich dachte, ich muss es mit dem Fernkampfangriff machen. Dann war das natürlich mein Fehler. Ich kann den Typen ja nicht angreifen. Ich kann den nicht angreifen. Nee, an den komme ich nicht ran. Also hätte ich doch den Typen hier gebraucht. Man lernt nie aus. Nee, aber wir haben noch mehr Chancen. Das ist nicht unsere einzige Chance. Ja, du bleibst hier einfach, mein Freund. Zug beenden. Ach, ich hätte das Blut nehmen müssen. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ist halb so schlimm. Ja, ich greife ihn jetzt einfach direkt an. Warum nicht mit dem Psy-Angriff, dann ist er direkt dort. Problem gelöst. Dann rücken wir mal die Leute nach. Du gehst da drüben. Dann gehst du. Die Deckungsoptionen sind hier etwas eingeschränkt. Dann muss ich die jetzt auch noch hier hochbewegen. Okay. Wie weit könnt ihr noch gehen? Du kannst doch jetzt da gehen. Ja, komm, du gehst noch bis da. Wenn die nichts aufdecken, kann ich auch weiter vorlaufen. Da unten wird noch mal eine Gegnergruppe sein, das ahne ich jetzt schon. Bietet sich fast an, eigentlich mit ihm schon mal da hinzugehen. Da ist es, ja. Der Riddies. Dann gehe ich mit dem Nahkämpfer auch da runter. Mit den anderen beiden gehe ich da hoch. Dann können die den Gegner nämlich da ablenken von hier oben. Du gehst da hin. Ich will doch noch mal sicher gehen. Aber die Frage ist wie, ne? Also ich habe halt jetzt die Angst, dass wir nicht näher kommen, dass ich jetzt automatisch das jetzt hier gleich triggere. Das macht mir gerade Sorge. Ah, noch haben wir nichts getriggert. Das ist gut. Hier haben wir auch noch nichts getriggert. Jetzt haben wir es getriggert. Aber das sind die falschen Gegner hier. Und sie beschwert sich natürlich, dass wir nicht genügend Seeds hier haben. Oh wei, oh wei, oh wei. Gehen wir da runter. Go, go, go. Okay, das kann mir jetzt gerade eben egal sein, was es jetzt hier macht. Die haben auf jeden Fall Fettrüstung. Da stehe ich gar nicht gut daneben. Ich müsste jetzt eigentlich theoretisch da runterstürmen. aber vielleicht auch nicht. Ah, shit. Alles noch zu weit weg. Dann gehst du hier hin, weil von da aus das hast du super Sicht. Und du gehst hier hin. Und machst du in Deckung mal. Ich meine, das was die jetzt hier machen, das können wir theoretisch jetzt hier auch machen. Einfach mal sich hinstellen und sagen. Triff mich doch, wenn du willst. Oder komm doch hoch, wenn du willst. Die Frage ist halt, ob sie hochkommen. Ich mach das jetzt mal so. Bestelligen. Und bei dir könnte ich das hier hochleagen. Und das würde ihm Schaden machen. Das machen wir auch. Yes. Kleiner Erfolg hier. Aber jetzt, das waren meine kleinen Erfolge jetzt hier auch schon. Da drüben ist auf jeden Fall noch etwas, was man einsammeln kann. Was ist das? Nee, das muss ich kaputt schlagen. Das ist nichts im Einsammeln, das muss ich kaputt schlagen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt hier hochkommen werden, aber wir bereiten uns einfach mal auf diese Situation vor. Falls ich es doch trübe. Wir wollen Death Guards hier. Autsch, Autsch, Autsch. Hallöchen Waldorf und Stadtler. Grüß dich. Au. Natürlich. Aber, das ermöglicht mir jetzt hier wieder die Attacke, die ich gerne durchführen möchte. Über die Flanke. Kann ich die Granate eigentlich so weit werfen? Ich kann theoretisch die Granate so weit werfen. Ich werfe die Granate jetzt da runter, dass er in dieser Aktion hier aufhört. Ah, nee, das ist gar nicht die Art von Granate, verdammt. Das ist die falsche Art von Granate. Also, geh da runter. Nee, wir schießen auf das da. Das unterbricht ihn auf jeden Fall. Ja, das hat ihn sehr unterbrochen. Das war gut. Das kannst du hier nämlich einen verkrüppelten Schuss machen. Der wieder mit Fastdown. Was ist mit einem normalen Schuss? Das ändert nicht viel. Ich schieße jetzt mal auf den da. Das war ein Crit. Fernkampfhafe deaktivieren oder Bluten verursachen. Ihn betäuben. Nee, ich will die Fernkampfhafe deaktivieren, dass er nicht mehr schießen kann. Da ist der Arm weg. So, der hat jetzt hier schon mal nichts mehr zu lachen. Und jetzt machen wir dasselbe mit dem Typen da, wenn es nach mir geht. Okay, das ist noch ein normaler Treffen gewesen, aber das passt für mich. Jetzt laden wir nach. So, jetzt kannst du hier vorrücken. und versuchen, den hier auszuschalten. Was super geklappt hat. Oh, dann ballern wir noch auf ihn hier drauf. Aber der steht halt auch mal mit einem Lebenspunkt wieder auf. Das macht aber nichts. Komme ich von da oben aus an ihn ran. Yep. Und da wird er da unten. Ja, es ist schön. Jetzt müssen wir nur warten, bis es jetzt hier wieder zu einer weiteren Blüte kommt. Und die Frage ist, wo wird sie erscheinen? Ja, hier geht es halt auch noch weiter. Darf man nicht vergessen, ne? Der ist jetzt hier leider schon ganz schön angeditscht. Geh mal hier neben ihn. Wir nutzen jetzt mal unseren Freund den Servo-Schädel. Für ein bisschen heile, heile Segen. Morgen kommt Regen und so. Und dann werde ich das da drüben nochmal jetzt mal mit dem Nahkampf angreifen. Vielleicht taugt das ja was. Wenn wir das tun. Kann ich hier noch irgendwo Deckung suchen? Nett wirklich. Doch hier noch. Ich versuche es halt in der Deckung vorzumarschieren. Ja, gehst du noch irgendwo. Und du gehst noch da rein. Also gut. Also ich kann damit hier irgendwie nichts machen. Soll mir recht sein. Achso, nee, das kann ich ja benutzen, um... Ja, man kann das normalerweise benutzen, glaube ich, um auf andere Gegner draufzuschleudern, ne? Aber ich habe irgendwie die falsche Waffe gerade eben dafür. Ich kann damit also nichts anfangen gerade eben. Gut, gut, gut. Alles gut. Hallöchen Orion! Ja, ist lange her, dass ich das Spiel so gespielt habe. Ich irre mich dunkel an ein oder zwei Dinge. Aber auch nur dunkel. Gib mir ein Target. Gib mir ein Target. Ja, ich habe vor, dir jede Menge Targets zu geben, wenn wir da runtergehen. Gehen wir mal da hin. Komme ich da eigentlich irgendwie hoch? Nee, da kann ich nicht hoch. Dann gehen wir noch mal ein Stückchen näher ran. Also wir haben hier noch gar keinen Kontakt. Hier ist nichts. Zumindest bis jetzt nichts. Nur rücken sie weiter vor. Und der hat keine Aktionspunkte mehr. Gut, dann gehst du einfach da hin. Jetzt haben wir erstmal wieder eine Warp-Burge. Oh, wir haben einfach mal alle Lebenspunkte verloren. Jeder einen. Das ist natürlich jetzt mittelgeil. Da ist der nächste Saat-Fuzzi. Da habe ich ein gutes Gefühl bei. Also du musst in den Saat-Träger erfolgen mit einer Krit-Angriff der Präzisions-Zielerfassung treffen, um die Saat zu extrahieren. Bei Nahkampf-Krits gibt es eine Präzisions-Zielerfassung automatisch. Ne, also Nahkampf sorgt nur dafür, dass es automatisch geht. Ich habe dann vorhin einfach das Falsche ausgewählt, demnach. Also der Typ nervt mich ja jetzt schon so hart, dass ich der Meinung bin, dass ich den hier wegsnipern will. Unterbrechungsschuss. Gucken wir mal, ja. Hi Kai, grüß dich. So, jetzt wurde ja sein Overwatch unterbrochen. Der macht jetzt hier erstmal nichts mehr. Jetzt gucke ich mal, ob ich auf den selben noch mal schieße oder ob ich auf jemand anderen schieße. Ne, ich kann nur noch mal auf ihn schießen. Der hier ist zu weit weg. Dann machen wir dasselbe noch mal. Und dann können wir reloaden. Also der Assassin hat auf jeden Fall jetzt schon mal eine sehr, sehr wertvolle Tätigkeit, das ist hier gerade eben für uns bewiesen. Du rückst hier vor. Wir haben noch zwei AP. Jetzt kann ich einmal den hier angreifen und dann einmal ihn ins Overwatch setzen. Oder ich töte ihn einfach direkt. Why not? Dann muss ich mich noch irgendwie mit denen da oben jetzt rumschlagen. Hier hätte ich noch einen Aktionspunkt. Dann wäre ich aber schon in Reichweite des Feindes. Oder ich gehe da hin. Ne, ich gehe da hin. Und kann schon mal hier klar machen, hier läufst du nicht runter. Oder du bereust es. Kai, frag mich doch bitte sowas über den Discord und nicht im Stream. Wenn ich hochkonzentriert sein muss. Go, 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 go. Ich würde hier sehr wenig Schaden machen. Ich glaube, ich mache hier auch ihren Overwatch. Für den Fall, dass der hier runterkommt. Bestätigen, ja. Der macht mir immer noch am meisten Sorgen. Der macht jetzt hier Unterdrückungsfeuer. Und jetzt kommt der Typ, den wir dringend im Nahkampf besuchen müssen. Boah. Wir sind festgenagelt. Also dich kann ich jetzt hier gerade eben nicht wegbewegen. Ähm, ich würde jetzt hier sehr, sehr gerne hier rangehen. Ohne ihn. Ohne, kann ich das auch machen mit der Hammerhand? Psyonischer Nahkampfangriff, äh, greife, genau, hundertprozent, hundertzehnprozent Kritt. Wehe, das funktioniert jetzt nicht. Da, hier, betäuben. Also, wir haben die Aufgabe erfüllt. Wir haben die Saat. Und jetzt müssen wir den da oben irgendwie noch zum Teufel schicken. Oh, das ist echt doof, dass der da oben jetzt gerade eben so rumhalligallit. Fand mal, wie weit ist die Reichweite dieser Waffe? Der würde ihn sogar treffen da oben. Nee, ich möchte wieder einen unterbrechenden Schuss machen. Hör auf damit, Junge. Äh, allein die Reichweite dieses Assassins ist halt der absolute Oberhammer, ne? Wie wertvoll das hier für das Kämpfen ist. Genau, macht das, Kai. So, der hat es jetzt schon hinter sich. Kann ich den hier auch noch treffen? Nee, den kann ich gerade eben nicht treffen. Dann gehst du schon mal hier hin. Dann gehen wir da hin und versuchen, ihm jetzt hier so ein bisschen die Möglichkeiten zu nehmen, ne? Wir machen das jetzt so. Und du rennst da hoch. Au, au. Ja, das war ja klar. Und ich dachte, es wäre nur noch einer. Fuck my life. Äh, für Extraktionsbereithalten. Ja, ich versuche mich jetzt hier hart zu extrahieren. Wir könnten das jetzt hier in die Luft jagen. Ich mache jetzt mal diese Exitus-Pistole. Dann wird sie ihrem Namen sehr gerecht. Exitus. Das hat den jetzt leider nur sehr zornig gemacht. Ich mache den jetzt hier trotzdem mal weg. Und last but not least machen wir den noch weg. Also, wir haben eine Angriffswelle damit jetzt hier schon mal zum Teufel geschickt. Jetzt gucke ich mal, kann ich mich an den heranteleportieren? Gerade so nicht. Ich versuche es trotzdem. Muss doch möglich sein, sonst attackiere ich ihn hier einfach. LOL, es rennt natürlich rein, ey. Oh, man. Betäub ihn, bitte. Oh, oh, oh. Okay, ich schieße es einfach auf ihn. Was bewirkt das? Oh, nee, kann ich nicht machen. Okay, halt drauf. Es ist Atlantic Tudu. Grüß dich. Danke für den Resub. Ammo depleted. Ammo depleted. Ammo depleted, das hören wir gar nicht gern. Entschuldigung. Hatte ich gerade eben irgendwie einen Frosch im Hals, beinahe. Äh, was machen wir denn jetzt hier mit dir? Also der Plan muss jetzt hier sein, ihn zu flankieren. We are the source of Justin Isarkas. Mach ihn weg. Feiering on target. Den hat's zerlegt nach allen Regeln der Kunst. Und jetzt haben wir halt noch die hier wegzumachen. Kann ich von da oben aus auf die runterwirken? Ja, kann man. Aber ich habe leider nichts, was hier den Gegenden zum Explodieren bringen könnte. Oder ich mache einfach... Ich bezweifle, dass es da runterwärts auch gilt, oder? Ich habe ja noch ein paar Aktionspunkte. Wir machen jetzt erstmal eine normale Attacke. Na, bitte ruhig, ich war... Grüße dich. Das wirkt nicht. Ja, habe ich auch schon befürchtet. Wir dann ballen euch einfach drauf. Jetzt hat er noch eine Blutung bekommen. Die hat einen Bock. Ja, das ist sehr gut, Isarkas, weil morgen kommt der DLC Execution Force. Und du bekommst hier Assassins aus den verschiedenen Offizio oder Offizio Assassinurums. Einmal kann ich noch ballern auf den da. Zack. Und es gibt neue Missionstypen. Boarding-Missionen. Und es gibt solche speziellen Tartarus-Hive-Missions. Aber ich weiß noch nicht genau, was die machen. Okay, der blutet jetzt hier immerhin. Das ist schon mal ganz gut. Der hat keine Muni mehr. Wir laden mal nach. Leider hat der jetzt schon ganz schön Lebenspunkte verloren. Das ist ungut. Das ist sogar sehr ungut. Du gehst dahin. Was wollt ihr eigentlich neben meinem Assassinen? Also wenn er jetzt wegrennt, bekommt er aufs Maul. Wenn ich auf ihn schieße, dann nicht. Boom. Problem gelöst. Ich mache direkt einen Unterbrechungsschuss, dann macht ihr ja keinen Unfug mehr. Und wir können gleich nochmal auf ihn schießen. Oder ich mache mal so einen verkrüppelten Schuss. Was tut der genau? Der verkrüppelte Schuss. Ich versuche vier Schaden. Präzisionszielerfassung. Hier war mal, das ist die falsche Attacke. Feuer in einer Reichwelle von 17 auf einem Ziel und verursache vier Schaden. Ach, ignoriert Deckung. Ja, aber das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir haben gekrittet. Ich glaube, ich deaktiviere immer wieder seine Fernkampfwaffe. Der ist so schön weit weg. Der Typ. Der soll jetzt ruhig mal näher kommen. Jetzt muss er näher kommen. Ich glaube nicht, dass er von da kommen wird. Ich glaube, der wird von da kommen. Oder er geht ganz woanders hin. Und konzentriert sich auf die Bohnen, die er heute gegessen hat. Aber es ist egal, wir haben gewonnen. Wir wurden jetzt hier gerade eben extrahiert. So. Fortfahren. Wir haben es überstanden. Wir haben es überlebt. Hört ihr eigentlich die Musik? Oder ist sie zu leise eingestellt? Ich finde es immer noch so geil, wie klein der Typ halt im Vergleich zu denen ist. Obwohl der Typ wahrscheinlich auch mindestens 1,80, wenn nicht sogar 1,90 groß sein dürfte. Also, wir haben die Saat gesammelt. Alle Träger der Saat eliminiert. Das haben wir auch geschafft. Ich weiß, dass es Space Marines sind. Die haben auch einen eigenen Skilltree. Den kann ich nochmal zeigen, Daishi. Kann ich gleich nochmal zeigen. Also, wir können jetzt hier den Peleas Harne bekommen. Einen weiteren Grey Knight. Der dritte Grey Knight Purgator dieses Ranges wird vom Titan aus zu seinen Truppen auf das Edikt des Unheils geschickt. Wollen wir den haben? Ja doch, wir brauchen eigentlich noch mehr Leute. Wir holen uns den, ja, bestätigen. Ja, 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 das möchte ich gerne haben. Danke. Ähm. Es gab leider keine Level-Ups. Der wird 25 Tage ausfallen. Das ist eigentlich ganz, ganz gut, dass wir jetzt hier einen haben, der ihn ersetzen kann. Ach nee, doch, warte mal. Er kann gelevelt werden. Geil. Ja, jetzt kommen wir ja schon zu dem, äh, Skilltree, äh, der, ähm, Assassinen. Hier haben wir jetzt hier die Wahl zwischen diesen... Nee, krieg beide? Ich krieg beide. Also, sie haben einen sehr, sehr stringenten Skilltree, wie ihr sehen könnt. Den hab ich vorhin schon mal besprochen. Äh, und ich bescheine jetzt hier. Beides. Sie bekommen. Ja, ich bekomme einfach beides. Man bekommt einfach alles. Hi, Hans. Wir bekommen einfach alles. Genau, Hans. Okay, cool, 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 cool. Also, wir haben jetzt ihn schon mal gelevelt. Hi, Hans. Grüß dich. Du dienst dem Imperator gut, Commander. Wir müssen diese Saat sofort studieren. Alles hängt davon ab, was wir fanden. Ja, ja, ja. Das ist jetzt hier wieder die Storyline. Das kennen wir schon, ne? Wir müssen jetzt also hier... Die Saat... Wo, 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 wo ist die Saat? Saaten hier. Warpfeld-Durchdringung. Forschen. Wird 18 Tage dauern. Dann gehen wir nochmal ganz, ganz kurz zurück. Also, wir gucken uns hier nochmal die Typen jetzt hier an. In die Kaserne. Er wird jetzt 25 Tage ausfallen. Hier haben wir jetzt immer noch ihn hier. Das ist also unser Assassin. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns noch mehr Assassins holen wollen. Einheit rekrutieren. Ein Eversore-Assassine. Ähm. Was für ein Assassine wollen wir uns denn holen, Leute? Damit wir die mal so ein bisschen durchtauschen. Eversore! Okay, wir schauen uns mal den Eversore, oder? Kallidus? Es gibt, äh, wie gesagt, Windikarinnen. Haben wir gerade eben gesehen. Das sind die Scharfschützen. Dann gibt's noch Eversore, Kulexus und Kallidus. Diese verschiedenen Tempel sind zur Auswahl. Sagt also, wir wollen Frauen sehen. Das ist dann wohl der Kallidus, ne? Okay, die meisten sagen Kallidus. Also, dann nehmen wir jetzt hier den Kallidus. Äh, das kostet mich jetzt hier wieder Requirierung. Die, äh, Existion hat angeboten, Urthua Ash, einen Kallidus-Assassin des Rangs 2 zu unserer Unterstützung zu schicken. Gut, wir rekrutieren. Dann haben wir die jetzt hier. Kallidus. So sieht die, äh, äh, Moment. So sieht sie aus. Die Dame hier. Deren Fähigkeiten sind ein bisschen anders. Die können sich nämlich jetzt tarnen. Die können also dauerhaft getarnt unter den Gegnern rumlaufen. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal jetzt hier das Ausrüstungsset jetzt hier an. Die haben Phasenschwerter unter anderem, wie man jetzt hier sieht. Äh, das Phasenschwert gibt jetzt hier, wie ihr sehen könnt, also macht, äh, aktivieren, um zwei Schaden im Nahkampf hinzuzufügen. Kein Betäuben, äh, oder Crit möglich. Die Waffe umgeht Rüstung des Ziels. Man hat also direkt Schaden an den Lebenspunkten, was ich eigentlich sehr, sehr mächtig finde. Ähm, dann haben wir noch den, die Sternensorte. Äh, im direkten Vergleich dazu, wie ihr seht, kommen jetzt hier nochmal Crit dazu. Und noch mehr Crit-Schaden. Alternativ würde diese Waffe hier einfach noch mehr Schaden machen. Aktivieren, um plus zwei Schaden zum Nahkampfangriff hinzuzufügen. Kein Betäuben, Crit nicht möglich. Die Waffe umgeht Rüstung des Ziels. Diese Waffe kann keinen Crit verursachen, im Gegensatz zu diesem hier. Wobei, da weiß ich jetzt hier nicht, hier steht dran quasi, dass, dass ihr keinen Crit machen kann. Aber das wiederum macht Crit. Weiß ich nicht, wie das in der Praxis dann aussieht. Dann haben wir Harmonie. Harmonie sorgt dafür, dass wir eine 50%ige Chance haben, im Nahkampf zu parieren. Also 50% Chance, dass der Gegner keinen Nahkampfschaden an uns auslösen kann. Ähm, hier können wir dann später sogar noch nochmal 25% bekommen. Das heißt, man hätte 75% Chance auf parieren. Das wäre ziemlich geil. Aber ich werde es trotzdem erstmal auf eine Waffe gehen, von der ich der Meinung bin, komm, lass uns so viel Schaden wie möglich hier verursachen. Hier mit diesem Deathstrike. Dann haben wir hier den Schredder. Den neuronalen Schredder. Aktivierend und verursacht bewegungsunfähig beim Gegner. Um zusätzlich, also Bewegungsunfähigkeitsschaden hinzuzufügen. Und die Waffe umgeht übrigens auch die Rüstung des Ziels. Mit aktivierten Bonusschaden kein Crit möglich. Ohne aktiviert. Ah, okay, so rum. Ja, dann macht das Sinn. Also wenn man diese eine Fähigkeit benutzt, dann ist kein Crit möglich. Dann machst du einfach nur diesen Schaden. Und wenn du das nicht machst, aber dafür machst du dann halt wahrscheinlich weniger Grundschaden. Und machst dann dafür wiederum eine Crit-Chance. Das muss man sich halt immer genau angucken. Schaffner hätte gerne den Charakter Hildegard genannt. Okay, das kriegen wir gleich hin. Hallöchen Schaffner, Hallöchen Sanquinius. Gut, dann haben wir hier noch Bündnis. Bündnis hat eine größere Reichweite, eine größere Streureichweite. Hey, Bierentchen. Danke dir für den Recept im 19. Also, Immobilisierungspein. Aktivieren, um bewegungsunfähig zu verursachen. Die Waffe umgeht die Rüstung des Ziels. Und da unten könnte man noch mehr Reichweite haben. Aber das ist noch nicht erforscht. Dann Pein ist auch was nicht erforscht. Die Waffe verursacht plus ein Schaden gegen organische Ziele. Oder last but not least hier, betroffenes Ziel kann keine automatischen Fähigkeiten einsetzen. Da kann man also auch unterbrechen. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Also, ich finde eigentlich tatsächlich diese Waffe hier die beste. Ja, ich nehme die da. Ausrüsten. Und dann haben wir noch hier die verschiedenen Rüstungen. Der Synskin Body Glove. Also, das ist ein Körperhandschuh. Ich will also damit sagen, dass es sehr, sehr hauteng ist. Diese Einheit kann nicht mit automatischen Fähigkeiten anvisiert werden. Also, blitzschnelle Reflexe. Also, das heißt, es ist nicht möglich, sie mit... Das hätte uns in dem vorherigen Kampf ein paar Probleme erspart. Man kann sie nicht mit Overwatch anvisieren. Oder mit irgendwelchen anderen automatischen, triggerbaren Fähigkeiten. Verbessende Mobilität. Kann über Sachen klettern. Klar, klar, klar. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, dass der Body Skin Glove mehr Lebenspunkte und sogar Rüstung bringt, wie wir hier sehen können. Diese Einheit hat einfach mehr Rüstung. Also, wir bekommen Rüstung und Lebenspunkte. Alternativ hier Unschuld. 15% Resistenz, wodurch Nachteile widerstanden werden können. Das kann noch gesteigert werden. Immun gegen Gefahren. Diese Einheit ist immun gegen Gefahren. Sie erleidet keinen Schaden durch Gefahren. Und last but not least hier noch Servoschädelslot. Wir können also einen Servoschädel mehr mitnehmen. Was auch ziemlich nett wäre. Automatische zerschmetternde Maske. Wenn diese Einheit einen Angriff mit Polymorphin durchführt, hat sie eine Chance von 25% plus einen Aktionspunkt zu erlangen. Polymorphin. Haben wir das? Ich weiß es nicht. Ich nehme auf jeden Fall jetzt hier mal diesen Anzug hier. Weil ich finde das sehr, sehr nice, dass wir jetzt hier einen weiteren Servoschädelslot haben. Dann können wir hier... Ich gucke mal, was wir jetzt hier haben. Granaten, Servoschädel, Ausrüstung. Ich gucke mal bei Ausrüstung. Mehr Lebenspunkte. Ne, Willenskraft. Der Ritter erlangt mehr Resistenz. Mehr Lebenspunkte. Mehr Krit. Da unten war doch irgendwas noch mit Nahkampfwaffen. Distanzangriffe. Munition. Genau. Ne, mehr Krit bei Nahkampfangriffen. Aber... Ich weiß nicht, ob sie das rechnet. Bei ihr hier mit ihrer Waffe. Greife angrenzende Ziele mit an und verursache fünf Schaden rüstungsdurchdringend. Distanzangriffe. Mehr Lebenspunkte. Noch mehr Nachteile widerstehen. Mehr Willenskraft. Ich glaube, ich gebe ihr mal noch mehr Rüstung. So, zurück. Ach ne, das ist nur die Aegis-Schildfähigkeit. Ja, da können wir darüber diskutieren, ob das so viel Sinn macht. Kann gut sein, dass das jetzt gar nicht funktioniert. Dann nehmen wir mal entweder das oder wir gehen direkt auf den Servo-Schädel. Visierium mit einem Explosivangriff innerhalb einer Reichweite von zehn einen Bereich von dreiern und verursache zornig. Also, da kann man taunten. Unterbrecher-Schädel. Reinigungsschädel. Nachladeschädel. Medikusschädel. Ne, ich nehme diesen Sucherschädel einmal. Ähm. Genau, den haben wir jetzt hier dabei. Und hier bei der Kriegsausrüstung. Man könnte natürlich auch noch eine Granate mitnehmen. Psychotropgranate. Visierium mit einem Explosivangriff innerhalb einer Reichweite von zehn einen Bereich von... ...und verursache durchgedreht. Oder Hirnmine. Visierium, Explosionsangriff, Reichweite von zehn einen Bereich von 0,5 und mache betäuben. Betäuben wäre auch nicht schlecht. Oder Blutungsgranate. Stille. Visierium mit einem Explosionsgefahr innerhalb einer Reichweite von zehn einen... ...wo ist Rauch. Rauch. Alle Distanzangriffe aus dieser oder in diese Gefahr verursachen weniger Schaden. Also, das heißt, du machst einfach gar keinen Schaden mehr. Sowohl in den Gegner als auch auf uns. Wobei das gar nicht mal so blöd wäre, wenn du der einzige Typ mit dem Messer bist. Wenn du der einzige Typ mit dem Messer bist, ist das eine geile Granate. Das ist eine Presseversion im Grunde, Sarkas. Also im Sinne von, das ist ein vorgefertigter Speicherstand, der mir zur Verfügung gestellt wurde. Mir wurde aber gesagt, dass die Assassinen sehr, sehr kurz nach dem Tutorial schon kommen. Sehr, sehr kurz. Also wir spielen jetzt hier, wir haben angefangen vorhin bei Tag 60. Das ist noch innerhalb des Rahmens, sage ich jetzt mal. Das haben die mir, glaube ich, deswegen gegeben, dass man nicht den ganzen Abend wieder damit beschäftigt ist, das Tutorial zu spielen. Was ja auch, glaube ich, locker anderthalb Stunden dauert. Ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum das ihr mir zur Verfügung gestellt habt. So, die Serie einen Explosivangriff innerhalb einer Reichweite von 10 in einem Bereich von 1 und verursacht 3 Schaden. Also ich glaube, ich nehme die... Ganz im Ernst, ich probiere mal diese Rauchgranate, diese Tarnwolkengranate. Ich finde die Idee witzig, dass wir der Einzige mit dem Messer sind in einer solchen Situation. Okay. Dann versuchen wir, die nächste Mission noch irgendwie zu schaffen. Das hat man normalerweise nicht, Valtanu, ne? Also normalerweise ist man, glaube ich, sehr, sehr, mit sehr viel weniger gesegnet. Aber ich soll ja hier auch Sachen zeigen. Deswegen bin ich hier mit ein bisschen mehr Sachen gesegnet. Warte mal. So, wir können auch theoretisch jetzt hier mal versuchen, ein paar Sachen zu basteln bei der Gelegenheit. Ich meine, warum nicht Schiffsstatus? Wir können versuchen. Ähm, der Warp-Antrieb ist ja schon da. Ich will mal die Forschungsgeschwindigkeit. Also ich habe auch sehr viele Servitoren. Und ich weiß auch von damals, man hat so viel weniger Servitoren. Also das Spiel ist ja von Haus aus sehr, sehr knackig. Das darf man ja nicht vergessen. Okay, also jetzt gucken wir uns mal die andere Dame hier an. Die andere Assassina. So, also Chaos erkannt. Ich glaube, wir haben Ziele, ruhmreiche Tat, ohne von Meisterhand hergestellte Nahkampfwaffen siegen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, wir haben gar keine von Meisterhand geschaffene Nahkampfwaffen. Das akzeptiere ich. So, dich nehmen wir jetzt hier gerade eben mal raus. Und nehmen dich mit rein. Halt. Wo ist sie denn? Ritter auswählen. Bin ich doof? Ich will, ich will, ich will, ich will einen anderen Ritter mitnehmen. Warum kann ich denn sie nicht auswählen? Ach, Ritter austauschen. Ups, Entschuldigung. Nochmal. Bestätigen. Ritter austauschen. So rum. Ich glaube, da bin ich damals schon mal drauf reingefallen. So, jetzt ist sie mit drin. Genau. Dann Teleportarium. Jetzt ist sie mit drin. Der hier braucht auch Pause. Weswegen wir ihn auch auswählen und austauschen. Gegen unseren anderen Purgator. Wir haben einen neuen Purgator hier bekommen. Was hat der für Waffen? Ach, das passt schon. Der hat auch eine schicke Zweihandwaffe. Zweihandwaffe. Ich bin guter Dinge, dass es großartig wird. Go. Tatbedingungen nicht erfüllt. Du bist im Begriff, eine Mission zu starten, ohne die Anforderung der Tat zu erfüllen. Du wirst die Vorteile der Tat nicht erhalten. Ach so, sie hat tatsächlich ein meisterhaftes Phasenschwert. Und der hat... Durwin hat ein meisterhaftes Nartekzikum. Okay, dann müssen wir das nochmal ändern. Außerdem muss ich sie gerade eben nochmal umbenennen. Ich muss nochmal sie umbenennen. Es hieß ja, dass sie Hildegard heißen soll. Ich hoffe, das passt rein. Hildegard. Okay, Hildegard hat geklappt. Das ist also jetzt die Hildegard Asch. Ähm, Ausrüstung. Also das... Meisterhaftes... Phasenschwert. Ja, dann nehmen wir die normale Waffe. Und wer war das nochmal? Der hat auch irgendwie eine meisterhafte Sache. Ja, dann nehme ich den normalen Sturmboater. Wahrscheinlich ist es das, oder? Hallöchen, Mad Cat. So, kann ich jetzt die Mission starten? Die hat immer noch das meisterhafte Phasenschwert. Okay, dann sind wohl alle unsere Waffen meisterhaft. Kann das sein. Ausrüsten. Ne, warte mal. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich hatte es, glaube ich, vergessen, das zu klicken, oder? Genau, und jetzt hat er immer noch das, äh, meisterhafte Nartetium. Also, ändern. Ne, das ist nicht die Waffe. Das ist es nicht. Hm. Welche Waffe hat er denn? Eine... Nahkampfangriff, greife an den angrenzten Stil und vorstelle drei Schaden reinigen. Das Nartetium hier war das genau. Reinigen verursacht, bla 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 bla. Also, dann müsste man das standardmäßig nehmen. Aber ganz im Ernst, dann nehme ich lieber eine andere Waffe. Der Wehrstab war doch normalerweise immer ganz gut. Diese Ritter hat eine Schauze, so ist automatisch das Egges-Schild auszulösen. Ne, das brauchen wir auch nicht. Ich glaube, ich nehme, äh, ein Psi-Schwert einfach. Ganz normales Psi-Schwert. Jetzt geht's los. Guten Abend an Pale Sorcerer. Willkommen. Genau, das war das Heil-Ding. Wir verzichten aber darauf. Genau, ich musste den Tausch bestätigen. Ich dachte, ich hätte es schon gemacht. So, das, äh, also wie gesagt, die Dame, die habe ich schon mal in Aktion gesehen. Ich fand das sehr, sehr witzig, was sie können. So, jetzt haben wir sie hier. Äh, nee, den wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte sie anwählen. Hier, Polymorphin. Während die Fähigkeit aktiv ist, kann diese Einheit nicht von Gegnern gesehen werden. Wird abgebrochen, sobald sie angreift. Jetzt sieht die aus, wie so ein komischer Nörgel-Zombie. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo wir hin müssen. Ähm, geh mal da hoch. Geht mal alle da hoch. Viel Erfolg per Sven. Beim Sport machen. Was ist dein Will? Na, also man sieht es hier die ganze Zeit. Sie ist jetzt halt, Moment, kann ich sie irgendwie anwählen? Irgendwie konnte ich den einen noch gerade eben anwählen. Egal. Du bist dahin, du bist dahin, du bist dahin. Und schon haben wir Kontakt. Und die denken es halt einfach, dass unsere Assassina halt eine von ihnen ist, ne? Ich beweise es jetzt hier direkt mal. Ich laufe es hier einfach mal in diese Feuerzone rein. Also, alleine, weil sie ja schon eine Kalidus-Assassina ist, dürfte sie sowieso nichts auslösen. Ja, da ist nichts passiert, wie ihr sehen könnt. Das ist einfach nichts passiert. Ich geh jetzt mit der da runter. Ganz aggressiv. Hi, Freunde! Ja, ich war da hinten und hab so getan, als ob ich einer von den Grey Knights wäre. Du gehst dahin. Und dann kannst du von da oben aus wirken. Dem kannst du schon mal eine mitgeben. Ich meine, why not? Hier kann ich ja auch nicht hin. Da komm ich ja direkt wieder in diese blöde Trefferzone rein. Hm. Was kann er noch machen? Arkan-Waffen. Verbrauch den gesamten Munitionen. Visiere einen Ritter in beliebiger Reichweite an für den nächsten Distanzangriff pro zwei Munitionen plus ein Schaden erlangt. Verbrauch den gesamten Munitionen plus ein Schaden erlangt. Also das heißt, ich könnte jemanden um plus ein Schaden buffen. Oder so. So, so verstehe ich das. Genau, das sind Attentäter des Officio Assassinorum. Offiziell vom Imperator gestattet oder so ähnlich. Ich ballere jetzt hier mal eine Granate in, dann sind wir die hier schon mal los. Dann machen die jetzt hier schon keinen Unfug mehr. Und ich kann mit dem jetzt hier sogar noch dahin gehen. Okay. Also das würde jetzt ja nur verbündete gehen, aber das will ich jetzt hier nicht machen. Geheichte Todeszone. Wir sehen eine Explosion in einem beliebigen Reich von drei Metern Reichweite, äh, Bereich von drei in einer Reichweite von zehn an. Verursache verwundbar. Kein Betäuben, Immun, automatisches Ignorant, Deckung. Will ich die geheichte Todeszone jetzt schon machen? Eigentlich nein. Kann ich die auf die hier wirken? Halbe Deckung, lange Reichweite, deswegen mache ich weniger Damage. Aber das ist okay für mich. Ja, komm, wir geben dem alleine mit. Ja, komm, ich glaube, Achtung, Heresie hat bis zum Ende des Assassinentempels nicht wirklich mitbekommen. War eher so ein, äh, Malkador's Hobbyprojekt. Das ist aber auch so diese typische Situation, ne, ähm, manchmal muss man einfach sagen, ja, ja, die machen Dinge, die andere nicht dürfen, aber die dürfen das. Das ist typisch, ne, weil das sind ja unsere. So, und jetzt haben natürlich unsere Ritter hier ein bisschen Trouble, wie ihr es hier gerade eben sehen könnt, aber meiner Meinung nach kann man dieses Problem lösen. Mit einer Assassina. Ja, also ich hätte jetzt hier die Möglichkeit hier Explosionen auszulösen mit einem Bereich von 4 Außenvorsache, Fernkampfreduktion. Oder wir machen hier Giftklingen. Visieren den Gegner innerhalb von Reichweite von 7 an, um ihm 2 Schaden und plus 1 Betäubung zuzufügen. Bricht Polymorphin ab, Rüstungsdurchsdringung, kein Crit. Das heißt, also ich könnte jetzt hier den hier einfach mal, komm, ich mach das. Also ich enttare mich und greife jetzt hier an. Go. Und jetzt hat sie sich getarnt. Und greife jetzt den hier direkt mit einem Deathstrike an. Und kann gleich nochmal zugreifen. Weil ich nochmal einen Aktionspunkt frei hatte. Und, also ich sag's mal so, die Dame hier, die löst halt so viele Probleme, aus meiner Sicht, weil sie, ähm, das Problem umgeht, dass man an die Gegner nicht rankommt. Kannst du auf den da wirken? Theoretisch ja. Aber, ach nee, er müsste jetzt da runterrennen. Nee, müsste er nicht. Das kriegen wir einfach so hin. Das kriegen wir einfach so hin. Und wie ihr seht, das war jetzt sehr, sehr einfach. Das war jetzt echt kein Problem. Kein Hexenwerk. Ich ahne, dass es da drüben schon wieder weitergeht. Nee, wir gehen erst mal hier hin, bevor wir irgendwas gefährliches machen. Zum Glück sind das keine Todeskult-Assassinen von Soritas, mein Defcon. Ach, sowas gibt's auch? Was es nicht alles gibt. Top, 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 top. Namen Nelsk, grüße dich. Willkommen. Willkommen bei den Assassinen des Imperators. Jetzt gucken wir mal, hier werden wir wahrscheinlich noch diese Tür brechen müssen, oder wir könnten noch diese Tür hier brechen. Ganz im Ernst, wir brechen durch diese Tür, wobei, es gibt, glaube ich, eine witzigere Möglichkeit, das zu machen. Wir werden das wieder mit der Assassina machen. Die wird da einfach wieder durchspazieren. Und wir können uns wieder direkt tarnen. So, go. Und du gehst noch dahinter, ja? Äh, ja, ich denke auch, also die neuen Missionen, wir haben ja noch keine neuen Missionen gesehen, aber es gibt ja auch neue Missionen, da gehe ich auch davon aus, dass das so ist, wie du gerade beschreibst. Dass das herausfordernd bleibt. Machen wir mal die Tür auf, oder? Nur, dass da keiner ist. Da ist gar keiner. Was für eine Überraschung. Ja, dann, 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 dann halt nicht. Dann setzen wir uns jetzt hier mal wieder da hin. Hallo, bitte da hin. Hier oben wäre auch noch mal eine Tür, oder? Ist das eine Tür? Bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Ne, das ist keine Tür, okay. Da geht es gar nicht weiter. So, zack. Oh, du gehst jetzt hier auch mal durch diese Tür. Bitte einmal unhöflich anklopfen. Bam! Da ist auch keiner. Hallo! Wo, 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 wo? Ja, da müssen wir dann jetzt halt hin, ne? Also, noch eine Tür weiter. Hauptsache, wir haben Türen eingetreten. Das ist wichtig. Dann fühlen wir uns wohl. Oh, eine Warp-Burge. Wir verlieren maximale Willenskraft. Autsch! Dann gehen wir mal hier in die Brot. Hallöchen, Frau Vara. Na ja, wir fallen mit der Tür ins Haus. Also, genau genau, warum eigentlich mit der Schuhsohle fallen wir ins Haus. Aus meiner Sicht ist das... Oh. Ups! Wir müssen hier hin. Das ist gar nicht die Tür, die wir suchen. Die Tür, die wir suchen, ist hier. Ja, du kannst da heimgehen, okay. Und zwar habe ich keine Aktionsprobleme mehr frei. Na gut, zuwenden. Ob du wirklich richtig stehst, genau. Siehst du, wenn die Blüte angeht oder so ähnlich. So, jetzt machst du hier mal die Tür auf. Hi! Also, ich glaube, die sind alle ausgeflogen. Wo sind die denn hin? Nebenstellung, Männer! Da ist bestimmt irgendwo einer versteckt. Ah, da ist was in der nächsten Wand. Hier in der nächsten Tür. Wobei hier natürlich auch noch was kommen könnte. Ja gut, hier wäre aber auch wiederum eine weitere Tür, ne? Also, wir kümmern uns jetzt um die Typen, die wir kriegen können. Wir kümmern uns um die, die wir kriegen können. Alles andere wäre mitte geil. So, du gehst hier noch hin. Und jetzt wirst du hier mal aufmachen. Die vierte oder so. Da ist ja noch eine Tür. Das ist einfach zu geil. Das ist einfach noch mal eine Tür, ne? Dann macht euch mal an diese jetzt dran, Freunde. Das ist jetzt aber auch wirklich die richtige. Okay, mit dem kann ich schon wieder nichts mehr machen. Dann den Zug beenden. Nee, die kennen anklopfen nicht. So, bitte öffnen sie. Bitte öffnen sie jetzt. Jetzt haben wir sie. Also, mit ihr gehen wir jetzt erstmal wieder rein. Ja, das Ziel ist es, hinter die Gegner zu kommen. Mit ihrer Tarnung. Hier kann ich irgendetwas attackieren. Dann gehst du mal da hin. Aber das geht nur mit Nahkampfangriffen. Hier kann ich nichts machen. Kann ich eine Granate werfen? Ich könnte eine Granate werfen und die Rüstung wegmachen. Geheiligte Todeszone. Ich glaube, ich mache die geheiligte Todeszone. Weil es sind die verwundbar. Dann gehst du hier hin. Und haust jetzt hier mal... Oh, nee. Ich mache die Granate so hin, dass es nicht meine trifft. Und du kannst jetzt den ja radikal im Nahkampf angreifen. Warum nicht? Deinen Psy-Angriff kann ich ihn nicht töten. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Attacke. Und gleich noch mal. Dann hat der es hinter sich. Au, 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 au. Jetzt kommen da noch mal ein paar andere Typen dazu. Damit haben wir jetzt... Ja, okay. Damit mussten wir rechnen. So, das ist halt die große Preisfrage. Wie machen wir das jetzt mit ihr? Sie könnte jetzt hier einfach... Okay, das ist die Tarnwolkengranate. Die Herrschaft der Verwirrung. Verursacht deaktiviert Fernkampf. Ach, das ist um sie herum dann. Okay. Hmm. Ich bin nur überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Ich gehe einfach wirklich noch radikaler hinter sie. Es gibt keinen Grund, jetzt hier zu nah ran zu gehen. Du kannst von hier aus dann ihn flankieren. Müsste eigentlich gehen. Nee, geht nicht. Verdammt. Also gut, wir greifen den jetzt hier im Nahkampf. Und dann sind wir immer noch relativ gut an der richtigen Stelle dran. So, jetzt kann ich nämlich hier auch nochmal in die Offensive gehen. Go. Und ihn vielleicht noch in die Deckung bewegen. Genau, du gehst jetzt hier noch in die Deckung. Yes, Commander. Hier ist wenig Möglichkeit für mich gerade eben jetzt hier an die Rand zu kommen, ne? Das sind ewig große Strecken. Nicht so nah an den Baum ran. Ja, ja, ich weiß. Der ist ein Problem, der Baum. Der muss weg, früher oder später. Ich bin gerade bloß am gucken, wo ich jetzt hier an meinen Leuten hingehen soll. Ich glaube, da habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten. Nee, ich habe da gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich werde das jetzt einfach mal so gestalten und dann mal in die nächste Runde abwarten, was... Sicherung Position. Charge! Echt das! Na, eine Festnagelungsgranate. Ah! Overwatch. Die Reichweite hätte nicht gereicht werden. Autsch. Ja, der bufft die jetzt hier. Ich erinnere mich, dass es ziemlich fies war. Und Viecher raufbeschwört. Jetzt hier zum Beispiel. Also ich könnte das Ding jetzt hier in die Luft jagen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch, aber dafür muss ich deutlich näher ran. Ja, dann ist der hier down. I am his will. Almost depleted. Wir sind mal halt leider leer. Es sei denn, wir werfen eine Granate hier hin. So weit kriege ich die Granaten hier. Ja, komm, wir machen das. Das war schon mal ein guter Anfang. Jetzt muss ich den hier halt noch wegmachen. Mit dem Schwertelein. Und dann machen wir den noch schnell weg. Und wir machen... Na, dich kriege ich nicht. Da müsste ich nochmal näher ran. Oder ich gehe einfach auf den Kollegen. Aber das wird gar nicht so einfach. Weil der hat so viel Rüstung je. Okay, du machst jetzt erstmal den da weg. Jetzt enttarnst du dich, meine Liebe. Und wir greifen dich jetzt hier im Nahkampf weiterhin einfach an. Go! Deathstrike. Attackieren. Und noch ein Death... Ah ne, den weiteren Deathstrike kann ich nicht machen. Oh, nochmal. Das waren meine Aktionen. Ja, das ist das Problem. Aber ich glaube, wir kriegen das Biest. Ich habe, glaube ich, keine Willpower mehr. Sie hat jetzt die beste Chance, das Vieh zu töten, weil sie einfach komplett die Rüstung ignoriert, ne? Ich möchte an dieser Stelle betonen, ne? Wie hart es früher war, diese... diese... Viecher da, diese Bäume da zu besiegen. Weil die Rüstung halt immer so krass war, ne? Und sie hat einfach kurz mal... Okay, ich packe mal mein Bodermesser aus. Hat Vorteile, Rüstung zu ignorieren. Hat enorme Vorteile. Alles klar. Gut, dann haben wir das jetzt hier geschafft. Äh, wollen wir einen weiteren Interceptor gerade eben haben? Ne, brauchen wir nicht unbedingt. Ja, ja, ich bin zufrieden damit. So, gibt's Level-Ups? Ja, der hat ein Level-Up. Beförderung. Genau, eher viele Tiermesser. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. So, der hat hier schon... die Todeszonendisziplin, die Kriegsausrüstungsdisziplin. Der Ritter erlangt plus eine Verwendung pro Zug für alle seine automatischen Fähigkeiten. Das hat schon was. Für so ein, äh, zum Beispiel von Overwatch oder sowas in der Art und Weise. Oder aktivieren, um diese Fähigkeit folgendes zu gewähren. Rüstungszerstörung 3. Kein Betäuben. Ignoriert Deckung. Hätte auch was. Oder mehr Munition. Ich gewähre dem Ritter erstmal mehr Munition. Die Granaten, noch mehr Granaten. Ne. Ah, ne, das sind die Granaten. Aber das ist egal. Mehr Granaten-Munition ist auch geil. Ich bin ein großer Fan von Granaten. Komm, du wirst meinen Grenadier, mein Freund. Beförderung bestätigen. So, jetzt haben wir noch zwei weitere von den Ladies hier zur Verfügung. Beziehungsweise von den Assassinen. Die anderen sind ja, äh, Kerls. Bestätigen. Jetzt gucken wir uns mal den nächsten an, wenn ihr wollt. Gärtnerin. Ja, oder das. Hallöchen, äh, Askeleen. Willkommen. So, dann haben wir jetzt hier noch den Eversaur. Wir gehen jetzt mal auf den Eversaur, ne? Wir, äh, wir schauen uns jetzt alle mal an. Also das hier wäre jetzt hier der Tibor Fang. Ein Eversaur-Assassine. Eversaur. Eversaur. Ja. Extravagant. Der hat ein Energieschwert, eine Henkerpistole und auch eine Fragmentgranate. Ausrüstungsset-Energieschwert. Also, die haben verschiedene Energieschwerter zur Verfügung. In diesem Falle hier. Der kann ausweiden. Aktivieren, um den Schaden, äh, von Blutungen anzurichten. Ähm. Warte mal. Aktivieren, um Schaden in der Höhe des Blutenziels zum Angriff hinzuzufügen. Ach nee, so rum. Das heißt also, wenn der Gegner blutet, und das kannst du quasi mit dieser Waffe, glaube ich, auch verursachen. Also die Waffe verursacht Bluten. Aber du kannst dann direkt den Schaden der Blutung sofort auslösen. Auf deinen Schaden draufpacken. Genau, Skeletor ist kleiner Bruder. Das Ziel erleitet zwei Schaden am Ende des Entzugs. Okay, automatisches Parieren. Und er kann natürlich auch parieren. Dann. Oh, danke schön. Melone. Ich bekomme Melone. Leute, ich bekomme tatsächlich Wassermelone zu meiner Melone. Hm. Ähm. Also der kann jetzt hier neben dem Ausweiden und Bluten hier noch Krit bekommen. Krit Schaden, aber das ist noch nicht aktiviert. Und erstaunliche Ausbildung. Diese eineinhalb Jahre lang 50% mehr EP für getötete Feinde. Okay, das ist natürlich krass. 100% parieren? Ich habe in diesem Moment meine Entscheidung getroffen, welche Waffe es sein soll. Dann haben wir die Henker-Pistole. Ähm. Die ist relativ simpel. Es ist ein Nadler. Ein Niedler. Aktiviert um, verursacht Nervengift. 100% Chance. Zwei Züge pro Züge zu verursachen. Kein Schaden. Krit nicht möglich. Verursacht Bluten. Also es ist einfach eine Waffe, die Bluten verursacht. Totenhand. Kann noch Krit Schaden bekommen, ist aber kein Krit. Aktiviert gerade eben. Echo. Automatisches erwidertes Feuern. Wenn diese Einheit von einem Gegner beschossen wird, hat sie eine Chance von 100% automatisch das Feuer zu erwidern. Das ist nicht schlecht. Und nochmal Krit Schaden. Ganz im Ernst, ich finde das hier mit dem automatischen Feuer erwidern eigentlich ziemlich geil. Ja, ich nehme das mit dem Feuer erwidern. Das ist... Also ihr seht, diese Kollegen von Eversource scheinen sehr auf das Kontern von Gegnern ausgerichtet zu sein. Also die hauen halt einfach immer zurück oder parieren immer. So, und jetzt hier noch seine Rüstung. Blitzschnelle Reflexe. Diese Einheit kann nicht mit automatischen Fähigkeiten anvisiert werden. Also auch die ignorieren Overwatch und dergleichen. Dann können wir hier noch mehr Lebenspunkte geben. Hier haben wir stattdessen etwas Besonderes. Passive Kriegerausrüstung. Diese Einheit verfügt über einen zusätzlichen passiven Ausrüstungsslot. Also mehr Sachen, die wir mitnehmen können. Oder Resistenzen. Wir sind also gegen Nachteile 15% resistenter. Ah, Schinter meint, dass das die Typen sind, die man schlafen legt, bis man braucht, weil die kompletten Kampfdrogen vollgepumpt sind. Die kann man nicht frei rumlaufen lassen, willst du damit sagen. Die kann man nicht frei rumlaufen lassen. Immun, geschwächt, deaktivieren, Nahkampf. Diese Einheit ist Immun gegen geschwächt und deaktivieren. Nahkampf, die kann diese Nachteile nicht erleiden. Also wir können nicht geschwächt werden und wir können auch den Nahkampf nicht verlieren. Das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so blöd bei jemandem, der sehr, sehr krass auf Nahkampf ausgelegt ist. Ich glaube, dann nehme ich das da. Ja, dann ist das ganz, ganz klar. Und dann haben wir noch seine Kriegerausrüstung. Die Frage ist, was nehmen wir denn da? Ja, mehr maximal. Boah. Wie viel Leben hat denn der? Der hat ja von Hause aus schon 18. Okay. Okay. Nicht schlechter Specht. Das ist ja mal krass. Nee, ich nehme, glaube ich, hier dieses Skriptteil damit. Okay, zurück, zurück, zurück. Also wir haben unsere nächsten Typen. Den finde ich ganz, ganz gut. Und Sven meint, Eversaur werden so mit Kampfdrogen vollgepumpt, dass sie 99% ihrer Mission nicht überleben. Ja, der wahrscheinlich schon, weil er so viele Lebenspunkte hat. Ah, dann haben wir den nächsten Ritter jetzt hier am Start. Wie lange braucht eigentlich hier noch die Forschung? Die ist, läuft vier Tage. Würde also noch brauchen. Ich glaube, hier schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig hin, oder? Ich probiere es einfach. Und genieße in der Zeit meine Melone. Sef meint, und sie explodieren laut Lohr, wenn sie sterben. Ähm, Membuto, das ist ein vorgefertigter Speicherstand von den Entwicklern, damit ich euch all das zeigen kann. Also diese verschiedenen Assassinen und so weiter und so fort. Das ist das Ziel hier. Die wollen, dass ich euch das zeige. Das ist jetzt nicht regulär gespielt. Okay, Kommander, während du beschäftigt warst, habe ich die taumische Verteidigung der Seuche untersucht und eine Schwachstelle gefunden, die wir durchdringen können. Es ist ein kleiner Fortschritt, der ausreichen sollte, deinen Ritter da unten bescheidenen Hilfe zukommen zu lassen. Aber ein kleiner Riss kann zu einer klaffenden Spalte werden, wenn genug Druck ausgeübt wird. Okay, wir können jetzt also eine neue Forschung machen oder Gefechtsoptionen. Stimmt, genau, das können wir auch nochmal ein quicklebendig. Psyonisch, versiere einen Ritter an, der plus zwei AKP bekommt. Die nächste Forschung. Versiere einen Verbündeten an, um alle zu heilen. Oder aber wir machen das da. Ja, normalerweise hat man auch diese Pox-Saaten auch bei weitem nicht. Ich erforsche jetzt deswegen das da jetzt hier. Ähm, es gibt gerade leider nicht viel, was wir tun können, außer zu warten. Ich würde tatsächlich wieder hier hin zurückgehen. Einfach irgendwo in der Mitte stehen, damit man auf diese ganzen Dinger hier reagieren kann. Wieder ein Blütenwachstum erkannt. Dann reagieren wir mal wieder. Oh, das... Ja, schnell hier dahin. Kommando, meine Begriffe zeigen, dass du eine Exzessive Stockpile von Befouled-Seeds unter deinem Schiff hast. Die Verwendung von Korrupten Artefakt ist manchmal eine Regrettable Necessity, aber sie sollten sich für ein klarer und essenziales Ziel beitragen. Nicht coveted, wie Trinkets. Ich verabschiede, dass du deinem Verwendung unser hart-earnten Forschungsmaterial in die Blüten. Diese Säden sind notwendig, um diese Gefahr zu beantworten. Kommander, die verabschieden mit Kai's Reaktion, kann uns mit den Grandmastern in favoriten bringen. Ich finde es übrigens witzig, dass das Spiel jetzt gerade eben realisiert, hey, du hast so viele Gensaaten. Es ist nicht gut, dass du so viele Gensaaten hast. Ne, äh, ich weigere mich, die Gensaaten zu zerstören. Ich will noch mehr zeigen. Ja, jetzt hilfst du mir nicht mehr, toll. Hm, ähm, ja, der Hauptgegner hier ist Nerdy. Man hat nur ein Raumschiff. Du hast dieses Raumschiff, kannst aber natürlich mehrere Grey Knights aufbauen und mit dem DLC hast du dann auch die Assassinen. Ab morgen. Hm. Das Blütenwangen suchen und zerstören. Mission ohne kritische Verletzungen gewinnen. Das dürfte machbar sein. Also, äh, wir, wir aktivieren das jetzt hier. Und werden jetzt hier wieder den einen austauschen. Ja, 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 Spiel ist in Ordnung. Äh, Gefechtsoption. Ist in Ordnung. Ja, ja. Gut. Hier habe ich nicht mehr. Also, zurück. Jetzt werden wir dich hier austauschen. Gegen dich. Das wird witzig. So, und dann muss ich den hier noch austauschen. Deshalb lade jetzt hier verletzt, der Kollege, der Apothekarius. Ein Ritter auswählen. Austauschen. Gegen. Ich müsste doch eigentlich einen mehr haben. Jonas Peleas. Ich müsste einen mehr haben. Warte mal, bin ich gerade da? Wo haben wir denn? Der da, der Gunder. Genau, den Gunder haben wir jetzt dabei. Gut. Dann starten wir die Mission. Also, wie gesagt, wenn ihr euch für den DLC interessiert, Leute, müsst ihr mal Ausrufezeichen Assassin's in den Chat machen. Da bekommt ihr dann die Info direkt bei Steam. Müsst ihr einfach nur draufklicken. Also, ich gebe zu, den Typen habe ich jetzt selber auch noch nie erlebt. Wie der aussieht. Moment. Also, der hat wirklich einen lustigen Schädel. Er hat 18 Lebenspunkte. 3 AP und Nahkampfangriffe hier. Henkerpistole. Feuer über eine Reichweite von 12 Offenzialen für Ursache für Schaden. Stimulantien. Da habt ihr eure Kampfdrogen. Erlange einfach ein AP. Kostet aber 2 Lebenspunkte. Also, der geht auf Lebenspunkte. Der saugt sich selber die Lebenspunkte raus und macht dann mehr Aktionspunkte. Und lasst mal noch dieses Durchdrehstimulantien. Wähle eine beliebige Anzahl an Zielen. Einen gültigen Zielort innerhalb von 12 Reichweite, um alle Ziele mit Bluten zu belegen. Bluten plus 4. 100% Trefferchance. Okay. Erlange ist in dem Moment immun gegen automatische Fähigkeiten. Ja. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie wir den jetzt hier gleich einsetzen. Können wir da runter gehen oder wir gehen da rüber. Ne, ich gehe jetzt erstmal da runter. Da ist gerade keiner. Ja, also ohne Witz, die Assassinen sind sehr brauchbar. Das glaube ich auch, ja. Die gehen ab wie Schmidts Katze, habe ich so das Gefühl. Also, die ergänzen die Fähigkeiten der Grey Knights. Die finde ich schon sehr geil. Weil das war damals so ein bisschen das Gefühl, dass ich beim Grundspiel hatte. Ich hätte manchmal gerne einfach einen gehabt, der sich durch diese Zone bewegen kann. Also durch die Overwatch-Szene oder der einfach nochmal ein bisschen weiter schießen kann. Und das hast du normalerweise nicht so leicht im Grundspiel gehabt. Aber jetzt, das sieht ganz gut aus. Einfach von der Leine lassen. Der macht das schon. Die Frage ist, ob er aber lebendig zurückkommt. Das sieht so aus, als ob da schon irgendwie eine Party abgegangen wäre hier. Ich sage es euch. Also wir machen das jetzt einfach rein aus Prinzip, weil so öffnen wir Türen. Auch wenn es keinen Sinner gibt. Kann ich da noch? Nö. Ja, ja, Teleports können wir auch theoretisch machen. Also der mit den Doppelschwerden kann auch teleportieren, klar. Nee, ich glaube, wir können wieder hochgehen. Lebendig zurückkommen, doch nicht der Eversor. Ich bitte dich. So. Ich stelle mir ja gerne unmögliche Aufgaben, ne. Aber jetzt wissen wir auch, warum der so viele Lebenspunkte hat. Das macht dann schon Sinn. Dass der hier die Lebenspunkte aufopfert, um noch mehr Aktionen zu bekommen. Das heißt, es könnte sich halt bei ihm auch lohnen, noch mehr Aktionspunkte dadurch zu generieren. Indem man noch mehr Lebenspunkte ihm anheim kommen lässt. Wir hatten ja vorhin die Möglichkeit, ihm vier weitere Lebenspunkte zu geben. Das hätte sich schon gelohnt. So, schleich mal vor, mein Freund. Immer noch keinen Kontakt, okay? Der kommt nie und nimmer auf Level 2. Du meinst, es widerspricht so ein bisschen den Lehren von Eversor. Du hast dann versagt, wenn du es schaffst, einen Rangaufstieg zu erleben. Mit Betonung auf Leben. Du gehst hier hin. Wir werden es jetzt gleich rauskriegen, wie schlimm es ist mit ihm. Ob er das überleben kann. Wo sind die denn? Also ich kann auf jeden Fall hier runterspringen. Wie der lacht, ey. Also er ist schon ein bisschen im Psycho. Da hinten sind sie jetzt. Ja, sanse Freunde. Also sammelt euch mal alle hier. Die Frage ist, ob er klar genug im Kopf ist und realisiert, dass er lebt. Oder nur noch nicht verstanden hat, dass er tot ist. Also dann warten wir jetzt hier, beziehungsweise dich könnte ich eigentlich noch mal einen Schritt weiter gehen lassen. Weil ich muss ja jetzt offensichtlich sowieso hier runter. Aber das sollen sie gemeinsam machen. Mörber, erinnst du dich an deine Chemiepraktika an der Uni? Da gab es auch noch den Abfallcontainer für Chemikalien. Das ist die Eversor-Forststufe. Ach so. Ah, jetzt weiß ich auch immer, wo wir die Chemieabfälle hingebracht haben. Ich dachte, die kommen auf den Chemie-Müll. Aber offensichtlich wurden die dann hier recycelt. In Assassinen. Das eröffnet natürlich eine komplett neue Perspektive. Die Frage ist bloß, Schwermetall oder nicht Schwermetall zu kennen? Namensstark, grüß dich. Beides. Ach so. Das wird dann einfach wieder zusammengekippt. Und uns haben sie das mühsam trennen lassen. Die Schufte. Warum haben wir uns diese Mühe gemacht? Jetzt haben wir Kontakt. Jaja, das ist schön, dass das Spiel mir das jetzt hier alles beibringen wird. Ach komm, ich mach das einfach mal. Jetzt nutzen wir ihn doch gleich schon mal radikal. Ach, ich kann das nur mit Rittern machen. Ach, guck mal, man kann das hier wirklich nur einen Ritter anwählen damit. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Also ich kann den jetzt hier einfach im Nahkampf angreifen. Komm, wir machen das mal. Was soll schon passieren? Oder kann ich das hier machen? Ah, nee, das geht nicht. Die Frage ist, muss ich das zuerst machen oder kann ich erst angreifen? Egal. Wir finden es raus. Wir finden es raus. Ausweiden. Was macht dieses Ausweiden? Also ich, wenn da schon dran steht, Ausweiden, bin ich dafür, dass wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich mach jetzt mal, dass ich einen Lebenspunkt jetzt hier generiere. Einen Aktionspunkt. Ich hab wieder einen Aktionspunkt mehr. Aber ich kann es nur einmal pro Zug benutzen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Den Stab deaktivieren. Und jetzt bin ich dafür, dass ich einfach mal diese Durchdrehstimulantien benutze, weil das kostet ihn drei Lebenspunkte. Ähm. Moment. An den komm ich nicht ran. Und dann muss ich mir noch einen sicheren Ort suchen. Hier hinten. Ja, dann. Jetzt haben die alle Blutungen jetzt hier bekommen. Okay. Gut, 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 gut. Also die bluten jetzt alle. Das finde ich gut. Ja, Commander. Leider kann hier keiner teleportieren gerade eben. Ich kann auch gerade eben keine Granate werfen, dass die irgendwie hier sinnvoll landen würde. Gehst du da hin? Da kann ich nicht angreifen. Wir machen das jetzt hier auf diese Art. Dann können wir hier vielleicht sogar eine Granate werfen. eine Fragmentgranate. Eine Fragmentgranate. Sie wird sehr fragmentierend jetzt wirken. Da fliegt's. Da fliegt's. Das Ei. Bye, bye. Ja. Boah, aber guck mal, der hat wirklich die Hälfte seiner Lebenspunkte schon eingeblüßt. Oh shit. Hahaha. Vielleicht kriegen wir den wirklich nie wieder nach Hause. Möglicherweise habe ich's übertrieben mit ihm. Äh, geheiligte Todeszone schaffen wir auch nicht. Kann ich noch irgendetwas tun, um dem armen Kerl dahinten zu helfen? Ich fände's voll gut. Ja, komm, wir rennen da hin und werfen nochmal eine Granate. Hey, Josh, grüß dich. Schönen guten Tag. Hi, auf Frankie Time. Okay, also, Fragmentgranate. Wir fragmentieren jetzt die Gegner. Ja, Commander. Jetzt gebe ich zu, verschwende ich natürlich die Sache mit der Blutung schon sehr, sehr radikal. Ne, das hätte man auch anders machen können. Das muss ich jetzt zugeben. Dadurch, dass ich die Zeit einfach damit umgebracht habe. Aber ich probier's ja grad eben noch aus. Jetzt nagelt er uns hier wieder fest. Er hatte zumindest Spaß, genau. Das ist ja offensichtlich das Wichtigste. Und dass er Spaß hatte. Ja, aber... Schon hat er das Problem gelöst. Er hat das Problem gelöst. Und das ist alles, was zählt. Und jetzt bräuchte man halt noch einen Apothekarius, der ihn wiederherstellt. Wenn wir unfair spielen wollen. Gut, wir haben jetzt keinen Apothekarius in dieser Runde gerade eben dabei. Er hat sich ge... Er hat sich tatsächlich geheilt. Oh. Möglicherweise heilt sich der Kerl, wenn er jemanden killt. Das hab ich jetzt gerade eben nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt. Durch den Kill, ja. Er hat sich durch den... Also der hat sogar so ein bisschen vampirische Kräfte, der Kerl. So halbvampirischen Kram. Ich bin hier, um sie zu servieren. Hmm, wir gehen da hin. Auf meinen Weg. Ich finde, da mein, wenn der so weitermacht, bekommen wir heute Abend Mettbrötchen. Das gute alte Mett. Von, ähm... Eversaur. Eversaur Mett. Wer kennt es nicht aus der Werbung? Da vorne haben wir theoretisch wieder Kontakt. Shogania meint, das mit der Heilung ist mir neu. Ich nehm's trotzdem. Meine Blase ist yours. Also es hat mich jetzt... Ich bin auch ehrlich gesagt überrascht. Das hab ich jetzt nicht rausgelesen gehabt aus dem... Oder ich hab's vergessen. Möglicherweise hab ich's auch vergessen gehabt. Ich hab jetzt absiedlich schon mal da hingestellt. Weil wenn er jetzt hier in diese Deckung vorläuft, würde er sie wahrscheinlich aufdecken. Dann geht ihr jetzt da hin. Der tritt auch einfach die Tür ein. Der Kerl. Der lustige Knilch. Oh, habt ihr Unwetter gerade eben in Berlin im Salkas. Ähm... Jetzt gehst du noch da hin. Aber richtig. Okay, krass. Jetzt haben wir Kontakt. Bei uns ist es ruhig draußen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass er wenigstens noch bis dahin läuft. Na egal. Also... Wir haben wieder Kontakt. Und das Schöne ist, guck mal, wir haben jetzt halt hier mehr Granaten zur Verfügung. Ich kann jetzt also sehr viel radikaler die Granaten jetzt hier nutzen. Boom! Zwei Stück sind runtergefallen. Ich vergaß, dass es passieren kann. Ich kann jetzt das ja direkt wieder machen mit der lustigen Blutung hier. Ach nee, guck mal. Weiter geht das nicht. Also wir haben da eine Einschränkung. Wie sehr wir das machen können. Äh... Ja. Zack. Nein, ihr seht, er löst halt nicht diesen, ähm... Den Ding ist ja auch. Ja, und er... Er heilt sich tatsächlich hoch mit der Attacke. So, das ist die große Preisfrage. Kann ich das jetzt hier machen und dann da hin? Und dann muss er sich halt irgendwie noch in Sicherheit beamen. Naja, Sicherheit ist bei denen sehr relativ. Sind wir mal ehrlich. Machen wir mal. So, genau. Jetzt haben wir die Blutung. Und er... ...geht jetzt einfach mal da hinten hin. Tschüss. Ja, das doof ist, ich würde es hier auf jeden Fall durchrennen müssen. Geh mal da hin. Hast du eine Chance, den zu treffen? Nein. Dann kannst du es aber da hingehen. Das würde ihn treffen. Das dürfte ihn nicht treffen. Oh, doch. Okay, da... Da wurde ich jetzt aber nicht gewarnt. Da waren nämlich jetzt gerade eben nicht die roten Lebenspunkte. Wie unhöflich. Spiel, warum lügst du mich an? Ich will jetzt ihm ja eine draufbrennen. Wenn es nach mir geht. Das werde ich gleich sehen, Daishim. Das werde ich gleich sehen. Deswegen lasse ich den absichtlich da drüben jetzt hier mal an der Blutung sterben. Das ist quasi der Feldtest. Den ich jetzt hier gerade eben durchführen möchte. Er ist verbrannt und geblutet. Au. Also wir haben glaube ich gerade eben erfolgreich auch pariert. Weil wir haben ja so eine 100% Chance auf Parieren. Boah, wie viele kommen denn da? Er hat sich jetzt sehr viele Freunde angelacht. Sehr viele. Aber jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn es hier den hier tötet. Also wie sehr halt ihn das hoch? Ich habe keine Ahnung, was das Ausweiten macht. Greif an den Angrenzen zählen und verursache vier Schaden für den Schaden erhöhten den Bluten. Siehst du, nach dem Bluten wird entfernt, Grit. Ach stimmt, das Ausweiten war, man benutzt das Bluten. Für extra Schaden. Das hat ihn leicht geheilt. Das hat ihn leicht geheilt. Aber man kann, wenn man ihn einmal hier alle Aktionspunkte benutzt hat, nicht mehr anwählen. Das heißt also, wenn man eine weitere Aktion machen will, muss man das machen, bevor man die letzte Aktion verbraucht hat. Das ist gut zu wissen. Naja, das sind noch die Anfängereinheiten hier, ne? Also das sind die Pliege. So schwer sind die nicht. Aber der Eversword hat auf jeden Fall hier ein gewisses Potenzial hier. Sehr dominant gegen die Gegner vorzugehen. Das seh ich auch so. Krieg ich dich irgendwie da drüben? Komische Knilch. Ich glaube nisch. Oder? Doch, geht. Einfach am Kollegen vorbeischießen. Das stört den schon nicht. Oh oh. Böse Blume. Böse Blume. Böse Blume. Böse Blume ist unter mir. Böse Blume ist unter mir. Der Schmerz steht unter mir. Alle gegnerischen Nahkampfangriffe verursachen Bewegungsunfähigkeit. Okay, einen Zug. Autsch. Autsch. Also gut, wir versuchen jetzt dieses 4 zu plätten. Geheichte Todeszone sorgt dafür, dass der jetzt schon mal leichter zu töten ist, weil er dann verwundbar wird. Ach, da bist du immun gegen. Schön. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Und jetzt müssen wir nachladen. Also das viel ist entscheidend immun gegen so das eine oder andere. Die Hammerhand. Gucken wir mal. Hau drauf. Plus 2 Schaden. Crit. Und wir hauen nochmal drauf. Ich will kein Psybolt machen, wir einfach nur angreifen. Ach egal, dann greift man halt einfach an. Oh, nochmal Sauerkraut. Hmm. Der ist hier leicht angeditscht. Kann ich von da aus? Ne, kann ich nicht. Von da aus vielleicht. Schießen. Warte mal. Ne, er hat keine Munition mehr. Also halten wir da drauf, was soll's. Das Vieh ist ganz schön weit weg. Nachladen. Das war's. Und jetzt kommt unser Evermore wieder. Ja, komm, ran an den Speck. Also die ist auf jeden Fall immun gegen Blut. Das können wir schon mal festhalten. Jetzt leihen wir uns nochmal von der Realität eine Aktion. Und können noch mal zweimal angreifen, dann haben wir das vier erledigt. Jawohl. Der hat sich halt wieder fast komplett voll gemacht, der Typ. Der hat sich wieder fast komplett voll gemacht. Das ist ja mal krass. Oh Mann. Also der, also die sind bis jetzt alle ziemlich krass, finde ich. Es fehlt uns noch einer in unserer Übersicht. Okay, wir haben auch das hier natürlich abgeschlossen. Das ist schön. Hier gibt's keine Belohnung, weil wir haben ja gesagt, dass wir unsere Blut nicht wegwerfen. Was ist denn der Typ da, ey? Er hat ein Level-Up. Leute, wir haben gegen die Lore verstoßen. Er hat Level 2 erreicht. Er bekommt jetzt Fähigkeit auf Rang 2. Das müssen wir uns übrigens auch noch angucken. Die haben ja andere Fähigkeiten, ne? Wähle eine beliebige Anzahl an Zielen und gültigen Zielort innerhalb von 12, um alle Ziele mit Bluten zu versehen. Also, die Durchdrehstimulantien hat er ja schon. Ach, der war sogar schon Level 2. Genau. Bio-Schmelze. Dies verursacht jetzt plus 5 Schaden. Henker. Wenn diese Einheit getötet wird, verursacht sie eine Explosion, die 10 Schaden über einen Bereich von 4 verursacht. Henker. Wenn diese Einheit ein Ziel hinrichtet, erlangt sie plus 1 AP. Tötungstrieb. Wenn diese Einheit einen Gegner mit einem Nahkampfangriff zerstört, heilt sie sich um 20% der feindlichen maximalen Lebenspunkte. Das haben wir erlebt, Leute. Und jetzt kommen wir auf Level 3, der Neuro-Handschuh. Wähle ein Ziel innerhalb der Reichweite 1 und verursache gelähmt für einen Zug. Große Einheiten können nicht anvisiert werden. Also, wir können den Gegner jetzt hier lähmen. Hämatose. Wenn diese Einheit ein Ziel mit einem Crit trifft, verursacht sie auch Bluten. Also, noch eine weitere Chance, um Bluten zu verursachen. Hey, Kettenlager. Grüß dich. Danke für den Reset im 54. Also, die nächsten Fähigkeiten freischalten. Sehr, sehr krass. Bestätigen. Und dann würde ich sagen, wir holen uns noch den letzten. Dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit. Guck mal, also das darf ich mir jetzt hier nicht holen, aber ich darf mir noch die hier holen. Die Clara Talk. Das ist wohl eine Familie. Das ist jetzt ein Kalexus-Assassine. Den können wir uns auch mal gerade mal angucken. Und Dankeschön auch an Grimus für deinen Primeshub im 4. Dankeschön. Sieht ein bisschen aus wie der Xenobor auf der Typ. Okay, also. Der hat ein Animus-Spekulum. Feuere über eine Reichweite von 10 auf ein 10 und verursache 4 Schaden. Das sind die so artillerieartigte Typen. Das ist interessant. Animus-Spekulum. Er kann aber auch eine Nahkampfwaffe haben, so wie es aussieht. Nee, es ist ausgegraut. Okay. Also, aktiviere, um Schaden in der Höhe der aktuellen Willpower zu diesem Distanzangriff hinzuzufügen. Also, ich kann noch Willenskraft benutzen, um noch mehr Schaden zu machen. Zurückweisung. Das hier sorgt dafür, dass wir... Diese Waffe verursacht plus 2 Schaden gegen dämonische Ziele. Das ist eine Sie. Ja, ja, ja. Sie heißt ja auch Clara. Das ist klar. Dann automatisch erwidertes Feuer. 100%. Wenn diese Einheit von einem Gegner beschossen wird, hat sie eine Chance von 100% automatisch das Feuer zu erwidern. Bin sehr gespannt, mit was. Diese Einheit hat plus 10% Konzentration. Wodurch ihre Chance erhöht wird, aber das ist noch nicht aktiviert. Aktivieren, um Betäubung in der Warpladung. Aktivieren, um Betäubung in der Höhe der aktuellen Willpower hinzuzufügen. Ja, dann ist ja das hier die einzige Waffe, die aus meiner Sicht Sinn macht. Weil das ist die einzige, die funktioniert. Nahkampfwaffe geht nicht. Dann die Rüstung. Das ist der normale Rüstungswert. Dann haben wir hier nochmal für mehr Lebenspunkte. Diese eine kann mit automatischen Gefängnissen nicht anvisiert werden. Also die können auch nicht anvisiert werden durch die automatischen Attacken. Zuflucht des Schattens heißt dieses Ding hier. Das erhöht die Willenskraft um 1. Und hat noch einen bösartigen Angriff. Die Fähigkeit lebensraubende Berührung. Diese Einheit erlangt plus 1 Schaden. Exanima. Diese Einheit hat plus 2 maximale Willenskraft. Kann irgendwann mal noch Verbesserungen bekommen. Diese Einheit hat plus 10% mehr Konzentration. Bla bla bla. Dann bin ich der Meinung. Ich finde diesen Lebensraub interessant. Ich nehme mal das da. Einfach wegen diesem bösartigen Angriff. Das sieht witzig aus. Der hat auch schon eine Fragmentgranate dabei. Das passt für mich. Dann werden wir jetzt den mal ausprobieren. Genau. Das ist ein bisschen so ein Predalien-Typ. Oder eine Dame. Eine Predalien-Dame. Irgendwie sowas. Dann zurück zur Sternenkarte. Jetzt gehen wir... Die Frage ist, schaffen wir das da hin? Ich versuche mein Glück. Da fliegen wir. Guten Abend an Raven Falls. Grüß dich. Ich versuche mein Glück. Ich versuche mein Glück. Aber was mich verhänt, ist, wie es so schnell wird zwischen Solar Systemen verhänt. Ich habe eine Ente-Diction-Order für diesen Sektor gestellt. Interplanetary-Travel wird beheraus. Mit dem Emperor's mercy, es wird uns ein bisschen Zeit verhänt. Denial. Das Bale-Fort-Edit ist viel zu verhänt, um eine neue Kampagne zu beginnen. Und zwar muss es. Diese Blume ist bereits riecht. Erhöhung schnell nach einem direkten Ziel. Würde Sie wirklich auf die Trillions von Säulen die Plague-Gott verbreitet? Nein, aber wie Sie sagen, dass wir es stoppen? Diese Siede radiert eine psychische Imprint von dem, was ich glaube, ist eine Art von Origen. Mit weiteren Forschung, kann ich diese Location beobachten. Ich würde lieber sie einfach purgen. Das ist die Unterschiede zwischen uns, Purifier. Du bist der Hammer, aber ich bin der Wettbewerb für ihn. Die Blume-Gott verbreitet. Die Blume-Gott verbreitet wird nun die einzige Leid-Gott verbreitet. Wenn ich diese Siede radiert, dann kann ich diese Siede radieren, dann können wir diesen Weg folgen, und verbrechen die Säulen der Blume-Gott. Challenge? Du hast gesagt, Siede. Du verbreitet viel von nur einer. Du bist richtig, Tech-Priest. Ich brauche mehr. Eine ist nicht genug, um meine Theorie zu verbreiten. Kommander, du musst senden aus deinen Knights, um mehr zu verbreiten. Du hast uns über den Sektor mit mehr dieser Korruption in meinem Bezug. Ich glaube, es ist weit von idealen, Dominus. Aber wenn der Inquisitor die Säule dieser Korruption aufzunehmen, dann sage ich, dass wir mit ihrer Request verbreiten. Affirmativ. Excellent. Wir haben kein Zeit, zu verbreiten. Also wir gehen natürlich weiterhin hier normal auf die Storyline, unabhängig davon, was das jetzt hier für ein Speicherstand ist. So, Forschungsprojekt abgeschlossen. Das ist gut. Wir können also jetzt hier die nächste Forschung gehen. Ich mache jetzt halt einfach die Forschung durch, die wir normalerweise jetzt hier nicht hätten. Ähm, was ist das hier? Zugriff auf Saat. Mission plus ein Saatextraktor-Serverschädel. Wir brauchen mehr Saaten, um die Blüte zu verstehen, aber sie haben sich als frustrierend unbeständig erwiesen. Ich glaube, ich könnte Spezialwerkzeuge entwickeln, die uns helfen, die komplett zu extrahieren, bevor ihr Träger zerstört werden. Ja, ja, das forschen wir jetzt also mal. Okay. Also, wieder zurück auf der Mission hier. Und jetzt testen wir mal den letzten. Äh, da. Oh. Ich habe studiert Ihre Report in detail, Inquisitor. Es ist klar, die Servanten der Plague-Gott haben mehr aktiv in Ihre Sektor. However, da gibt es wenig evidence zu sagen, dass es sich auf die scale einer Galaktik-Pandemie entwickelt hat. Wenn ich bitte? Nicht. Ich bin ehrlich, die Bale-Full-Edicht ist zu verabschieden, um in mehr... ...Aktive Theatres zu sein. So, ich werde für den Moment permiten es weiterentwickeln unter Ihren Geist. Kann ich, dann? Nein, Sie nicht. Ich versuche Ihnen, die benutze von meinem Schiff zu halten Ihre Histrionics, zu einem minimum. Aber das ist die Grenze, von meiner Generosität, bis Sie eine bessere Beziehung für diese Theorie von Ihren Geist. Ich versuche, dass, in der meantime, Sie werden aus dem Kommanderts-Way und lassen ihn, den Imperium zu sein. Er ist meine Forschung aus der Hand. Der Grandmaster ist kein Freund zu der Inquisition. Wir sind nicht alle in dieser Eterne Kriege? Die Grey Knights haben als Militant für 10.000 Jahre. Aber Varden Kai hat eine sauer Geschichte mit Ihren Ordnung gehabt. er ist ein Mann des allgemeinen Prinzipien. Wenn wir deutlich quantifieren die größte Herausforderung dieser Pläge, bin ich sicher, er wird mehr Unterstützung. Kommander, was würdest du machen? grüß dich, genau, stimmt, der Typ, der gerade auf dem Bildschirm war, der wird von Andy Serkis gesprochen, richtig. Ja, wir schicken jetzt eine Saat, komm. Gut, ja, wie gesagt, in dem Speicherstand haben wir das Problem ja nicht. Äh, Fernkampfrequirierung. Ach, hier gibt's übrigens auch, wie ihr sehen könnt, jetzt hier Sachen für das Offiko Assassinorum. Biete den Assassinorum Tempel etwas an, damit du dir einen erweiterten Zugriff auf die Arsenale sicherst. Verbessere deine Offiko Assassinorum Requirierung, damit deine Assassinen eine vielzeit überlegende Ausrüstungsgegenstände nutzen können. Ich glaube, das machen wir mal. Das bieten wir jetzt mal an. Ja, das haben wir jetzt mal gemacht. Gucken wir mal, ob das was taugt. Hab ich ja schon alle. Ja, aber das ist halt ja auch Ausrüstungsgegenstände Sarkas. Ich glaube nicht, dass ich schon alle möglichen Ausrüstungsgegenstände habe, oder? Oder habe ich schon alle? Also ich meine, dass da eigentlich mehr existieren müsste. Zumindest früher bei den Rittern hatte ich das Gefühl, dass da mehr existiert. So, dann zeig ich euch mal ja, den, den nächsten Dude. Mit nur drei Einheiten gewinnen. Das ist mir grad egal. Also, jetzt kommt erstmal der Tibor Fang jetzt hier raus. Wir tauschen jetzt hier den Ritter aus und haben jetzt hier die Clara dabei. Wir haben die Clara dabei. Und den Rest der Truppe können wir lassen, weil die wurden nicht wirklich verletzt beim letzten Mal. Müssen wir starten. Vielleicht gibt's Digital Waffen, mein John. Vielleicht, ich weiß es nicht. Sie werden die noch krasse Knorke, die Todeskult-Assassin. Äh, ne, Zauberer, das wurde mir gesagt, das sollte ich nicht machen, weil die Assassinen sind ohnehin schon sehr, sehr stark. Also zumindest nicht mit diesen Speicherständen, wo ich die so easy bekomme. Denn im normalen Fall ist es glaube ich so, dass ihr schon ein bisschen was machen müsst, um natürlich noch mehr Assassinen zu bekommen, ne. Ähm, also was kannst du denn? Du kannst also jetzt hier annullieren. Dafür braucht ihr aber Willenskraft und sie hat null Willenskraft. Visiere einen Warp-Riss in einer Reichweite von 1, um ihn zu schließen und das Eintreffen feindlicher Verstärkung zu verhindern. Okay. Das heißt also, ich kann jetzt diese... Mit der muss ich erstmal überhaupt Willenskraft aufbauen, um hier coole Sachen zu machen. Also das heißt, sobald diese Blüte kommt und so ein Warp-Riss kommt, kann sie das jetzt schließen. Wie mir scheint. Also ihr geht jetzt erstmal davor, Freunde. So. Genau, und du bist hier. Ich beende mal absichtlich den Zug, weil ich möchte mal gucken, wohin das führt. Ähm, go. Ja, die sind jetzt halt da oben. Das kann man als ungünstig ansehen, dass sie so weit weg sind. Wild Hound hätte ich in Orion. Kann ich halt jetzt erst nach dem Kampf... benennen. Hier, wie du sagst. Just wait. Just wait. Okay, okay, okay. Also sie kann natürlich jetzt hier auch ganz normal angreifen. Ähm... Ich geh mal da hin. Warp-Ladung. Was macht diese Warp-Ladung? Okay, kann ich nicht machen, weil ich keine Dingens habe. Verdammt. Ja gut, dann greifen wir einfach mal an. Okay. Autsch. Du wirst sterben. Man hat's jetzt leider nicht gesehen, was sie da so treibt. Aber es wirkt so, als ob sie mit so einer Art Schrotflinte durch die Realität ballert. Da kann ich leider nichts treffen, da auch nicht. Hm, schade. Oder aber ich werfe gleich wieder eine Granate. Das machen wir doch so gerne hier. Granaten werfen. Nee, du gehst da hin. Und dann machen wir das so. Brennt in dem Universum sowieso nicht immer alles. Es ist verleumdend. Arkadol. Sie geben sich doch echt Mühe, die Realität zu retten. Ich ja, du grüß dich. Naja, stimmt. Er macht so hässliche Zauber-Sachen und Dach sieht denn jetzt hier. Der hat sich gleich mal beim Durchlaufen an der abgedrückt. Au. Doppelau. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich noch nicht so richtig verstehe, wie die funktioniert mit ihren Willenskraftfähigkeiten. Wie baut die jetzt Willenskraft auf? Warte mal, warte mal, warte mal. Was passiert jetzt? Jetzt weiß ich, wie sie Willenskraft aufbaut. Sie geht in den Nahkampf und lutscht sie aus. Macht sie das immer? Bekommt sie immer Willenskraft dann? Oder annulieren? Dann können keine Vorteile genutzt werden. Also, sie kann jetzt hier dieses Annulieren benutzen. Visiere mit einer Explosion einen Bereich von 3 in einer Reichweite von 10 an erfasse Gegner. Können keine Vorteile nutzen. Ne, ich will erstmal nochmal jetzt hier ran und gucken, was passiert. Ob sie jetzt nochmal die Willenskraft bekommt oder ob sie dafür jemanden töten muss. Äh, das sehen wir in der nächsten Runde. Oder ne, jetzt? Ne, sie muss dafür jemanden töten. Okay. Die muss dafür jemanden töten. Der ist down. Dann suchst du den jetzt hier auch noch als Nahkampfgegner. Zack. Liegt's am Boden, hat keinen Bock mehr. Dann kannst du jetzt noch auf den hier draufballern. Der ist jetzt aber auch schon betäubt, wie man jetzt hier gerade eben sehen kann. Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Aber er ist jetzt auch schon tot. Das ging zum Glück daneben. Wie es jetzt wegschlurft und humpelt. Das macht ja irgendwas Fieses. Ich erinnere mich, dass die fiese Dinge getan haben, die Fieslinge. Ach komm, wir besuchen ihn jetzt einfach. Auf die gute Alde hart. Frontal. So kann ich mit dir jetzt an ihn ran und ihn töten? Vielleicht reicht das sogar. Wahrscheinlich aber ihr nicht. Die Fienden sind knapp. Und noch drauf auf den da. Also man merkt schon, man muss mit ihr die Kills machen. Damit sie die Willenskraft aufbaut. Damit sie die Willenskraft aufbauen können. Weil jetzt habe ich ja halt gerade eben eine Menge Potenzial, glaube ich, geraubt. Ja, wobei, jetzt hat sie drei Willenskraft. Das galt wohl auch so halt, was hier gerade passiert ist. Ist halt witzig, ne? Die beginnt halt mit Null Willenskraft. Oh! Natürlich guckt er ja durch das Fenster. Dadurch sehen wir jetzt den Feind durchs Fenster. Oh! Das müsste doch jetzt so ein Teil sein, was ich jetzt hoffentlich schießen kann. Ich werde es mal ausprobieren. Also kann ich das jetzt machen? Riss schließen. Sie hat den Riss geschlossen, ja. Genau. Genau das haben wir jetzt gemacht. Genau das haben wir jetzt gemacht. Ziemlich nett. Wenn ihr mich fragt. Weil das war ja bis jetzt immer sehr, sehr anstrengend, wenn die kamen. Mh, du bist hier. Und du gehst noch da rein. Und da weiß man nicht, welcher der vier am mächtigsten ist. Ja. In gewisser Weise haben die halt einfach alle eine krasse Spezialisierung, ne? Na komm. Tritt mal die Tür ein. Das sehen wir ja, was da drin jetzt ist. Ah, da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Jetzt ist die Frage. Was ist, wenn du den jetzt hier angreifst? Ne, das ist nicht so gut. Wobei, danach hat sie noch eine Aktion frei. Dann kann sie nochmal im Nahkopf angreifen und macht den Kill. Silenz. Also, die geht halt wirklich rein und macht einfach psionisches Gedöns, ne? Momentan hat sie jetzt hier drei von drei Willpower. Okay, warte mal. Ihre Willpower ist maximal gerade eben. Oh, warte mal, kann ich das hier Ding eigentlich in die Luft jagen? Das würde den nicht treffen. Ja, irgendwas ist ja immer. Ne, dann gehen wir von da oben aus ran. Dann gehen wir von da oben aus ran und können eine Granate da reinwerfen. Viel Spaß. Ein Zombie, sie schlurft das Hirnhaus. Genau. Ach Gott, da ist so eine riesige Pflanze. Oh, shit. Da ist so eine große böse Hesslon Pflanze. Dann kann ich nochmal eine Granate werfen. Viel Spaß. Da geht er down und der andere noch nicht so ganz, aber wenn er jetzt an den Rand geht, könnte es vorbei sein mit ihm. Ja, ist auch der Fall. Kann sie jetzt die Fähigkeit Baum unterdrücken? Ich weiß es nicht. Sie hat einfach die Fähigkeit brauner Daumen da, Ischi. Und dann geht der Baum einfach down, weißt du? Oh, wir sind erschöpft. Das war eine sehr, sehr erschöpfende Salve. Und sie haben jetzt übler Ausfluss. Oh nein. Das war immer besonders schlimm, diese Todeszone hier. Oh, no, 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 no. Da kann ich noch keine Granate hinwerfen. Ja, wir müssen jetzt halt näher ran, ne. Machen, was ich will. Ich muss näher ran. Also, bumm. Das war wichtig, weil jetzt kann ich den hier badabummen. Weil der Baum selber macht ja nicht so viel. Nicht so viel, was so ärgerlich wäre. Näher ran. So, warte mal, kannst du den von da oben aus jetzt noch beschießen? Ich probier's mal. Ich meine, wenn der tot ist. Shit. Ne, ich muss näher ran. Da musste ich näher ran. Jetzt ist die große Preisfrage, kann ich die hier direkt attackieren? Nein. Okay, ich muss hier außen rum. Damit ich nicht durch diese komische Pampe laufen muss. readying for the kill. Geht immer noch nicht. Na gut, dann. Dann nächste Runde. Der hat echt Glocken, ey. Oh, der macht Schaden. Ich bin schon zu nah dran. Das tut weh. Versiere eine Explosion in einem Bereich von 3 an... Ich versuche ihn mal zu annullieren. Mal gucken, was das tut. Sah cooler aus, ist aber nichts passiert. Wahrscheinlich, weil das Vieh immun ist. Nehme ich ganz stark an. Warpladung. Ich setze jetzt Warpladung ein. Das Ding ist auch dämonisch, deswegen mache ich extra Schaden. Go. Also, die macht wirklich so ein Psi-Bolt. Aus ihrem Gehirn. Auf das Vieh. Unleashing my eye. Okay. Wissen wir das jetzt auch. Verbrauch die gesamte Munition. Ich mach das jetzt mal bei ihm ja. So, jetzt lädst du mal nach. Jetzt hast du ihn gebufft. Und gibst jetzt dem Vieh eine mit. Komm, nimm den Psi-Bolt. Na, den Taschendrachen. Dann... Oh Gott, ich muss hier durch diese Suppe. Ne, dann schieß ich lieber. Mit Psi-Bolt. Jetzt muss ich dummerweise nachladen. Nochmal Psi-Bolt. Äh... Psi-Bolt. 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 Sturm. Der macht einen schlimmen Schaden. Dann laden wir nach und baden uns von übern Haufen. Psi-Bolt. Psi-Bolt. Und Spratz. Und es hat Spratz gemacht. Hier geht mal besser da wieder raus. Bevor, was auch immer das jetzt hier für die komische Bohnensuppe ist, euch noch anfällt. Hoch mit euch. Na, Abend Ranger, grüß dich. Go, go, go. Und da noch hin. Äh... Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten, Freunde. Oh Gott, ich kann hier nicht durchlaufen. Oh, shit, 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 shit. Ich möchte mir das echt nicht einfangen, was auch immer das ist. Ähm... Dann gehst du da drüben hin. Dann gehst du hier hin. Äh, Bursch, ich kann dazu überhaupt nichts sagen, ne? Also, ich bin, was die Lore angeht, von dem, äh, von 40.000 in den Details nicht firmen. Ich weiß nicht, äh, auf welcher Basis hier was psionisch ist und was nicht. Ich zeig nur das Spiel und den DLC, der morgen rauskommt. Äh, gehen wir hier durch. Ja, komm, wir gehen hier durch. Bäm! Bis jetzt sehr, sehr schmackofatzig, äh, Ranger. Also, die, die Assassinen, die, die wissen schon, wie man Rabatz macht. Definitiv wissen die das. Wir rücken noch weiter vor. So, okay. Dann gehst du noch hier hin. Da unten ist doch garantiert was. Dummerweise habe ich keinen Apothekarius dabei. Das könnte sich jetzt hier noch sehr, sehr negativ für mich auszahlen. Sehr negativ. Aber, dass ich noch nicht mal was sehe, ist interessant. Es ist Moses, der Tyler. Ja, genau. My blade is yours. Also, mir kommt die Map auch sehr bekannt vor im Vergleich zu damals, ne. Deswegen bin ich gerade eben echt... Äh, Stück für Stück. Wir gehen vorsichtig vor. Wir haben wieder eine Blüte. Und verlieren maximale Lebenspunkte. Okay. Dann gehst du jetzt hier runter. Hm. Boah, wie weit geht denn das noch? Das ist ja heftig. Man neigt ja bei diesem Spiel immer dazu, dann hier so radikal vorzustürmen. Obwohl das selten eine gute Idee ist. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist gut. Äh, dann gehst du noch dahin. Maximale Bewegungsreichweite. Tap, tap, tap. Immer noch kein Gegner. Langsam aber sicher bin ich verwirrt. Wo treiben die sich rum? Hier ist gar keiner, oder? Nee. Hier ist keiner. Wahrscheinlich sind es jetzt dann alle da oben. Hier. Ich rechne jetzt stark damit, dass sie da oben sind. Dann gehst du hier hin. Die haben Angst vorm Kulexus. Wahrscheinlich. Die haben sich alle verkrochen. Die wollen nicht hirnfrittiert werden. Ja, dann rennst du da ein. Dann gehst du hier. Und du hier. Wir gehen uns einfach Stück für Stück vor. Irgendwann werden wir schon Kontakt haben. Dann gehst du noch hier hin. Und du noch da hin. Da oben. Endlich. Endlich. Ach ja, die verseuchten das ja die gesamte Zone. Ich erinnere mich, dass die das können. Das schöne ist, dass die sich jetzt halt hier gegenseitig damit umbringen. Mach ruhig so weiter, dann habe ich weniger Arbeit. Okay, du kannst dich jetzt hier leider nicht bewegen. Das geht halt nur auf die Reichweite von 10. Warte mal, annulieren. Dann können sie keine Vorteile nutzen. Ich mach das jetzt mal hier hin. Mal gucken. Das sah gerade so aus, als ob das auf den Death Guard funktionieren würde. Also auf jeden Fall sind sie jetzt irgendwie gedubuffed. Und Pariah scheint sich um sie jetzt zu kümmern. Dann renne ich jetzt mal mit dir da drüben in die Ecke. Oh, das ist die Verstärkung. Oh, kacke. Wie weit kann ich die Granate werfen? So weit. Das ist weit genug für meinen Geschmack. Ich will, dass sie diese blöde Overwatch Sache aufhören. Ach stimmt, jetzt habe ich alles angezündet. Ups. Das war mehr, als ich machen wollte. Jetzt töte ihn einfach. Death to the ending. Ich bin der Presenter. Ich glaube, er sah das anders. Auf den kann ich nicht schießen? Von da kann ich auf den schießen. Nee, kann ich nicht. Weil er ist einfach zu sehr in Deckung. Na gut, dann halt nicht. Dann... Geheiliche Todeszone. Nee, die geheiliche Todeszone bringt mir jetzt in dieser Phase noch gar nichts im Leben. Also wir machen das so. Der alte Zündler Murp, ja genau. Hab Feuerchen gelegt. Oder wie Ralph Wiggum, ne? Der hat mir einen Kobold erschienen, der hat mir befohlen, alles zu verbrennen. Mist. Hm. Du kommst hier auch an nix ran. Ja nee, dann machen wir halt auch hier. Overwatch, warum nicht? Du kommst hier. Genau, Seuchen bekämpft man gerne mit Feuer. Das macht schon Sinn. Der hat sich aber gerade eben schon ordentlich gegrillt, der Dude. Also der hat echt Spaß damit in den Boden einzusauen. Das Ferkel. Das alte. Der kommt jetzt gar nicht mehr durch, weil alles brennt. Das ist der einzig Schlaue hier in dem Wurf. Ja, jetzt machen wir den Typen halt weg, ne? Was soll's? Hau weg den Kerl. Der grillt jetzt auch schön. Äh, ich komm hier gerade eben nicht durch. Das ist das Problem. Ich kann hier nicht durch, um den anderen irgendwie anzugreifen. Ja, dann laden wir mal nach. Ich habe sanctified meine Hände. Genau, Asio. Also ich kann tun, was ich will, ich komm an den nicht ran. Ich komm an den einfach nicht ran. Nee, dann duck dich einfach. Ich meine, mit dir komm ich hier wenigstens ran. Ohne mich einzusauen. Aber ich komm auch an den jetzt hier nicht ran. Also machen wir das jetzt einfach so. Sag mal, warte mal, kommst du an ihn ran? Du könntest von da... Aber dann triggert sie all das da drüben. Ich will aber nicht, dass sie all das da drüben triggert. Ich möchte das einfach nicht. Nee, wir warten, was er tut. Vielleicht rennt er durchs Feuer und dann haben wir keinen Stress mehr. Genau, er ist ins Feuer gerannt. Schlauer Kultist. Das hat er sich ins Feuer gestellt, der Typ. Und dann guckt er doch raus. Oh, war das gut. Das hat mir gefallen. Okay, wir können jetzt also hier reinlaufen. Genau, der Kultist brennt für seine Sache, das sehe ich auch so. Was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Großartig. Ich bin der Meinung, wir bleiben genau da, wo wir jetzt sind. Ich werde da glaube ich nicht hinkommen, um zu verhindern, dass das Ding aufgeht. Was ist dein Wille? Ich habe da so ein Gefühl bei. Ähm. Du gehst hier. Nein. Nein. Hallo? Ich will, dass du da hingehst. Danke. Okay. Du kannst schon mal auf... Der hält ganz schön was aus. Wie viele Aktionspunkte haben wir da? Wer... Ich kann auf jeden Fall einmal schießen und dann kann ich noch das Ding aktivieren. Okay. Dann kann ich noch ein, ähm, Overwatch machen. Wobei, ich könnte ihn auch einfach direkt töten. Wobei, das könnte auch jemand anderes machen. Ne, wir machen das so. Also du machst jetzt hier den Overwatch. Wir bestätigen das. Dann rennst du jetzt da runter. Geheiligte Todeschone. Mit Warpladung. Jetzt sind sie alle ein bisschen verwundbarer als zuvor. Und du rennst wieder zurück. Man muss ja nicht weiter gehen als notwendig. War wohl ein Burnout, genau. Äh, und dann können wir eine Granate hier hinwerfen und das wird eine großartige Sache. Ja, Commander. Der ist jetzt... ...auch explodiert. Okay, wir sind drei Gegner los. Und haben noch einen halben sehr an... ...einem halben sehr weh getan. Ähm... Du rennst jetzt noch hier hin. Dann kann ich sie noch dahin bewegen. Und sie kann auch noch eine Granate werfen. Have fun! Ja. Ich habe meine Zweifel daran, dass die noch viel bewegen, die Gegner. Der schlobt darüber, was will er denn? Ich glaube, er weiß selber noch nicht, was er will. Er scheint hart zu senken. Schön, dass es noch gelacht hat, bevor es starb. Ja, das ist jetzt das Problem. Oh, natürlich zwei ätzende Bande. Ne, ich mache das nicht im Nahkampf. Der wird jetzt hier im Fernkampf erledigt. Ist schon krass, ey. Hierfür muss ich halt leider näher ran. Was mich nicht glücklich macht. Aber ich versuche mein Glück. Warpladung macht halt die komplette Dinge. Aber ich mache erstmal einen normalen Angriff. Ohne Warpladung. Die Warpladung mache ich nachher. Verursacht Bluten. Damit fange ich gerade nicht so viel an. Sind wir mal ehrlich. Ne, die sind zu weit weg. Also runter. Die müssen erstmal rankommen, die Typen. Und dann können wir uns um sie kümmern. Ich lad mal nach. Ich habe sanftiert meine Männer. Äh, das weiß ich nicht, Eotar. Das ist ein Spielstand, der mir zur Verfügung gestellt wurde, damit ich euch die Assassinen zeigen kann. Ich weiß nicht, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Es könnte auch tatsächlich leicht sein. Mir wurde das nicht mitgeteilt. I don't have any clue about this. Dann gehst du noch da hinunter. Ja. Ja. Und jetzt bewegst du dich halt auch noch da runter. Dann habe ich alle da unten, die ich brauche. Ah, verdammt. Das ist immer verseucht. Ah, verdammt. Das ist immer verseucht. Autsch. Okay, ich habe aber nicht vor, da hin zu laufen. Der Typ ist ja witzig drauf. Also, wir gehen jetzt hier in den Nahkampf. Und hauen ihn. Wir machen mal seine Fernkampfwaffe weg, weil die stört mich enorm. Die stört mich enorm, ich sag's euch. So, den sind wir los. Jetzt haben wir halt dummerweise diese blöde Sache. Betroffen sich allein zwei Schaden pro Zug. Oh, wie lange hält das an? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht zu lange. Kann ich jetzt hier diese Blutungsgranate auf den werfen? Ich fände es voll gut. Ja, der blutet jetzt. Und jetzt versuchen wir mal die Warpladung zu benutzen. Hey Denzo, schönen guten Abend. Ich kann nochmal eine Warpladung machen. Ah ne, kann ich nicht. Ich habe keine Willenskraft mehr. Wir sehen jedes Mal, wenn ich was mache, geht auch meine maximale Willenskraft bei der Dame runter. Das ist, äh... Also sie hat auf jeden Fall aus meiner Sicht noch die krasseste Einschränkung in der Existenz. Kannst du auf den da wirken? Muss ich näher ran. Da muss ich irgendwie näher ran. Genau, die... Hans meint, ich bin dafür die Fragen mit dem Schwierigkeitsgrad konsequent mit dem Richtigen zu beantworten. Genau. Ja, der hat jetzt keine Muni mehr. Der soll jetzt hier erstmal ein bisschen fröhlicher ausbluten. Ich glaube, dass ich die Radikalkranate nicht benutzen kann, weil ich glaube, das 4 wird immun gegen Blutungen sein. Aber ich bin mal bereit, das auszuprobieren. Wahrscheinlich ist es immun gegen Blutungen. Ja, war klar. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Dann werde ich nächste Runde hier einfach eine geheiligte Todeszone machen. Und der Kollege hier hat jetzt demnächst ein ordentliches Problem mit seinem Leben. Befürchte ich. Klingt dem verdammten verseucht. Bitte bluten sie weiter. Das waren 4 Blutungspunkte. Die haben es schon in sich. Also wir setzen jetzt in die geheiligte Todeszone drauf. Das ist eine Bohrbladung. Weil der hier muss weg. Der muss ganz klar weg. Aber es blutet nicht, Eotar. Heißt das jetzt, wir können es nicht töten? Ist es das, was du mir damit sagen willst? Ich gehe jetzt in den Nahkampf mit dem Vieh. Oder auch nicht. Ich wollte eigentlich in den Nahkampf gehen. Moment. Und du machst jetzt hier den Nahkampf vollendend. Der muss ja nicht mehr mehr ausbluten. Okay, wir haben direkt gewonnen, ey. Direkt gewonnen. So, dele Leute. Hand auflegen ist tödlich. Ja. Jetzt will ich gerade hier nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht noch einen Weg finde, euch die anderen Sachen zu zeigen. Ja, wir bekommen jetzt halt gerade eben immer noch keine Belohnung, weil der Spiel uns dafür bestraft, dass ich hier nichts hergeben wollte. Das sind ein paar schöne Level-Ups. Wir befördern noch schnell die Leute. Was ist das hier? Sie fordert plus eins Schaden pro verbrauchte Munition zu gewähren. Oh, geil! Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, Freunde. Da kann ich nicht rein. Dafür muss ich erstmal das hier machen. Okay, die Förderung bestätigen. Dann haben wir noch den Gunder. Der Gunder? Der Gunder? Der hat ja schon ein paar Fähigkeiten bekommen. Psyonischer Segen. Visiere einen Ritter in einer Reichweite von beliebig an und transferiere ein Zugzüge die Rüstung dieses Ritters. Ignorieren Deckung. Ja, kann ich nicht machen. Mehr Rüstung. Mehr Rüstung. Einfach so bekommen. Visiere einen Ritter in einer Reichweite an, mehr Rüstung zu bekommen. Hm. Ne, das ist auch gar nicht schlecht, Rüstung transferieren zu können, wenn man so eine Rüstung hat. Okay. Gut. Jetzt ist halt im Moment, ich muss gerade eben mal ganz, ganz kurz mal raus taben, Freunde. Weil ich muss etwas schauen. Flupp. Ähm. Ob ich euch vielleicht noch einen anderen Speicherstand zeigen kann und will. Das ist halt die große Preisfrage. Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Weil das wäre natürlich schon interessant, ne? Also vielleicht einen anderen Speicherstand noch zu zeigen. Mit mehr Möglichkeiten, die diese bieten. Wir könnten, wenn ihr wollt, uns noch eine Boarding-Mission angucken und eine dieser Hive-Missionen. Dann haben wir halt ein komplett anderes Team. Komm, ich würde vorschlagen, wir machen das. Dann müssen wir halt noch einen anderen Speicherstand laden. Ich würde vorschlagen, wir machen das. So, dann lade ich nämlich jetzt hier gerade eben mal. Genau, da sind wir schon jetzt hier bei Tag 220. Just saying. Der Needle, einen schönen guten Abend. Ja, sind wir ein bisschen tiefer im Spiel drin, wie mir scheint. Okay. Iota unterstützt diesen Vorschlag. Okay, gut. Also gut, dann muss ich, glaube ich, jetzt da hinfliegen, oder? Stern gerade in Tyrtheus-Sektor. Ich weiß es halt gerade eben nicht, was ich machen muss, aber wir werden es rausfinden. Was ist das hier? Wo bin ich eigentlich überhaupt? Wo bin ich und wie viele? Ich bin hier. Okay, gut. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall erstmal in diese Richtung. Ist das so eine Hive-Mission? Schweiß ist nett. Ich versuche es gerade raus zu finden. Ich versuche es gerade raus zu finden. Genau. Oder wir machen so eine Boarding-Mission, wenn wir das jetzt hier können. Mal gucken. Ich fliege jetzt da mal hin. Warp-Sturm-Störung. Okay, dieser Warp-Sturm ist ungewöhnlich verheerend. Ein Grimoire, das wichtigste Erkenntnis zu Dämonen enthält, ist spontan zum schwarzen Staub zu fallen. Ich habe die Schreibung beauftragt, die anderen Bände in der Libris im Auge zu behalten. Aber der Foliant kann nicht einfach ersetzt werden. Oh nein, ich habe ein Grimoire verloren. Wir sind auf Descards gestoßen. Die Schreibung beauftragt, die Schreibung beauftragt. Die Schreibung beauftragt. Ich kann euch jetzt hier tatsächlich diese Enter-Mission zeigen, die es jetzt hier geben soll. Flottenkämpfe, ja, die habe ich noch nie gemacht. Das ist völlig in Ordnung. Also, wir machen jetzt hier eine Enter-Mission. Die sind auch neu mit dem DLC. The enemy ship is well awarded, Commander. Even I cannot project my psychic powers onto its decks. Ach, da haben die mir gleich zwei Assassinen jetzt hier gegeben. Jetzt gucke ich mal gerade eben, ob ich die vielleicht austauschen kann. Oder will ich die mitnehmen? Ich glaube, ich nehme einfach mal die Truppe. Oder was haben wir denn da? Ritter tauschen? Hier sind alle Assassinen freigeschaltet. Ich nehme mal nochmal die Kalidus. Also, jetzt mal Frage an euch, welche von diesen Assassinen hat euch bis jetzt am besten gefallen? Ich finde die Kalidus immer noch mega cool, deswegen nehme ich sie jetzt hier. Ich mag dieses, ähm, ich mag das Getarne. Das hat was. Failure meint ihr denn Windikare? Das wäre dann hier der Windikare hier. Komm, dann nehmen wir einfach mal jetzt hier mal zwei Grey Knights. Einmal den Windikaren, einmal den Kalidus jetzt hier. Wir starten die Mission. Ich sehe das jetzt auch übrigens zum ersten Mal, ne? Also, ich habe auch noch keine von diesen, ähm, Missionen gemacht, dieser Art. Brüder, wir haben nicht viel Zeit. Find die Kruiser-Generator und destroyen sie. Jetzt. Der Edict wird ein Haltungspattern, während ihr die Power-Supply zerbrochen. Aber wir können nur den Engagement so lange dauern. Also, ich soll die Energieversorgung des Schiffes wohl unterbrechen. Den Stromgenerator deaktivieren. Verbleibende Zeit, zehn Turns. Okay, das ist krass. Das ist sehr, sehr wenig Zeit. Dann rücken wir vorsichtshalber schon mal jetzt radikal vor, würde ich sagen. Go, go, go. Enemies. I can disrupt their operations. Das wissen wir immer schon mal, dass er der Regler ist. Und wir können de facto direkt durchgehen. Äh, nein. Dich wollte ich nicht anklicken, meine Liebe. Ich wollte da eigentlich reingehen, wenn ich darf. Natürlich fallen wir mit der Tür ins Haus. So macht man das bei uns. Acquiring firing position. Hmm. Die Verlust. Ne, du hast immer noch. Okay, du gehst hier hin. Jetzt haben wir schon direkt den Kontakt. Top, 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 top. Mein Mark. More targets arriving. Sie bekommen also noch mehr Truppen. Hmm. Oh Gott, die haben ja noch viel mehr Fähigkeiten Herrschaft der Verwirrung Ich bin auch gerade sehr verwirrt Löse eine Explosion in einem Bereich von 4 aus Und verursache Deaktiviert Fernkampf Dann Verwundbarkeit prüfen Visiere an den Gegner innerhalb meiner Reichweite von 10 an Und verursache Verwundbar Unfallflucht Teleportiere dich sofort In einem Zielort innerhalb einer Reichweite von 6 Stiller Tod Wähle ein Ziel innerhalb der Reichweite von 1 Um es zu zerstören Große Einheiten können nicht Anvisiert werden Also ich kann de facto irgendetwas Irgendeine Person direkt schon mal töten Aber jetzt tarn ich mich erstmal Nochmal ganz ganz kurz Ganz genau Sarellion Morgen nämlich Morgen Da gibt es dann die Assassinen Ja du rennst schon mal dahin Und die zeige ich euch heute Abend schon die ganze Zeit Hast du euch die Möglichkeit da zu wirken? Ich könnte halt auf das Ding hier schießen Okay ich kann anscheinend nicht auf dieses Ding hier schießen Hm Spionage massivisieren Der Einheit innerhalb meiner Reichweite An und verursache Freigelegt Freigelegt kann ich nicht machen Ah alles klar Sarellion Exitus Pistole Kann ich auch nichts machen Von Okay ich muss rauskriegen wie ich diese Dinger kaputt machen kann Wenn ich ehrlich bin Ich hab keine Ahnung Ich muss das erst noch rauskriegen Verkrüppelnder Schuss Geht hier auch nicht Der ist halt auch zu sehr in Deckung hier ne Volle Deckung Geht nicht Naben Wulfgar Dankeschön für den Reset im 13 Also ich glaube dass ich den jetzt hier einfach mal tarne Weil ich kann nur auf nichts schießen Ich will aber auch nicht dass er da vorne jetzt hier Hart unter Feuer genommen werden kann Deswegen bleibt er jetzt hier einfach mal Todesschuss Die sind einfach alle zu sehr in Deckung Volle Deckung ist halt einfach volle Kanne Gut dann Der nächste Ach du kannst den hier beschießen Das ist interessant Ja dann legen wir mal los Ich hab schon angefangen an mir zu zweifeln Ganz genau Iota Ich zeige euch die Assassinen Sofern man bei getarten Einheiten von Zeigen sprechen kann Die sind halt einfach nur schüchtern Die Assassinen Das ist alles Ach ohne Witz Das geht an manchen Stellen Und an manchen geht es nicht Ja aber ist einfach nur der Balken im Weg Okay Das ist verdammt gut zu wissen Der hat nochmal geschossen Weil Oh und es kannst du es kaputt machen Na dann Oh der Witz Ich muss alle in 10 Zügen zerstören Da sehe ich ja jede Menge Spaß auf mich zukommen Okay Unter diesen Umständen muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr durchheizen oder Unter diesen Umständen Das ist der zweite Wo ist dann der vierte Und der dritte Da ist auch einer Ich versuche jetzt mal rauszukriegen wo die Dinger sind Also einen haben wir jetzt Der zweite ist dann hier drüben Der dritte hier Und ich habe keine Ahnung Wo der vierte ist Hype Psycho Heiko Ich habe keine Ahnung wo der letzte ist Gefahrenausbreitung Oh nein Oh nein Das ist nicht gut Das ist genau das was wir nicht wollen Links von der ersten Tür Muss ich gleich nochmal gucken Zauberer Vielleicht hast du recht Ne Sie Ah doch es geht nochmal eins nach links Ja es ist so ein Zickzackmuster hier zu erkennen Jetzt kann der ja leider nicht durch Die Frage ist Habe ich Granaten Nein natürlich habe ich keine Granaten Aber ich kann mich jetzt hier reinbeamen Und es ihnen richtig hart besorgen So das ist der erste Streich Freunde Ich fange mal an dem jetzt hier an Ne ich muss den hier angreifen als allererstes Ich möchte den fernkappen Waffe deaktiviert Hätte immer diesen schlapp Diese schlappern dir Dann greifst du dir nochmal an Sie angriff tötet es leider nicht Kannst du jetzt hier noch schießen Ja sie wird aber davon jetzt hier betroffen werden Du hättest noch eine Granate Würdest aber den eigenen Kollegen damit treffen Ich kann mich natürlich jetzt ja auch irgendwo da hinten hin teleportieren So Und jetzt hier einfach mal schießen Nette Waffe Target killed Sehr nette Waffe Äh das hier ist Warmer 40.000 Chaos Gate Die Demon Hunters Ganz genau genommen Mit dem DLC Execution Force Der morgen erscheint Löse eine Explosion aus Also wenn du dich für das Spiel interessierst Mach mal ausruf deinen Assassins in den Chat Äh da bekommst du Infos auf Steam über das Spiel Was ist das hier? Wer lernt Ich kann ihn einfach jetzt töten Wow Der hatte nicht mal Zeit zum Umfallen Der ist einfach stehen geblieben Okay Jetzt guck ich halt einfach mal Also ich sehe momentan noch nicht so richtig Wie ich das on time jetzt hier machen soll Wenn die Gegenwehr hier haben Ne Also der Gegner wehrt sich ja Das ist so ein bisschen die Einschränkung jetzt hier Äh um diese Mission zu schaffen Vor allem wenn da so viele Gegner rumkrebsen Und hier werden auch gleich noch welche erscheinen So okay Mach's gut Psycho Heiko Puh Okay Darüber Ja ja Zehn Runden ist wirklich sehr knapp Ist so ein bisschen mein Eindruck Unfassbar knäpplich Kann ich hier eigentlich durchbrechen Also wenn ich jetzt halt hier reingehe Dann haben wir halt hier gleich Trouble Ich mach's also ich hab hier keine Zeit Mach's gut Montravan Ich muss doch das Ding da hinten schießen Sonst hab ich keine Chance Nachladen Zum Glück sehen die mich noch nicht Also mit dem Scharfschützen Der so weit schießen kann Hat man dann schon eine Chance Das Ding auseinander zu nehmen Und nachladen Dann gehst du näher Ja hier komm ich wieder nicht ran Weil hier diese komische Stahlbalken Im Weg ist Jetzt mach ich den Psybolt hier Und dann ist das Ding halt zerstört Erlischt Jetzt müssen wir irgendwie noch da drüben hin Dann versuchen wir das mit denen Jetzt halt von der anderen Seite Zack Da werden wir auf jeden Fall Kontakt bekommen Oh no Da sind Gegner dabei Die kenn ich doch gar nicht Doch das kenn ich Das sind Oh Gott die heißen sind ja nochmal Den Namen vergessen Wie heißen die nochmal Ach egal Jetzt aber sowieso erstmal noch ein anderes Problem Ich muss außerhalb der Reichweite hier bleiben Damit ich das hier noch beschießen kann Ernsthaft Es ist halt einfach immer irgendein kleines bisschen hier im Weg Okay Für den Imperator für Horus Oh wait Falsche Seite Falsche Seite Falsche Seite Kannst du den hier beschießen? Ja kannst du Unterbrechungsschuss ist egal Wir schießen ganz regulär Also den Schaden den die Scharfschützen machen Ist schon ordentlich Nachladen Die Syrien Und verursache Verursacht Rumpeln Ich will nicht Rumpeln Verursachen Ich will es töten Wenn es nach mir geht Zack Erlischt Erlischt Ähm Oh Ich habe keine Money mehr Pups Ähm Oh Da entsteht wieder ein neuer Mit der Inkari Runde sind wir noch lange nicht durch Ich bin überlegen ob wir das morgen nochmal machen Oh oh Jetzt haben wir Nahkampf Den wollten wir eigentlich nicht Den wollten wir vermeiden Tja was mache ich jetzt bloß Spionagemaske Exitus Pistole Verursacht Bewegungsunfähig Todesschuss Kann ich de facto einfach einen Gegner töten Jetzt töte ich einfach erstmal den da Weil der nervt Boom Da geht er down Hat aber auch immer die gesamte Munition aufgefressen Verkrüppelnder Schuss Ich mache jetzt mal den verkrüppelten Schuss auf den da Ich deaktiviere seine Nahkampfwaffe Das ist ideal Jetzt kann ich meinen Apothekarius noch Dinge tun Ohne dass er Angst haben muss Problem gelöst Und das ist der letzte Und da muss ich jetzt halt auch noch irgendwie hin Irgendwie muss ich da hin Ja Dummerweise haben wir jetzt noch mehr Kontakt Also da habe ich gar keine Wahl Ich muss da durch Kannst du jetzt endlich auf das da ballern Äh ok das ist sehr schwierig so Also du kannst jetzt hier mal drauf halten Ich mache es auch echt ohne Witz Psebo Ich muss diese Dinger ja irgendwie kaputt kriegen On time Sonst sehe ich ja hier alter aus Und nachladen Kannst du da so Also du kannst hier damit Schaden machen Dann mach mal Es reicht aber leider nicht um es kaputt zu machen Und im Nahkampf Was Sie kann Giftklingen auf den Generator werfen Und das macht Schaden Die sind aber sehr giftig Ich sag's euch Also das habe ich den dritten Generator Auf den Computer schütten Wie der was Hans Das ist nicht wegen Weil sie giftig sind Weil du Flüssigkeit auf den Computer wirfst Ach so Das Ding brennt einfach nur durch Oh Gott Wie viel Rüstung hat der Typ Ein Biogenerator genau Au 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 Großer Arzt Heile dich selbst Der Apothekarius steht halt echt nicht günstig Sagen wir wie es ist Man könnte besser stehen Vor allem wenn man weiterleben will Ich muss es halt trotzdem hier durchheizen Ne Wir haben leider gar keine Granaten dabei Das ist das Problem Damit Struggeln wir schon die ganze Zeit Dass wir keinerlei Granaten haben Und wir müssen jetzt an Denen vorbei Na gut Irgendwas ist ja immer Ich habe noch drei Turns Wie soll ich das denn machen Ich komme ja schon alleine wegen der Bewegungsreichweite Nicht da ran Bin gerade echt ein bisschen irritiert Ja brezelt den hier mal eine Fernkampfwaffe deaktivieren Sehr schön Wieder gegrittet Dem fehlt jetzt wieder ein Arm Jetzt laden wir nach Also eigentlich kann ich jetzt nur so eine Captain Yolo Aktion machen Psychonische Unterstützung Und Sirien verbündet innerhalb meiner Reichweite an Ne also Du gehst jetzt hier erstmal in Deckung Und heilst dich jetzt erstmal selbst Heil dich mal voll mit Warpladung Genau nur eine Fleischwunde Ist die beste Chance schon mal einen zu töten jetzt hier Ah Okay Geht nicht Er ist nur fast down Jetzt machen wir ihn down Einer weniger Da kommt noch einer Wie schön Ich habe keine Deckung mehr Au 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 wie viele sind in deinem weg ja assassine to assassinen dinge tu einfach assassinen dinge guter treffer und das hat den gekillt gut jetzt können wir nachladen einer weniger unendlich viel mehr ja so fühlt sich gerade ein bisserl an was ist das für einer medikus servoschädel reinigungs servoschädel also der muss jetzt erstmal davor und muss jetzt den medikus schädel auf sich selber anwenden damit er überhaupt noch jetzt hier leben kann das hat ihn auch geläutert und es hat natürlich keine munition mehr was die sache noch sehr viel großartiger macht ach egal nahkampf okay verursache bluten dann hat er gleich keinen bock mehr der typ sauber und du musst jetzt das problem der muss jetzt hier halt einfach ich habe noch zwei züge wir haben noch mehr freunde kennengelernt ich kann versuchen jetzt hier hin zu gehen und dann mich da rein zu beben oder ich mache erstmal das polymorph genau und renne einfach rein weil sie muss so nah ran wie möglich dann kann ich nächste runde ihre gesamten attacken benutzen um das ding zu zerstören das ist meine einzige chance aber ganz im jahr ich sehe nicht wie ich das hätte schneller machen sollen ouch guten abend tala blake ich habe es durchaus vorteile blake ich weiß bloß nicht wann sarkast wie kannst du das behaupten ich bin nicht durch mit dem spiel au 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 80 stromglocke des il hier passieren dinge die mir nicht gefallen können da war die blutung aktiv so jetzt muss ich mit ihr eine granate kann ich da nicht hinwerfen das ist das problem also ich muss mit ihr dahin dann die granate geht nicht okay gut also das heißt meine einzige chance ist jetzt okay wenn ich nach wenn ich die zeit gehabt hätte zum nachladen dann hätten wir hier vielleicht noch was bewegen können aber wir hatten ja keine zeit zum nachladen aber du kannst auf das da schießen geil kommt gib ihm einfach alles was wir haben es ist egal ob du im nahe kampf stirbst die mission sagt dieses teil muss zerstört werden also tun wir es alles andere ist doch egal und der scharfstütze bestätigt dass er muss so fucking daran kann er vielleicht von hier aus drauf wirken ohne wird ich bin bereit zu riskieren jolo all in nein er hat nicht die reichweite halten wir das mal fest er hat nicht die reichweite target hit lol und da aus müsste er doch noch ein schusswinkel haben wenn er auch wenn er doch munition hätte das ist ja das schlimme die sind alle leer ich scheitere auch an der munition hier gerade eben ja dann lernen wir jetzt halt was passiert wenn ich es nicht schaffe okay und jetzt wie gesagt wäre mein wunsch aber ich werde zeit nicht getötet bekommen wer hat sich zerstört bekommen ist reicht halt nicht Zurück zum Edeck und wir werden mit dieser Monstrosität von einem Schiff von hier. Nur in der Tod ist das DTL. Das war mal ein hartes Stück Brot. Ich lasse mal die Zeit laufen. Das müsste ich doch eigentlich jetzt hier gleich so eine Mission bekommen. Und das ist jetzt hier so eine Tentarus Hive Mission. Ja, ja, Blütenwachs unverkannt, schon klar. Also, das ist jetzt auch eine von diesen neuen Missionen, so eine Tentarus Hive Mission. Genau, eine Makropole Mission. Gefahrenstufe niedrig. Ja, in Anführungszeichen wahrscheinlich. Äh, okay. Alle Makropolen Keime müssen zerstört werden. Die Tentarus Makropole zerstören. Mission ohne Heilen gewinnen. Ja, ne, ist klar. Das lassen wir mal grad schön sein. Äh, ich tausche mal Ritter aus. Ritter austauschen. Zum Glück haben wir noch mal ein paar auf Lager. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Ordenspriester hier. Oh, dann nehme ich dich hier noch raus. Ein Interceptor. Ich nehme jetzt einfach dich. Ritter austauschen. Moment, Ritter? Wieso Ritter? Wer ist Ritter? Ich... Ich finde die eigentlich ganz, ganz gut hier. Die beiden. Ich könnte aber mal gucken, ob die noch eine andere Waffe haben könnten. Da sieht man übrigens, naja, die sind jetzt auch schon Level 5 dadurch jetzt hier geworden. Ausrüstungsset? Phasenschwert? Ja, wir haben ja das Basic-Phasenschwert. Da gibt es ein bisschen mehr. Ne, ne, das soll ich nicht machen, Sarkas. Und ich halte mich dran. Tut mir sehr leid. 6 Schaden verursachen. Das ist viel. Verlässlich 6 Schaden. Angeblich soll es auch da neue Waffen geben, Taschendrachen. Ich weiß aber halt nicht, was neu ist. Oh, warte mal. Ich kann das jetzt hier noch aufwerten. Nice. So, zurück. Kann ich nochmal aufwerten? Kann ich, ja. Ich nehme einfach alles. Ich gönne mir jetzt einfach alles. 7 Schaden. Es ist mir jetzt scheißegal. Phasenschredder. Wir overpowern die Frau jetzt. Noch mehr Reichweite. Noch mehr Schaden an organischen Zielen. Noch mehr Spannweite. Komm, wir werden diese Waffe jetzt hier ausrüsten. Und dann aufwerten. Aufwerten. Einfach mehr Schaden verursachen. Und aufwerten. Go for it. Jetzt overpowern wir sie jetzt hier für die letzte Mission für heute. Wir gehen jetzt einfach radikal ran. Mehr Lebenspunkte und so weiter. Oder? Boah, das Ding ist ja noch besser. Dann werten wir mal auf. Mehr Lebenspunkte. Und dann mehr Rüstung. Ich gebe es in meine gesamte Ressourcen aus. Das ist mir schon so egal. Dann, wie gesagt, du hast ja diese Granate dabei. Das ist gut. Dann einen weiteren Kriegsausrüstungs-Slot. Einen Medicus-Schädel. Viel Spaß damit. Dasselbe machen wir es mit ihm hier. Ausrüstung wählen. Ausrüstung-Set. Mal gucken, wie OP wir ihn bekommen. Hier, extra Schaden, Crit und so weiter. Unterstützung erlangt zusätzlich plus eins Schaden. Mehr Munition. Oh, diese Waffe erlangt mehr Munition. Boah, das wäre super krass. Wir nehmen diese Waffe einfach wegen der Munition. Dann, das. Wie gesagt, alleine wegen der Munition habe ich mich dazu entschieden, das jetzt zu nehmen. Das war schon Argument genug. Die Pistole, der hat doch schon eine bessere. Mehr Reichweite erlangt. Ja, komm. Gut. Dann noch seinen Anzug. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit, wenn er getarnt ist. Diese Einheit bekommt mehr Konzentration. Mehr Lebenspunkte. Regeneriert. Regenerieren hält plus zwei Züge an. Tarnung erlangt plus Einzug. Oh, das ist geil, dass er noch länger getarnt ist. Dass man auch mal getarnt irgendwo hinrennen kann. Ich habe mich entschieden, Freunde. Das ist cool. Mehr Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte damit. So, das war mir wichtig. Was hat er denn hier noch an Bewaffnung? Ich muss gerade mal gucken. Nein, zurück. Zurück. Der hat gar nichts irgendwie was dabei. Mehr Crit-Schaden bei Distanzgegriffen. Mehr Munition. Ja, nochmal. Plus drei Munition. Also der Typ hat jetzt einfach Munition. Den werde ich nie nachladen müssen in der gesamten Mission, wenn alles gut läuft. Dann gucken wir uns noch die Ritter an. Ritter auswählen. Ausrüstungsset. Fernkampfwaffe. Da haben wir wie gesagt ein Sturmbaulter. Wow, guck mal. Das ist jetzt mal eine Auswahl an Waffen. Das ist mal eine Auswahl. Mehr Munition. Diese Waffe erlangt mehr Crit. Mehr Crit-Schaden. Ich finde ehrlich gesagt mehr Reichweite zu haben, ist auch nie ein Fehler. Ich bin jetzt mal so frei, ne? Gib ihm. Dann seine Nahkampfwaffe. Da hat er ja einen Dämonen. Ne, der hat keinen Dämonenhammer. Der hat einen, äh, genau. Ein Crozius Arcanum. Guck mal, was wir jetzt nehmen können. Waffe macht mehr Schaden. Mehr Willpower. Wir nehmen diese hier. Einmal im Leben overpowered sein in diesem Spiel. Ich bin so frech jetzt einfach. Okay, zurück, zurück, zurück. Da noch Rüstung. Da haben wir natürlich noch eine Terminatoren-Rüstung. Auch auf Stufe 3. Was gibt's denn da oben? Noch mehr Rüstung. Einheit mehr Willpower. Mehr Lebenspunkte. Ich nehme die da, die sieht sehr gut aus. Ich gönne mir einfach jetzt alles. So, so. Und so. Und jetzt noch der letzte. Er hier. Dann Fernkampfwaffe. Dann haben wir jetzt hier wieder ein Sturm-Bowlter logischerweise. Ja, dann nehmen wir auch wieder einen anderen. Mehr Munition, mehr Waffe, mehr Crit, mehr Crit-Schaden. Ja, dann nehmen wir dich. Und dich. Wie gesagt, Freunde, wenn ihr euch den DLC holen wollt für dieses Spiel, müsst ihr Ausrufe-Seichen Assassins in den Chat machen. Aber es tickert auch immer wieder durch. Dann könnt ihr euch das Ding mal auf Steam anschauen. Ähm, er hat, was ist das? Das ist eine Helle-Barde, ne? Genau, das ist eine Helle-Barde. Dann nehmen wir auch was Besseres. Mehr Schaden. Automatische Verbesserung. Plus 1 Verwendung pro Zug. Das Ziel wird von einer aktuellen Position nach hinten gestoßen. Mehr Crit, mehr Crit-Schaden, mehr Schaden. Diese Waffe verursacht mehr Schaden an dämonischen Zielen. Mehr Crit an dämonischen Zielen. Ich nehme das da. Aufwerten. Go. Go. Und go. Zurück. Und Rüstung noch. Ja, dann nehme ich auch eine Tami-Rüstung, logischerweise. Diese eine hat erlangt Immunität gegen erschöpft. Ich nehme diese hier. Mehr Lebenspunkte. Dann habe ich die Mission. Nö, ne, ich wollte was anderes absichtlich nehmen. G-Master. Grüß dich übrigens. Ich wollte ja was anderes. Kommen die Rüstung in Massage-Funktionen. Nein, nicht beim Imperator. Das wäre ja Heresie. Du sollst ja schließlich für den Imperator und das Imperium leiden und dich nicht massieren lassen, Hans. Also, auch diese Art von Mission ist jetzt neu in diesem neuen DLC. Hans läuft deswegen über. So, jetzt schauen wir was. Also, wir müssen jetzt diesen Makropol-Keime finden. Da sind welche. Okay, so sehen die aus. Diese lilanen Bobbel. Diese lilanen Bobbel sind das also. Dann setzen wir denen jetzt halt einfach mal nach, ne? Bei den Gegnern gilt auch, das Auge isst mit. Genau. Gut, und bei manchen sagt man auch, die Augen isst man mit. Ne? Aber das sind dann wiederum sehr, sehr spezielle Situationen. Ja, komm, du kannst noch ein Stückchen weiter vorlaufen. Wir sind direkt am Anfang gleich mal verseucht worden. Was war das denn? Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Auweia. Ich darf sie also jetzt nicht an derselben Stelle rumlaufen lassen. Sonst kassieren wir das nochmal. Oh, geil. Ja, dann bewege er sich woanders hin. Oh, Mann. Also ich kann gar nicht verhindern, dass die Scheiße runterkommt. Ich kann nur dafür sorgen, dass weniger davon getroffen werden. Das ist ja großartig. Bumm. Das wird auf Dauer sehr, sehr wehtun. Genau, der Tipp kam spät. Aber der kommt so typisch für dieses Spiel so spät, ne? Weil dieses Spiel ist halt einfach schwer. Und das Spiel so... So. Und jetzt hast du sofort auch gelernt, warum dieser Tipp wichtig ist. Weil ansonsten passiert das nochmal. Eigentlich, eigentlich schon geil, witzig, fiesig. Okay, halten wir fest. Wie weit muss ich die auseinanderziehen? Die hat das gerade alle drei getroffen. Wie weit müssen die auseinanderstehen? Ich habe Fragen, euer Ehren. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das was gebracht hat. Okay, wir haben eins von den Dingern ausgeschaltet. Jetzt mache ich mir gerade hier bloß Sorgen darum, dass hier andere Dinge gleich nochmal passieren. Ja, die Abstandsregeln sind zurück. Die Frage ist bloß, wie viel ist Abstand genug hier? Refrain der Konvergenz. Jeder Ritter erlangt 20% Resistenz im Mund gegen automatische Fähigkeiten. Jeder Ritter hat eine Chance für 50% nach dem Einsatz in Warpladung. und ein Psy-Angriff ist Willenskraftpunkt zu erlangen. Jetzt rennst du erstmal da drüben hin. Und fragmentierst jetzt hier mit dieser Granate erstmal Personen. So. Ich möchte nämlich nicht, dass die hier so ärgerliche Dinge tun. wie Leben. Was ist das hier? Vernichtender Ansturm? Nee, das hilft mir nicht. Hammerhand hilft mir jetzt gerade eben auch nicht. Du kannst von hier aus wirken. Okay. Okay, das macht einfach nicht genug Schaden. Laufe über eine lange Reichweite von 10 in eine einzige Richtung und verursache einen Schaden. Plus 1 betäuben ihm. Ja, okay, das hilft nicht wirklich. Ehre dem Koorden. Wähle einen Ritter innerhalb einer beliebigen Reichweite. Der erlangt plus 1 AP. Nee. Ich bin der Meinung, wir versuchen es zu töten. Gut, es lebt noch. Aber da kann ich ja nichts für. Er lädt es mal nach. Okay, was machen wir mit ihr? Sie beam ich jetzt mal kurz dahin. Flutsch. Und dann geht es noch dahin. Äh, die Verwundbarkeit prüfen hilft mir gerade eben einfach auch nichts. Der ist halt gerade so nicht in Reichweite. Oh no. Aber den kann ich jetzt mit der Granate töten. Dann ist der in dem Moment schon mal weg. Also einer weniger. Bye. Bye. Okay, dann kannst du noch hier in Deckung gehen. Dieses verseuchte macht mich fertig. Ich dachte eigentlich auch... Oh Gott. Sag mal, sind wir jetzt verseucht im Quadrat? Ich darf halt einfach die Typen nicht nebeneinander stehen haben. Aua. Väterchens Segen. Hast du solche im Schuh? Hast du solche im Schuh? Ja. Okay. Du gehst jetzt einfach mal ran und tötest ihn. Im Nahkampf. Danke. Okay. Medikus Servo Schädel. Ah, wir warten noch, bis wir noch ein bisschen toter sind. Wir warten einfach noch mal auf ein bisschen mehr Tod. Jetzt versuche ich die Leute jetzt mal ein bisschen mehr zu verteilen. Oh oh. Die habe ich nicht kommen sehen. Das sah ich nicht kommen, dass da jetzt gleich noch mal welche sind. Ich weiß es nicht, saftige Obst. Ich habe auf jeden Fall gerade eben einen Echel abgekommen. Das Spiel hat mich darauf hingewiesen, dass wenn die zu nah beieinander sind, dann bekomme ich eine drauf. Hast du ne Chance? Du kannst das machen. Komm, mach mal das. Jetzt ist er sehr runtergefallen. Aber mehr kann ich glaube ich gerade nicht bewirken. Ich glaube, ich tarn ihn mal. Und jetzt kann ich vorlaufen, weil jetzt kann er nicht angegriffen werden. So, ich versuche die ja jetzt wirklich voneinander entfernt zu benutzen. Na, dass sie jetzt nicht zu nah aneinander dran sind. Ich gebe mir Mühe. Bitte, spiel, sei gnädig. Der hat jetzt Spaß im Nahkampf. Boah, wie seien er die gesamte Rüstung weggeknüppelt hat. Au, 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 au. Und er macht natürlich auch noch ein Overwatch. Noch oben drauf. Kommt halt immer runter. Kannst machen, was du willst. Es kommt immer runter. Also das ist halt wie am Anfang. Du kannst halt nur dafür sorgen, dass es wenig Leute trifft. Aber du kannst nicht verhindern, dass die Scheiße runterkommt. Äh, ich versuche es jetzt hier einfach auszuschalten. So schnell ich halt kann. Ah, tot. Geil. Manchmal sind Crits auch einfach nur schön. Stiller Tod. Ne, ich muss mich dahin teleportieren. Dann habe ich eine Chance. Dann habe ich eine Chance für so eine Attacke. Genau, dann kann ich ihn jetzt hier schnell töten. Das war hilfreich. Sollen wir die Hammerhunter-Attacke hier. Nahkampfangriff deaktivieren. Das ist eine primäre Waffe. Oh, dann hauen wir ihn halt endgültig um. Also seh'n wir mal ehrlich, die sind schon jetzt sehr, sehr tough in der Phase ihrer Existenz, in der wir uns befinden. Boah, ich glaube, ich gehe mit dem jetzt mal da oben hin. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Natürlich, da kam noch mal so ein kleines Spratz-Mardo raus. Was habt ihr solch'n Hüter? Ich weiß nicht, wann die Sisters of Battle kommen. Ich kann dir nur sagen, dass der DLC für die Assassin Execution Force morgen kommt. Und dafür werde ich hier bezahlt, um das zu zeigen. So, okay. Eine Schwarmwache. Das ist bestimmt gut für mich. Ich habe da ein fantastisches Gefühl bei. Oder vielleicht ändere ich meine Meinung. Todesschuss? Ich kann hier gerade keinen Todesschuss setzen. Also auf das Ding hier geht kein Todesschuss. Äh... Warum mache ich da keinen Schaden? Es interessiert sich nicht für Kugeln. Ich muss die kleinen Keime... Okay, das ist das Hauptziel. Also ich muss die kleinen Dinge kaputt machen. Dann habe ich eine Chance. Warte mal, jetzt kann ich aber mal diesen Todesschuss hier mal setzen. Ah ne, auf den kann ich auch keinen Todesschuss machen. Ja gut, der lebt ja auch nicht wirklich. Der lebt ja immer noch. Ich glaube, da ist gerade eben eine Attacke gescheitert. Kann ich sein. Okay, jetzt rennen wir mal... Oder? Dahinter wäre halt noch so ein Teil. Ah, ich bin vorsichtig. Ich renne da jetzt nicht durch. Am Ende macht das Ding fiese Dinge. Okay, so wie es aussieht, ist auch hier diese Verseuchung verschwunden. Was ich bevorzuge. Nee, ich glaube, dass Saftig Obst sich halt einen DLC wünschen würde mit Sisters of Battle. Das ist glaube ich das, was er meint damit. Und wo kommt es diesmal runter? Natürlich. Der Witz ist, er ist irgendwie immun gegen diesen Nachteil. Also man kann mit diesen Fähigkeiten, die man sich freischaltet, dass man gegen Nachteile immun ist oder Resistenzen hat. Kann man tatsächlich dagegen angehen? Wob, wo geht Trägheitsfeld? Oh shit. Also. Was machen wir jetzt? Eigentlich sollten wir jetzt erstmal das da oben lösen. Oder wir ignorieren sie einfach. Das können wir am besten. Lassen sie einfach hinter uns herrennen. Genau die Sororita ist richtig. Das meinte er, glaube ich. So. Jede Ritter erlangt plus 20% Resistenz. Ich mach das jetzt kurz mal. Mhm. Boah, der hat halt hier voll was abgekriegt. Okay. Aber jetzt teile ich sie halt noch mal ein bisschen mehr auf. Was macht der denn da jetzt? Der holt sich Rüstung. Die holen sich Rüstung. Das ist nicht nett. Autsch. Und wieder verseucht. Boah, aber wie großflächig die immer hier verseucht werden. Das ist echt krass. Die Makropole ruft Wächter herbei. ready. Ready. Yes. Unleash me. Hmm. Also mein Plan ist es ja da jetzt hinzugehen und jetzt werde ich mal darauf ballern. Das macht hier schon mal gut Schaden an dem Teil. Und es ist halt die Frage komme ich noch an der Sitz hier ran nicht von der Position. Ne, also der schafft es diese Runde leider nicht mehr. Und er muss auch nachladen. Kommt sie ran. Ich probiere mal mit meinem Glück hier. Ja, sie kann das schaffen. Zack, zack, zack. Okay. Kann ich auf den da oben schießen? Ne, kann ich nicht. Ich habe keine Chance mit dem Scharfschützen hier gerade eben einen von denen zu beschießen. Ja, ich habe keine Line of Sight. Dann laden wir einfach nochmal nach mit ihm. Das ist in Ordnung. Und du gehst da drüben hin. Beziehungsweise da hin. Wie die rumwoppeln. wupp, 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 wupp. Oh. Das ist er wieder verseucht. Die machen aber auch so ein wunderbares verseucht-Pingpong hier. So richtig schön im Wechsel verseuchen die sich gegenseitig. Wer darf teleportieren. Wer darf teleportieren, Eothar? Hau drauf, Junge! Der hat's pariert, verdammt. Die Schau pariert das einfach. Ja, machen wir die Nahkampfwaffe weg. Er steht wieder auf, hat bloß den Arm nicht mehr dabei. Und jetzt kannst du versuchen, den hier wegzumachen. Ja, stirbt, ne? Arm weg. Besser Arm ab als Arm dran, oder wie war das nochmal? Eigentlich genau andersrum. Das betäuben wir ihn noch. Ich hab schon wieder gekrittelt. Und dort. Terminated. Dann, äh, Gott, wo ist die nächste komische? Wir haben noch drei von diesen komischen Wie weit geht'n das noch? Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich sag's euch. Komm's auf! Da ist wieder eine, ja. Okay, jetzt musst du dich mal heilen, weil ansonsten gehst du hier drauf, meine Liebe. Äh, ja, die, die Assassina hier, die kann sich ein bisschen teleportieren. Hat Abklingenzeit von drei Runden. Dann kann die sich eine kurze Distanz teleportieren. Aber nur eine kurze. Oh, oh. Ihr schlagt also auch Türen ein. Gut zu wissen. Dann weiß ich, wie ich das der Versicherung verticken muss. Au. Er war schon verseucht. Es ist in Ordnung, dass er es wieder wurde. So viel das Trägheitsfeld nicht für Assassinen. Zwei-Klassengesellschaft. Wieso? Wir haben doch auch jemanden, der sich durch den Warp teleportieren kann. Ne, den Cyborg habe ich nicht. Den DLC haben sie mich nicht zur Verfügung stellen können. Das war zu kurz vor heute. Zu kurz quasi vorm Release des Embargos. Komm, tu ihm weh. Tu ihm einfach weh. Kawabanga. Und nochmal, bitte. Nein, der pariert. Die Sau pariert schon wieder. Dann machst du's halt. Jetzt muss ich bloß irgendwie da hinkommen. Wo der Kampf noch läuft. Ja, die solchen Hüter sind gemein. Ich möchte betonen, dass ich ihre Existenz verurteile. Okay, die Waffe hier macht dann denen gar keinen Schaden. Ignoriert halbe Deckung. Okay, ignoriert halbe Deckung. Nicht die ganze. Dann gehen wir mal da hin und versuchen mal unser Glück. Ja, das würde es dir Schaden machen. Alternativ, Herrschaft der Verwirrung. Verwundbarkeit prüfen. Nee, wir machen das und dann treffe ich beide. Und ich mach's mit immobilisierender Pein. Jetzt sind sie bewegungsunfähig. Den kann ich nicht treffen. Und jetzt gebe ich dir mal eine mit hier, mein Freund. Das hat sehr schön die Panzerung weggeballert, aber auch sonst nichts bewölkt. Da kommt ja noch einer. Wie viele von diesen solchen Hütern laufen hier eigentlich rum? Nörglinge! Jetzt geht's los. Nörglinge haben sie auch noch. Und sie heilen sich natürlich auch noch die Mieslinge. Toll, sind sie beide bitte verseucht. Ich war zu sehr auf Kuschelkurs. Genau, immobilisierende Pein, Bandscheibenvorfall. Ja, ich hab den solchen Hütern jetzt einen Bandscheibenvorfall verpasst. Also, nochmal, bitte. Dann würde ich den jetzt hier mal angreifen. Natürlich pariert der das. Warum sollte er es auch nicht parieren? Dann können wir noch einen Seabolt auf den setzen hier. Wobei, das bringt überhaupt nichts. Den krieg ich eh nicht schneller tot damit. Und wir wissen ja alle, die stehen sowieso gleich wieder auf. Wobei ich das sehr, sehr gerne verhindern wollen würde. Sind wir mal ehrlich. Ja, da kommen die Nörglinge jetzt an. Wobei, die haben echt nicht viel drauf, so wie es aussieht. Einmal. Ja, wobei, die regenerieren sich jedes Mal wieder ein bisschen hoch. Also, der Scharfschütze ist schon cool. Ich würde ihn mal versuchen zu betäuben. Geblendet. Nicht gut. Ja, da steht der eine wieder. Und dem gehen jetzt hier so langsam echt die Lebenspunkte aus. Also, ich weiß ja, dass das noch nicht das Ende von denen damit ist. Die können also wieder aufstehen und Rabatz machen. Aber das ist schon sehr, sehr drastisch jetzt hier gerade eben. Komm, jetzt mach ihn tot. Oder auch nicht. Lauf, 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 lauf. Da drüben gibt's halt gleich wieder die nächste Action, ne? Lad erst mal nach, bevor wir da reinrennen. Und jetzt wirst du ihn einfach einfach angreifen im Nahkampf. Im Deathstrike. Töte ihn! Oder auch nicht. Weil er den Deathstrike pariert. Ja, den Deathstrike einfach pariert. Na gut. Nachladen. Ja, ja, also das hier ist die overpowered Variante, Iota. Wir sind hier alle wieder getroffen, ey. Ey, die Fläche ist so gigantisch. Dass die uns immer alles gleichzeitig trifft hier. Die ist so gigantisch. Der ist jetzt für zwei Züge betäubt. Das kommt jetzt auch noch dazu. Hi, Brother Ronan. Guten Abend. Ähm. Wichtige Preisfrage. Kann ich das töten jetzt? Bitte töten Sie es. No, es ist... Noch zwei Stück von den Dingern. Noch zwei Stück. Da kommt dann noch mal das Ganze runter, ey. Meine Wounds ist so gigantisch. Okay. Er hat jetzt gleich keine Lebenspunkte mehr und ich kann nichts dagegen tun, weil ich kein Apothekarius dabei habe. Weil das gemeine ist, dass diese Fähigkeiten halt einfach alle die Rüstung ver... Äh, komm, ich kann ihn so heilen, konnte es machen wir. Weil die Rüstungen halt einfach, ähm, umgangen werden. Also ich konnte doch was dagegen tun. Nevermind. Hi, Rumbel. Äh, ja, ich habe eine neue Facecam. Allerdings schon seit einer Woche oder so. Aber wenn du sie zum ersten Mal siehst, ja, dann ist die noch neu. Kann man so sagen. Oh, oh. Ja, sind sie. Genau, das ist der morgen erscheinende DLC, äh, Brother Ronin. Der heißt Execution Force. Mach mal Ausrufezeichen Assassins in den Chat, wenn dich der DLC für Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters interessiert. Denn der kommt morgen raus. Ähm, ich wurde kontaktiert und dafür bezahlt ihr euch diesen DLC heute zu zeigen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich, warte mal, einen Todesschuss setze. Ich, ich, ich. Ich kann hier leider keinen Todesschuss setzen. Aber einen verkrüppelten Schuss kann ich setzen. Genau, das sind Nörgelfiecher. Ich mach mal die Nerkampfwaffe weg. Und das hier ist jetzt zum Beispiel einer der neuen Assassinen hier. Ein Windycare-Assassine. Todesschuss geht nicht, geht nicht, geht nicht. Pistole kann ich ja auch nicht benutzen. Doch, ich könnte ihn auf ihn hier benutzen. Kann ich aber noch regulär auf den schießen? Ne. Ah, jetzt ist die Waffe leer. Okay, dann laden wir mal tatsächlich nach. Okay, meine Liebe. Du rennst da rüber. Und das ist eine andere Art von Assassine, die ich hier gerade dabei habe. Ich habe in dieser Mission zwei Assassinen dabei. Die Dame ist allerdings dann eine Nahkampf-Spezialisierung. Oh, stampf, stampf. Au. 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 Die haben irgendwie Spaß in diesem Overwatch. Boah, dieses verseucht, eh. Giftklingen. Unterstützt. Visiere einen Gegner innerhalb meiner Reichweite. Also einen Gegner. Okay, ein Gegner alleine hilft mir nicht. Ich könnte aber dahin gehen. Oder wisst ihr was? Ich nutze jetzt mal ihre Polymorph-Fähigkeit. Taking a new form. So, sie hat sich jetzt getarnt. Sie ist jetzt Teil des Feindes und geht hier in den Nahkampf. Lauf einfach durch, meine Liebe. La, 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 la. Noch mehr Kontakt. Genau, man, diese Art von Assassine haben wir auch schon heute gezeigt in Rumble. Den Eversol-Assassin haben wir schon gezeigt. Tarnung möchte ich jetzt hier gerade nicht dann machen, weil egal, was ich mache, sie werden es mich bereuen lassen. Ja, komm, ich bleibe jetzt hier stehen und bade dem eine von Lutz. Mit einem Seabolt. Hat gerade eben ernsthaft noch mit draufgeschossen. Ich liebe es. Oder mal. Das nenne ich Synergieeffekte nutzen. Vindicare at your disposal. Targeting. Boom. Und boom. Das ist Eigeninitiative, ja. Das ist irgendwie ein Perk, den man hat. Den gab es aber auch, glaube ich, schon für die Ritter. Konnte man den sich freischalten. Jetzt tarnst du dich hier gerade eben nochmal. Bloß, da habe ich ihn damals nicht so früh einsetzen können. Und manchmal bekommt er noch mal einen Aktionspunkt geschenkt, wie jetzt gerade eben zum Beispiel. So, du rückst ja noch weiter vor. Genau, Mitarbeiter des Monats. Kann man mit Fug und Recht so sagen. Das verseucht ist so ätzend. Den habe ich völlig ignoriert. Völlig vergessen, dass der hier oben steht. Au, 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 au. Äh, äh, Dickerchen. Und Nörglinge sind die auch noch. Was zur Hölle machen die da? Da entsteht noch mehr von diesem Kram. Au. Der blutet jetzt. Okay. Oder nee, wir bluten jetzt. Ich bin mir gerade eben nicht da so ganz sicher. Egal, ich stürmle das da an. Das muss weg. Ja, mach's tot. Okay, wir haben also alle von diesen komischen Dingern weggemacht. Das ist schon mal ganz, ganz gut. Jetzt ist die Situation, wo sie eigentlich nicht mehr hier sein will. Würde ich mal behaupten. Sie geht neben ihnen. Dafür haben wir so coole Fähigkeiten. Töte ist mit dem Deathstrike, komm. Kannst du den jetzt noch mal angreifen? Ja, kannst du. Auch ein Deathstrike. Nee, Deathstrike geht nicht. Er hat keine Willpower mehr. Okay, egal. Dann halten wir noch mal so einfach. Jetzt versuche ich noch irgendwie an die ranzukommen. Ja, geh da hin. Also ich schalte jetzt erstmal Gegner aus. Einmal. Zweimal. Guten Abend, Fanny Redeye. Und dreimal. Und das könnte ihn seine Seuchenexplosion deaktivieren. Das wäre gut. Und Blutung haben wir auch noch getriggert. Und jetzt musst du irgendwie den noch tot machen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ging das eigentlich dann doch ganz, ganz gut. Trotz dieses permanenten, was auch immer da immer runterregnet. Wobei, der Assassine wird gleich umfallen. Der Assassine ist gerade gestorben. Gut, dann sehen wir wenigstens auch noch, was da dann noch passiert. Der ist schneller gestorben, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich gestehen. jetzt hört doch auf zu parieren, ihr Mieslinge. Ihr sterbt doch sowieso. Okay. Also wenn er so gut getarnt ist, dass er jetzt am Boden rumliegt und die Augen verdreht, dann ist er verdammt gut darin und verdient den Oscar für die beste Todesszene. Das muss man mal klar so sehen. Ich dachte, ich hätte noch eine Runde, aber nee, hatte ich nicht. Das fiese Vieh, ey. Jetzt machen wir es voll tot und dann ist gut. Äh, stiller Tod. Ah, das kann man hier nicht benutzen. Flups. Dann die Assassinenmesser. Das da oder mache ich Nahkampf? Nee, Nahkampf bringt einfach viel mehr. Oh, noch mal. Die kann echt unglaublich oft angreifen. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt haben wir wirklich den einen Assassinen verloren. Au. Au. Ja, sehen wir wenigstens, was jetzt passiert, wenn die tot sind. Ja, der ist nicht mehr da. Der ist weg. Und da haben wir nochmal eine Saat gesammelt jetzt hier, wie man sieht. Ja, das können wir uns gerade eben bisschen mal sparen. Einheit verloren. Ja, der ist tot. Er ist sehr, sehr tot. Und wahrscheinlich auch raus aus unserer Kaserne. Ja, der Windycare-Assassine ist tot. Also hier kann ich gerade nochmal zeigen, für die, die dazugekommen sind. Es gibt Windycare-Assassinen. Man kann halt einen davon haben. Ja, es gibt einen Eversor-Assassine, einen Kolexus-Assassine und einen Kallidus-Assassine, Freunde. Das sind die Assassinen, die uns zur Verfügung stehen in dem DLC, der morgen erscheint. Execution Force für Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Ich bin jetzt allerdings schon seit über 5 Stunden hier live. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich werde morgen Abend wahrscheinlich auch live sein, weil ich am Mittwoch nicht kann. Ich bedanke mich gerade eben nochmal für die Gelegenheit, dass ich hier diesen DLC schon mal vorab habe zeigen können und für das Sponsoring. Und bin dann raus. Genau. Schaut vorbei. Ausrufezeichen Assassins. Ich lasse den Link noch drin. Dann könnt ihr euch den DLC mal bei Steam anschauen. Und ich schicke euch für heute Abend noch weiter. Guts Nächtle und wenn ihr wollt, bis morgen. Bye, bye. Schön, dass ihr da wart. Ich gucke mal gerade eben, ob irgendjemand das heute noch streamt. Leuten, die ich kenne. Nicht im deutschsprachigen Raum. Okay, dann würde ich euch einfach heute schicke ich euch heute mal wieder zu Ecke. Grüßt Ecke von mir. Guts Nächtle. Ecke von mir.